Martin Luther und Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung. Ein Theaterstück von Dieter Forte in einer vom Autor für den Hörfunk neu bearbeiteten Fassung. Der Anfang Mit Ihnen lass, so flehen wir auch uns einstellen und von Ehrfurcht bekennen. Heilig, 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 Herr Gott, der Herrscher, Himmel und Erde sind erfüllt von Deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, Hochgelehrzeit, der er kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Gesamtkapital der Firma Jakob Fugger, 19.679.100. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Wenn ich mir als Ihr Buchhalter die Bemerkung erlauben darf, Sie sind der reichste Mann Europas. Die Geschäfte. Albrecht von Brandenburg. Zwei Geschäftsleute und die Verwandlung von theologischen Fragen in Geld. Warum Mainz? Ich möchte Zeit haben und es ist gerade frei. Das größte und reichste Bistum Deutschlands. Das würde ich in Kauf nehmen. Die Kirche verbietet Ämterhäuferung. Die Kirche verbietet viel. Sie sind zu jung für das Amt eines Bischofs. Ich bin Erzbischof von Magdeburg und Administrator von Halberstadt. Und dazu noch Erzbischof von Mainz. Ich denke, es ist eine Geldfrage. Haben Sie Geld? Welch sonst hier? Schwarz. Das Erzbistum Mainz kostet an regulären Gebühren eine Million vierhunderttausend. Hinzu kommt ein Bestechungsgeld für den Heiligen Vater. Bestechungsgeld, ich bitte Sie. Eine Handsalbe. Der Heilige Vater denkt an eine Handsalbe von einer Million zweihunderttausend. Das ist keine Nächstenliebe. Der Heilige Vater dachte dabei an die zwölf Apostel. Pro Kopf hunderttausend. Wann ist wirklich zwölf? Irrt sich der Papst da nicht? In Geldangelegenheiten ist der Papst unfehlbar. Sagen wir siebenhunderttausend nach den sieben Todsünden. Sagen wir eine Million nach den zehn Geboten. Das wären zwei Millionen vierhunderttausend. Drei Millionen. Zehn und vierzehn sind vierundzwanzig. Kaiser Maximilian will auch etwas haben. Das ist so üblich. Und das Haus Fugger kann leider nicht umsonst arbeiten. Drei Millionen. Sachsen ist auch sehr interessiert. Achtundzwanzig. Achtundzwanzig. In Gottes Namen. Wie wollen Sie zurückzahlen? Zwei Prozent. Zwei Prozent. Was schreiben Sie vor? Da der Heilige Vater in seiner Weisheit das vorausgesehen hat, erlaubt er in seiner übergroßen Güte, dass wir eine neue Anleihe auflegen, den Petersdomablass. Und Sie als Ablasskommissar einsetzen? Sag ich doch. Eine Geldfrage. Schwarz. Laufzeit acht Jahre, 50 Prozent der Einnahmen an den Heiligen Vater, 50 Prozent für den Ablasskommissar. Das lässt sich hören. Allerdings werden die 50 Prozent für den Heiligen Vater nicht mit den Mainzer Gebühren verrechnet. Nicht? Und die andere Hälfte erlaube ich mir einzuziehen, bis Ihre Schuld bei mir getilgt ist. Zu diesem Zweck werden meine Leute ihre Vertreter begleiten. Sie werden einen Schlüssel zu jeder Geldkiste haben und das eingelegte Geld kassieren. Und was habe ich? Sie haben meins. Wenn ich Ihnen raten darf, nehmen Sie den Tetzel, ein erstklassiger Mann. Sehr viel Erfahrung. Und noch eins. Die Marktlage ist momentan schlecht. Mit dem üblichen Seelenheil ist nichts mehr zu verdienen. Verkaufen Sie den Ablass auch für Tote. Geht das? Das geht nicht. Aber man kann es machen. Und verkaufen Sie auch an die, die nicht bereuen. Ich verstehe von theologischen Dingen nichts. Wo darf ich verkaufen? Nicht in Sachsen. Ohne Sachsen lohnt es nicht. Nicht in Sachsen. Friedrich hat seine eigenen Ablässe und diese Mainzer Geschichte passt ihm sowieso nicht. Werkwerke müsste man haben. Sie sammeln ja Bistümer. Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen und sein Geheimsekretär Spallatin bei der Rückverwandlung von Geld in theologische Fragen. Ein Stück von der Stadt, in der die Jungfrau Maria geboren ist. Ein Stück von dem Faden, den sie gesponnen hat. Zwei Stücke von der Kammer, in der Maria von dem Engel gegrüßt ward. Ein Stück von dem Baum, unter dem Maria den Herrn im Balsamgarten gezeugt hat. Spallatin, ich bin verärgert. Vier Stücke von dem Herrn, kurfürstliche Gnaden. Herr Tetzel hat sich direkt hinter der Grenze aufgestellt und das Volk rennt wie toll zu. Wir können die Leute nicht festhalten. Ich habe dem Fugger gesagt, kein sächsisches Geld für Albrecht. Ich zahle doch diesem Lümmel nicht seine Bistümer. Formell ist alles in Ordnung, kurfürstliche Gnaden. Tetzel hat Sachsen nicht betreten. Er hausiert bloß an der Grenze. 13 Stücke von der Krippe Jesu. Ein Stück von dem Tüchlein, in das er gewickelt war. Zwei Stücke vom Heu. Ein Stück von dem Stein, auf dem Jesu in Jerusalem gestanden und gesprochen hat, hier ist die Mitte der Welt. Ein Stück von dem Stein, auf dem Christus stand und über Jerusalem weinte. Ihr werdet auch noch weinen, aber nicht über Jerusalem, sondern über Wittenberg. Wie soll ich jetzt noch meinen Reliquienablass verkaufen? Wie sieht das Allerheiligen in meiner Schlosskirche aus? Wer wird er noch kaufen, wenn er schon bei Tetzel gekauft hat? Der Umsatz wird ohne Zweifel in der Stadt zurückgehen. Ohne Zweifel. Feine Räte habe ich. Was will dieser Albrecht? Was steckt dahinter? Kaiser Maximilian. Sachsen ist ihm zu mächtig. Sachsen ist die stärkste Macht in Deutschland. Aber Brandenburg kommt auf. Sie haben jetzt schon zwei Stimmen im Kurkolleg und Sie kennen ja die Pläne des Kaisers. Ich bin der erste Fürst Deutschlands und gedenke es auch zu bleiben. Drei Stücke von dem Schweißtuch, mit welchem dem Herrn Jesus seine heiligen Augen verbunden worden sind. Ein Stück vom Wachs einer Kerze, die das Schweißtuch Christi berührt hat. Ein Stück von dem Keil, mit dem das Kreuz Christi in den Steinen festgepflockt wurde. Das ist doch unseriös, was dieser Tetzel da macht. Der verkauft doch da einfach bedrucktes Papier, völlig wertlos, nur Versprechungen. Ich biete den Leuten Sicherheit. Jeder Ablasszettel ist durch meine Reliquien gedeckt, sicherer als Gold. Aber mein guter und gediegener Reliquienablass bleibt liegen und um diese wertlosen Zettel reißt man sich. Man muss das Volk unbedingt aufklären. Die Tetzel-Vertreter gehen in die Häuser und überreden die Leute. Wir sitzen in der Schlosskirche und warten, dass die Leute zu uns kommen. Ich kann meine Reliquien nicht über Land schicken. Dann müssen wir attraktiver werden. Noch mehr Reliquien, noch mehr Ablässe. Ich kaufe pausenlos. Wie viele haben wir? 17.443 Reliquien. Vor allem brauchen wir mehr Ablässe. Wir haben jetzt 127.799 Jahre und 116 Tage. Das ist zu wenig. Das muss mehr werden. Ablässe vergibt immer noch der Papst und er vergibt sie anscheinend lieber an anderen. Handsalben. Das versuche ich seit Jahren. Er will nicht. Noch mehr Handsalben. Ich will Geld verdienen und nicht ausgeben. Man muss das Volk aufklären. In Dänemark hat ein Mönch gegen diese unseriösen Finanzleute gepredigt. Mit Erfolg. Es gibt auch in Deutschland Fachleute, die sich dazu geäußert haben. Johann von Wesel, Wesel, ganz fort. Wo stecken die? Leider tot. Und hier? Ist hier gar nichts los. Wozu habe ich eine Universität gegründet? Ich werde ausgeplündert und man hört nichts von ihr. Was machen diese Herren? Professoren, spielen sie Karten. Johann von Wesel hat in Erfurt gelehrt und wir haben Professoren, die in Erfurt studiert haben. Na dann bitte schön. Wozu bezahle ich diese Herren? Dass sie über die unbefleckte Empfängnis diskutieren. Die sollen was zusammenstellen, aber schnell, die Sache heilt. Acht ganze Dornen von der Krone des Herrn Jesus. Ein großes Stück von einem Nagel, der dem Herrn Jesus durch die Hände oder Füße geschlagen wurde. Ein Schrein mit 178 Stücken von heiligen Gebeinen, welche, da die Schrift verblichen und nicht mehr gelesen werden kann, nicht im Einzelnen aufgeführt werden können. Ein Gespräch unter Theologen. Dr. Luther! Was für ein Zufall. Gerade dachte ich noch, was macht eigentlich unser Dr. Luther. Man hört so gar nichts von ihm. Was soll man von mir hören? Ich halte Vorlesungen, bin Rektor der Studienanstalt, Ordenswikar, Prior von Elfklöstern, Verwalter unserer Fischteiche, Rechtsanwalt in Torgon und schreibe den ganzen Tag Briefe, Briefe, Briefe. Ich könnte zwei Sekretäre beschäftigen. Sogar keine Zeit für Thesen und Diskussionen? Wozu? Professoren müssen sich streiten. Wenn man nichts von ihnen hört, hält man sie am Ende gar für überflüssig. Ich habe eine Streitschrift gegen die scholastische Theologie veröffentlicht. Ich habe sie verschickt. Ich wollte diskutieren. Niemand hat geantwortet. Nichts hat sich gehalten. Und das waren Schach für Thesen. Die Universität ist noch jung. Sie gilt nicht allzu viel. Aber das kann sich ändern. Ihr habt doch in Erfurt studiert. Ja. Da kennt ihr sicherlich die Schriften von Johann von Wesel. Natürlich. Auch die über den Ablass? Auch die. Schreibt er interessant. Er ist gegen den Papst. Gegen die Heiligen Verehrung. Die Beichte, das Abendmahl, die letzte Ölung, das Fasten. Papst und Konzile können irren. So in der Richtung. Und gegen den Ablass? Warum fragt ihr? Man interessiert sich. Werhof? Habt ihr schon etwas von diesem neuen Ablass gehört? Die Sache ist ganz und gar abscheulich. Der Tetzel predigt Dinge, die unerhört sind. Das Volk wird um seine Seligkeit betrogen. Ja, es ist schlimm. Und was sagt der Fachmann? Ich habe einige Thesen aufgesetzt. Thesen? Etwa gegen den Ablass? Gegen den Missbrauch, der mit ihm getrieben wird. Gegen den Ablass an sich ist nichts einzuwenden. Aber warum hört man nichts davon? Das ist doch hochinteressant. Wesel starb in den Händen der Inquisition. Aber das ist lange her. Die Zeiten sind vorbei. Die Inquisition liegt bei den Dominikanern. Und Tetzel ist Dominikaner. Der Kurfürst ist kein Dominikaner. Die Thesen sind unvollständig. Aus dem Augenblick geschrieben. Vervollständigt sie? Vielleicht noch ein paar Sätze über das gute deutsche Geld, das auf diese unrechte Weise nach Rom fließt, um dem Papst die Taschen zu füllen? Wozu braucht ihr es? Ach, wisst ihr, Der Kurfürst will gelegentlich etwas von seinen Professoren sehen, wie das so ist. Wenn ihr zufällig einen Wunsch habt... Ich könnte eine neue Kutte gebrauchen. Eine neue Kutte. Das lässt sich machen. Und die Thesen an Albrecht senden. Und den Erzbischof? Hier ist ein Entwurf für den Brief. Aber bester Spannertin. Das sind Thesen. Streitsätze für eine wissenschaftliche Diskussion. Etwas für Professoren. Auch Fürsten diskutieren gelegentlich... Ich möchte nicht, dass unser gnädiger Kurfürst und Albrecht... Ihr versteht. Nein. Zwei Kurfürsten, die verschiedene Ansichten haben. Politik. Was sollen da meine Thesen? Man könnte sie missverstehen. Das glaube ich nicht. Der Erzbischof ist mein höchster Herr. Der Kurfürst ist euer Herr. Ein gedreht. Der Erzbischof ist mein hoher. E présente! Ein Gespräch unter Aufklärern Wenn ich seine Heiligkeit darauf aufmerksam machen darf, seine Heiligkeit tragen Stiefel Stellen Sie mir nicht Man kann seine Heiligkeit nicht mehr die Füße küssen Abschaffen Nun, Cayetan, studierst du immer noch deinen Kopernikus? Die Erde dreht sich um sich selbst Und dreht sich um die Sonne Er hat Recht Ich habe nichts dagegen, ich finde es hübsch So lebendig Alles bewegt sich Wenn ich denke Ich sitze hier im Vatikan Und sause durch den Weltraum Hübsch Das gefällt mir Die Erde ist nicht mehr Mittelpunkt der Welt Ich weiß Und der Papst dann nicht mehr Mittelpunkt der Erde Neb ich Aber wenn oben und unten aufgehoben ist Was dann? Wo ist der Himmel? Wo ist Gott? Ja Wo ist Gott? Was gibt's? Ein Bericht über die Heilige Inquisition in Spanien, die nicht sehr heilig zu sein scheint Haben die noch nicht Schluss gemacht Ich will das nicht, diese Borniertheit Die Welt wird jeden Tag größer und weiter Amerika, Afrika, Indien, China Überall neue Länder, neue Völker Und überall alte Kulturen Alte Religionen Diese Rechthaberei Wir sind doch nicht die einzigen Eine Religion unter vielen Recht hat sowieso keiner Diese Fabel Mit Christus Gott, ja Sie bringt Geld Ich lese gerade Plato Der Mann ist mir lieber Ich kann seiner Heiligkeit den Koran empfehlen Man kann nur lernen, das ist alles Mein Arzt ist Jude Einer meiner besten Freunde Maure Der hat halb Afrika bereist Er schreibt jetzt ein Buch darüber Welche Kultur, welche Schönheiten Die Abenteuerkulturen, die sind ja tausende älter als unsere Von wegen blöde Buschneger Das erzählen uns die Kaufleute, damit sie sie als Sklaven verkaufen können Ich bin strikt dagegen Auch dass die Indianer da drüben versklavt werden Das lasse ich nicht zu Da müssen wir mal eine Bulle oder so etwas machen Erinnere mich daran Noch was? Der Talmud Ach, herrlich Ich habe den Talmud drucken lassen Es gab noch keine Druckausgabe Eine Schande Übrigens, Cellini hat eine Vernissage Da müssen wir hin Leonardo da Vinci ist mir lieber Leonardo ist ein Genie, ich weiß Aber er führt nichts zu Ende Alles nur Ideen Die Mona Lisa ist großartig Die Mona Lisa ist gut Aber er malt ja kaum noch Tizian war bei mir Wollte einen Vorschuss haben Findest du Tizian gut? Mein Mann ist Michelangelo Malah, Michelangelo Das größte Genie Ich war in seiner Werkstatt Ich gebe zu Diese Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle Das wirft einen um Trotzdem Ich schwärme für Raphael Die Pläne für die Peterskirche Das wird ein Bau Aber er wird Millionen kosten Da gibt es in Deutschland Einigen Ärger Ein Professor protestiert Gegen den Petersdom Ablass Schick ihm die Entwürfe von Raphael Friedrich von Sachsen steckt wohl dahinter Ach der Der will ja auch nur Ablässe Gebt sie ihm Dann ist die Sache erledigt Schreib ihm Es sei gerade wieder Ein ganzes Schiff Mit Partikeln des Heiligen Kreuzes angekommen Ferner ein Haufen Knochen Diverse Heiliger Und die Schnupftücher Des Heiligen Jesulein Er soll sich rasch eindecken Von Rung Nach Wittenberg Ein Armknochen des Heiligen Bennu Ein Kamm der Heiligen Ursula Mit 17 Haaren Eine Flasche Milch Von der Heiligen Jungfrau Maria Köstlich Köstlich Ein Schatz Wie viele Flaschen haben wir jetzt schon? Fünf Mit Gutachten der berühmten Universitäten Von Paris und Basel Das Jahrhundert der Wissenschaft Es ist eine Lust zu leben Was sagen Sie zur Post? Spalatin? Der Papst sendet neue Ablässe Wir werden viel, viel Geld verdienen Die Sache lässt sich besser an Als ich dachte Der Mann soll Seine Kutte haben Der Adel unterstützt an vielen Orten Die Verbreitung der Thesen Das glaube ich Auch das Volk hat sehr positiv reagiert Das sehen Sie mal wieder Das Volk wird immer unterschätzt Kurfürstliche Gnaden sind heute wieder zugütlich Ich weiß Ich weiß Ich weiß Und damit auch der Papst weiß Wie das Volk denkt Soll dieser Mensch seine Thesen Auch nach Rom schicken Ein hübsches Begleitschreiben dazu Ein bisschen diplomatisch Das setzen Sie Ihm auf Überhaupt wäre es gut Wenn Sie ein Auge auf seine Arbeiten hätten Damit das in den richtigen Bahnen läuft Er zeigt mir alles was er schreibt Das ist vernünftig Meinen Sie er schafft es So ganz allein? Man muss es abwarten Das ist mir zu unsicher Wen haben wir denn noch? Karlstadt Taugt er was? Ein radikaler Kopf Vielleicht sollte man für Verstärkung sorgen Wenn es ernst wird Brauchen wir einen Mann Der Luthers Arbeiten wissenschaftlich absichert Der auch griechisch und hebräisch kann Haben Sie einen? Melanchthon Noch sehr jung Aber ein sehr intelligenter Bursch Lassen Sie ihn kommen Wir brauchen jetzt diese jungen Leute ein bisschen Revolutionär schadet gar nichts Wir leben in einer unruhigen Zeit Alles ist im Umbruch Da soll man an Intelligenz Nicht sparen Außerdem ist sie billig Die jungen Leute machen sich natürlich Sorgen Sagen Sie ihnen, dass sie unter unserem kurfürstlichen Schutz stehen Es wird Ihnen nichts passieren Nun, Sie sind unsere lieben jungen Leute Auf die wir ein gnädiges Auge haben werden Und dem Luther richten Sie aus Er soll ja standhaft sein Wir setzen große Erwartungen in seine Standhaftigkeit Haben Sie die Akten für den Augsburger Reichstag? Im Kabinett Dass wir uns da gut vorbereiten Reichstag im Hause Fuggers Oder die Verwandlung von Theologie in Politik Meine Herren Ich begrüße Sie auf dem Reichstag zu Augsburg Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in meinem Haus Kardinal Albrecht von Brandenburg Kardinal Mein lieber Fugger Kardinal Ich gratuliere Wann werden Sie Papst? Eine Geldfrage Nur eine Geldfrage Was steht denn auf der Tagesordnung? Kaiser Maximilian möchte Karl zu seinem Nachfolger machen Sieh er nah an Neuigkeiten Dieser Kleine da aus Spanien Ja? Und da braucht er unsere Stimmen Sind Sie für Karl? Hm Wenn ich bezahlt werde Bin ich für alles Ich zahle Für Karl Eminenz Kurfürst Friedrich von Sachsen Ach, dieser ungebildete Sachse Wo steht der Wein? Dort drüben Hatten Sie eine gute Reise? Ein bisschen weit Aber neuerdings finden die Reichstage ja nur noch in Ihrem Haus statt Es hat sich so ergeben Haben Sie jetzt auch schon ein Monopol auf den Reichstag? Ein reines Verlustgeschäft Ich muss mich noch bei Ihnen entschuldigen Diese dumme Ablassgeschichte Aber lieber Fürst, keine Ursache Sie hatten Verluste Kleingeld Außerdem war ich abgesichert Ich habe den Markt schon lang misstraut Wenn ich Ihnen raten darf Investieren Sie nur noch vorsichtig Meine Reliquien gehen noch gut Reliquien wird noch eine Weile laufen Da hat man etwas vor Augen Man kann daran glauben Aber dieser Zettelkram ist tot Was machen Ihre Bergwerke? Könnte besser sein, die Arbeiter fehlen Wir arbeiten nach einem neuen System Drei Schichten, sieben Stunden Wo nehmen Sie die Leute her? Die Arbeiter dürfen nicht zu viel Lohn bekommen Dann fahren Sie zwei Schichten hintereinander Sie werden mehr Lohn verlangen Führen seinen Lohnstopp ein Die Löhne niedrig halten Und die Preise kräftig steigern Die Arbeiter werden weglaufen Verbieten Sie Ihren Arbeitsplatzwechsel Vor allem darf kein Unternehmer einen Arbeiter einstellen Der woanders Unzufriedenheit geschert hat Ich empfehle Ihnen das System Was kostet Ihre Hilfe? Nicht, was Sie denken fast Ich besitze die größten und ergiebigsten Bergwerke in ganz Europa Die paar freien Bergwerke stören mich nicht Sie sind sowieso auf mich angewiesen Der große Gewinn liegt nicht in der Förderung Sondern in der Weiterverarbeitung Die Hüttenwerke, Schmelzwerke, Hammerwerke, Gießereien Kanonen, Fabriken Der Konzern macht es Da liegt der Gewinn Ihre Bergwerke und Ihre Hüttenwerke entschuldigen Sie Das ist ja noch Heimarbeit Sie vergessen Sie nicht Ihr größtes und modernstes Hüttenwerk Liegt in meinem Land und ist auf meinen Schutz angewiesen Der hoffentlich für alle zwei behalten bleibt Hoffentlich, ja Man weiß ja nie, was passiert Und Sie beliefern mit diesem Werk Deutschland, Holland, Spanien und Portugal Wichtige Märkte Lieber Fürst Ich habe das europäische Monopol auf Erz, Gold, Eisen, Blei Vor allem Zinn, Silber und Kupfer Für Kupfer sogar das Weltmonopol Mein Haus ist die mächtigste Bank Europas Ich kann mein Metall zwei Jahre einlagern Ich kann aber auch den Markt überschwemmen Wie ich will Ich kann die Preise hochhalten und sie werden mitverdienen Ich kann die Preise aber auch senken Und zwar so tief und so lange Dass sie froh sein werden, wenn ich ihre Bergwerke geschenkt nehme Ich habe schon ganz andere Leute bankrott gemacht Aber was reden wir da? Wir beide wissen doch, dass es nicht mehr so weitergeht Wir brauchen eine neue Arbeitsmoral Wissen Sie, dass wir über 100 kirchliche Feiertage im Jahr haben? Über 100 Feiertage, lieber Fürst Kirchenmessen, Wallfahrten, was weiß ich alles Das Volk frisst und seufzt sich voll Und denkt überhaupt nicht an die Arbeit Wenn diese unnützen Feiertage wegfielen Würde sich die Jahresproduktion um ein Drittel erhöhen Der Gewinn mindestens um die Hälfte Und die Arbeitsmarktfrage wäre gelöst Und dann diese Fastentage Andauernd muss ich Ausnahmen von einem Arbeiter beantragen Ein Arbeiter muss arbeiten und nicht fasten Das muss man endlich einmal regeln Die tägliche Arbeit muss geheiligt werden Kaiser Maximilian Ja, grüß euch Grüß euch Bin pumperl gesund Pumperl gesund Grüß dich, Fugger Grüß dich, Friedrich Bin pumperl gesund Hat das Wasser angeschlagen? Wunderbar Ich trinke Wasser und schon bin ich der Alte Wasser? Einfaches Wasser Da geht nichts drüber Du, Fugger Ich brauch ein Geld Ich stehe in der Ästhet in meinem Büro Zur Verfügung Ich komm gleich noch Friedrich Burschi Gut schaust aus Du darfst aber auch nicht mehr mehr so viel Händeln fressen Wassersucht ist schlimmer Er müsste mir pflanzen Du, sag einmal Du bist doch auch für den Quartel Der, was mein Enkel ist Das muss man sehen Okay, das kannst du mir doch nicht antun Ist doch so ein fäscher Bursch Und er möchte so gern mehr Nachfolger werden Schau Die Niederlande Und Spanien Hat er schon Dazu halb Italien Und dieses Neue da Wie heißt denn da Amerika Von mir kriegt er Österreich Ungarn Die Schweiz Habe eingebüßt Aber das braucht nichts Dafür kriegt er noch Böhmenmeeren Und Schlesien Und da fehler Die mal in Deutschland Und Schau Der Bub Der hat sich so gefallen Und Frank war ich Und der Papst Und die murkst einfach ab Und dann murkst er uns Ab Was du gleich wieder denkst Doit oder Verwandten Ja Du bist dafür Was hab ich davon Ja Ich weiß Du bist verärgert Dass ich dem Albrecht Meins lassen hab Aber was hätte ich denn machen sollen Ist doch eh alles ein Gruschtl Aber Wir werden uns schon arrangieren Wennst du ein Gruschtl bist Mein Wort Als Kaiser Wir werden uns arrangieren Ich muss mich erst Mit dem Papst arrangieren Also Das mit dem Luther Es ist hervorragend Ja ganz hervorragend Eine Meisterleistung Du Den Bursch musst du fein behüten Ja diesen Luther können wir noch Recht gut gebrauchen Wenn ich so einen Mann hätte Aber was Gutes Fällt mir nie ein Ich habe schon vor ein paar Jahren Versucht die deutsche Kirche zu kassieren Aber Es hat nicht geklappt Die Einkünfte des Papstes aus Deutschland Sind hundertmal höher als meine Weißt du das Hundertmal Was für ein Wort Du hast ihn beim Papst angezeigt Politik Politik Was soll ich denn machen sollen Der Kajateiner hat mir den Brief vorgelegt Habe ihn halt unterschrieben Aber das macht doch nichts Wird er umso wichtiger Das ist doch der Witz An der Geschichte Was jetzt offiziell ist Jetzt ist er doch erst teuer Jetzt kannst du was für ihn verlangen Du hast nicht zufällig Ein Tausender bei dir Alles bei Fugger deponieren Das ist auch ein Geil Den man dem Fugger gibt Ein Hunderter Ich bin so klar Miss aufsischer Wasser Für die Gesundheit Geil Das ist doch ein Schmäh Kardinal Legat Kajetan Kommen Sie da her Kajetan Da ist lustig Kommen Sie Kennen Sie euch schon? Nein Das ist der Friedrich von Sachsen Wie gefällt es Ihnen in Deutschland? Ich friere entsetzlich Wo haben Sie Ihre Sonne? Wie kann man ohne Sonne leben? Na da sagen Sie was Was macht denn der Papst? Zu der Heiligkeit geht es ausgezeichnet Papst Müsst man nicht sein Das wäre frisch Ich wäre schon letztens fast geworden Hat nicht viel dran geführt Aber der Fugger hat mir es nicht sagen wollen Schaut drum Wäre eine schöne Rente gewesen Und dann wäre ich ein Heiliger geworden Und dann hättst ihr mich nach meinem Tode anbeten müssen Auf den Knien Das wäre wohl da für mich gewesen Er wäre halt zum Fugger gehen Macht's es gut Kurfürst Kardinal Der Heilige Vater Möchte in der letzten Zeit einigen Ärger mit einem ihrer Landeskinder Ärger, der sich schon empfindlich auf die Einnahmen des Heiligen Vaters auswirkt Theologische Dinge Dann mische ich mich nicht rein Ich bin ein unwissender Laie Und ein christlicher Fürst Ein treuer Sohn der römischen Kirche Zu allen Opfern bereit Besagter Luther vertritt Sollte Karl als deutschen Kaiser haben Und damit wäre Karl Herr über Europa Wenn wir von ein paar Decken die Frankreich und dem Vatikan absehen Ein entsetzlicher Gedanke Eine Katastrophe Er soll ein netter Junge sein Der Heilige Vater ist unbedingt dagegen Karl wäre für den Geschmack des Papstes viel zu mächtig Alle anderen sind inzwischen für Karl, der Papst hat nur noch mich Was zahlt er? Wenn Sie die Wahl Karls verhindern, könnte man über vieles reden Wie viel? In diesem Fall würde der Papst Ihnen die goldene Tugendrose zukommen lassen Die höchste Auszeichnung der Kastenheit und ein Schmuckstück für Ihre Sammlung Alle Welt würde zahlen, um Sie zu sehen Ablässe? Würden Ihnen selbstverständlich in der großzügigsten Weise zugeteilt Luther Über Luther könnte man hinwegsehen Falls er nicht zu neuen Attacken schreit Es müsste eine gewisse Grenze gehen, um Sie verstehen Der Papst ist immer noch der Papst Gut Sie stimmen gegen Karl? Und der Papst hält seine Versprechungen Aber ein Gespräch mit Ihrem Luther muss ich führen Wozu bin ich hier? Die Öffentlichkeit Das würde auffallen Sie werden ihn hier in Augsburg anhören Väterlich anhören Das bitte ich mir aus Und dann schicken Sie ihn wohlbehalten wieder zurück Zuliebenswürdig Kardinal Kurfürst Spaladin Ich bekomme die goldene Tugendrose Auf die ich vier Jahre gewartet habe Ein Geschäft Spaladin Und Luther? Lassen Sie ihn kommen Geben Sie ihm meine besten Räte Sie sollen ihn nicht aus den Augen lassen Dass er mir keinen Schott alleine macht Alles muss abgestimmt werden Und sagen Sie ihm Er soll ja Standhaft sein Wenn er wieder ruft Wird ihn der Teufel holen Aktiva und Passiva Buchhaltung und Glaube Einführung der wissenschaftlichen Buchhaltung Grüß euch, grüß euch Ah, hast du einen neuen Mann? Mein Hauptbuchhalt Ah, Bibliothek Grüß dich, Burschi Was hast du denn da für einiges Buch? Die doppelte Buchführung, Majestät Ah, das möchte ich auch haben Sind da Bilder drin? Zahlen, Majestät Ach, Zahlen Geh, das ist doch langweilig Es ist eine Kunst Seit wann sind denn Zahlen eine Kunst? Seit neuestem, Majestät Was sind denn das für kunstvolle Zahlen? Meine Geschifte Na, aufgeschrieben hat was immer Jetzt wird nur noch Geld notiert Nicht mehr Wagenladungen oder Schiffsladungen Kanonen, Tuche, Mehl, Wolle, Kupfer Nur noch Geld Waren, Tiere, Menschen Alles wird zu Kapital, das sich vermehren muss Und die Buchhaltung ist die Seele des Kapitales Aber gäh Ein Schmorn Die größte Erfindung der Menschheit Man wird nicht mehr von Kleinigkeiten abgelenkt Sentimentalitäten, Rücksichten auf irgendwelche Dinge und Personen Man sieht nur noch Geld Und Geld muss sich vermehren Geld muss man ausgeben Majestät Irren, es muss sich vermehren Mit Zins und Zinseszins Was? Zweimal Zins auf ein Geld? Na, Sir, aber ihr seid mir gauner Wo die Kirche überhaupt keinen Zins erlaubt Majestät Irren erneut Zinsen auf Zinsen Wenn ich Ihnen... Na, jetzt auf, ich verstehe nichts davon Dafür ist schon lieber ein Krieg Ob Majestät Krieg führen können Entscheide dieses Buch Entstehe ich? Da hat er auch drin Majestät füllen etliche Seiten Ein Teufelszeug Durchaus christlich Von einem Franziskaner erfunden Trau einer den Mönchen Du Fugger Ich brauche Geld Schwarz Majestät haben 23.585.400 im Debet Im was? Majestät Schulden uns diesen Betrag Erzähl mir nichts von heute Schulden Das ist gegessenes Brot Majestät hat mir Konto weit überzogen Und in Anbetracht Ihres Alters Was heißt denn das? Das heißt, dass Sie ohnehin bald sterben werden Ja, ist das vielleicht der Ort Mit einem Menschen zu reden? Gehört das auch zu eurer Buchführung? Es ergibt sich daraus Aber du hast doch Millionen an mir verdient Das ist ein anderes Konto Dann schreib's rüber Geht nicht Du hast doch das Geld Wie gesagt, ein anderes Konto Dann gib mir's heut so Es geht nur über das Buch Und das Buch verlangt Sicherheiten Ja, Herr Gartner Was soll ich da denn noch geben? Dir gehört doch schon das ganze Land Bergwerke, Hüttenwerke Die ganze Industrie, alles Du zahlst ja schon meine Bernden Und meine Minister Ich muss ja gerade froh sein Wenn die Leute nicht über mich lachen Jetzt sitz ich da Auf meinem Reichstag Auf Ihrem Reichstag? Majestät vergessen Dass ich diesen Reichstag bezahle Ich muss doch die blöden Aufen einladen Und ich hab nicht einen Vierer Hunderttausend Verrechnung erfolgt mit Arztlieferungen Wo muss ich unterschreiben? Ich glaube, es ist wirklich schon besser Wenn ich bald stirbe Verteidigung des wahren Glaubens Wer ist der Luther? Hochwürdigster Vater Und die anderen Herren? Meine Räte Wenn die Herren Räte sich einstweilen In den Saal begeben wollen Ich bin kein Kannibale Entschuldigt, hochwürdigster Vater Ich musste mich nach den Befehlen Der kurfürstlichen Räte richten Sie wollten kaiserliches Geleit Ich durfte nicht mal auf die Straße Dein Kurfürst ist sehr besorgt um dich Ich verstehe nicht, hochwürdigster Vater Also, nun hör mal zu, mein Sohn Wir sind beide in keiner angenehmen Lage Und wie wir uns offiziell unterhalten Können wir uns vielleicht vernünftig unterhalten Du hast einige Unregelmäßigkeiten im Ablassgeschäft entdeckt Entschuldigt, hochwürdigster Vater Bekannte kamen zu mir und empörten sich über die Art Wie der Ablass verkauft wurde Ich wollte durchaus nicht den Ablasshändlern entgegentreten Es waren andere, die Gründe gegen den Ablass hatten Sie redeten so beharrlich auf mich ein, dass sie mich schließlich festlegten Aber du hast es geschrieben Das schon Aber ich wollte nur eine Diskussion Ich hielt das für den besten Ausweg Denn ich wollte keinem zustimmen und keinem widersprechen Es lag mir fern, dem Papst irgendwelchen Ärger zu behalten Dir vielleicht? Ich verstehe nicht, hochwürdigster Vater Nun hör mal zu, mein Sohn Du nimmst das alles viel zu wichtig Gut, es ist falsch gepredigt worden Manches war nicht richtig Aber was heißt das? Wichtig ist doch nur, dass Geld in die Kasse kommt Und die Seelen der Bleibigen? Der Ablass ist eine Steuer, eine Abgabe, weiter nichts Die Kirche lebt davon Die Fürsten, wir alle Und auch du wirst davon bezahlt Und irgendwo muss es ja herkommen Aber die Seelen der Gläubigen Jetzt reden wir vom Geld Selbst dein christlicher Kurfürst hat seinerzeit den Ablass für den Türkenkrieg einfach einbehalten und deine Universität damit gebaut Weil ihr keinen Krieg gegen die Türken führt Wollte er dem Papst vorwerfen, dass er nicht Krieg führt? Warum sammelt der Papst dann Geld dafür? Meinst du, die Leute geben Geld, wenn der Papst sagt, ich muss meine Künstler bezahlen? Wenn der Papst mal ehrlich ist und sagt, ich will die Peterskirche aufbauen Kommt garantiert einer wie du und reißt sein Maul auf Was heißt hier Peterskirche? Dabei wird das eine ganz tolle Sache Michelangelo sollte erst die Bauleitung Wer ist Michelangelo? Also jedenfalls hat jetzt Raphael die Bauleitung Wer ist Raphael? Ja Also nochmal von vorne Wie ich eingangs sagte Wollte ich vernünftig mit dir reden Hochwürdigster Vater Ich halte nicht viel von Vernunft Wovon denn? Von der Wahrheit und vom Glauben Welche Wahrheit? Welcher Glauben? Den Glauben und die ewige Wahrheit Die uns Gottes Wort in dieser Schrift gibt Die Bibel? Die Heilige Schrift Gottes Wort Es ist ewig und gibt uns ewige Gewissheit Das Klima Es muss am Klima liegen Zurück in Wittenbitten Gespräche sehr verschiedenen Inhalts Mit dem kurfürstlichen Geheimsekretär Spallatin Mit den Freunden Karlstadt, Melanchthon, Münzer Und mit dem päpstlichen Sonderbotschafter Metitz Aber Das Wort War in der Welt Willkommen in Wittenbär Schönes Willkommen Ich kann kaum stehen Zehn Tage auf dieser Schindmeere von einem Gaul Ich danke Pferde und Mönchs Hintern sind eben nicht füreinander geschaffen Ich habe mich nach den Ritten gerichtet Durchaus richtig Und vielleicht auch ganz nützlich Ein armer Mönch, der bei Nacht und Nebel auf einem alten Klepper vor dem bösen und mächtigen Kardinal fliehen muss Man sollte euch die Bibel aus den Kopf schlagen Neuigkeiten aus Augsburg Ich habe nicht widerrufen Der Kurfürst lässt sich bedanken Ich habe mit den Räten einen Appell an den Papst aufgesetzt Das heißt, ich wollte eigentlich nicht, aber Die Räte meinten, das wäre dem Fürsten ganz lieb Ja, doch Und dann Habe ich gedacht Könnte man eine Akte über die Augsburger Verhandlungen herausgeben Indem man Kajetan hübsch lächerlich macht Für die Akte werde ich auch etwas beistören Ein Schreiben vom Papst an Kajetan Da steht ja, dass er mich verhaften kann Und ihr habt gesagt, es sei keine Gefahr Der Brief ist überholt Und in Augsburg? Da war er auch schon überholt Die Dinge drehen sich zuweilen Veröffentlich das Schreiben in der Akte Das gibt einen guten Hintergrund für eure Flucht Das macht die Sache dramatischer Und wird aufsehen erregen Aber wenn der Brief doch überholt war Das wissen ja nur wir Nicht wahr? Wie kommt ihr überhaupt an einen Geheimbrief des Papstes an seinen Kardinal? Ich habe seinen Sekretär bestochen Trotzdem veröffentlicht Trotzdem Freunde gaben mir den Rat Der Fürst solle mich an einem sicheren Ort verstecken Ach, das ist bereits alles besprochen Und ihr braucht euch keinerlei Sorgen zu tun Und wenn es dann im Prozess kommen sollte Nicht in Rom Nur vor deutschen Richtern, die mit dem Fürsten befreundet sind Wie besprochen Obwohl ihr an Kajetan geschrieben habt Dass ihr euch dem Richtspruch der Kirche unterwerfen wollt Ja Was man manchmal so schreibt Ja Wenn es dem Fürsten zu viel wird Bin ich auch gerne bereit, nach Frankreich zu gehen Nach Frankreich? An die Pariser Universität Und das lasst hübsch bleiben Ich gehe gerne Manche sollten nicht allzu klug sein Meine untertänigste Empfehlung an den gnädigsten Kurfürsten Aber das Wort war in der Welt Lebendig zurück Ja, Karstadt Den hohen Herren habe ich es gegeben Der Kajetan, mein Gott Der taugt zur Theologie wie ein Esel zum Harfenschlagen Ja Ein solches Glück wird anderen beschrieben sein Mir nicht Wer ist das? Thomas Münzer Er will mit uns zusammenarbeiten Ja Dann bist du mein Mann Ich bewundere euch Ich bewundere euch, Herr Doktor An der Universität zu Wittenberg Sei es wie es sei In Rom sind Sie jetzt ganz durcheinander Und wissen nicht, was Sie machen sollen Ich habe gehört Sie wollen mich durch Gift und Meuchelmord beseitigen Meine Thesen Meine Schriften Jeder hat doch gedacht Es wird mir den Tod bringen Ich selbst Habe auf der Fahrt nach Augsburg Immer nur den Scheiterhaufen vor Augen gehabt Das Volk ist auf eurer Seite In ganz Deutschland Man muss jetzt weitergehen Man darf auf keinen Fall stehen bleiben Nur keine Angst Diese Sache wird nicht gedämpft Sie kommt von Gott Es sei denn, dass mich meine Freunde verlassen So wie Christus von seinen Jüngern verlassen wurde Ich habe jetzt in Leipzig die Diskussion mit dem Eck Da haben wir ein öffentliches Forum Gut, das werde ich übernehmen Du? Wieso du? Ich verstehe mit hohen Herren umzugehen Ich mache das schon Aber Eck hat meine Thesen angegriffen Das kann man auch alles auf mich beziehen Lasst mich nur machen Karlstadt Ich will nicht, dass du dich auf eine solche läppische Diskussion einlässt Dein Kopf ist viel zu schade für solches Gewäsch Diese Fragen sind doch unwichtig Sollte man sich nicht direkt an die Bauern, an die Arbeiter und an die Bürger wenden Sie machen mit Sie sind auf unserer Seite und um sie geht es doch Es geht um Theologie Das sehe ich anders Dir fehlt der Einblick Das mag sein Aber wozu Theologie, wenn draußen Menschen verhungern? Das erzähl mal dem Fürst Gern Ich werde ein paar tausend halb verhungerter, halb zerlumpter Bauern mitnehmen Mal sehen, was er dann noch sagt Ich darf sonst nichts in deiner Seel Halt deine Liebe 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 Ein päpstlicher Sonderbotschafter Ich bin froh, dass ihr hier seid, Miltitz Ihr habt der Kurier aber auch zu schaffen gemacht, lieber Doktor Ich bin mit Gewalt in diesen Streit hineingezogen worden Ich habe es nur unter Zwang getan Ihr könnt mir glauben, ich bin nicht aus freien Stücken da hineingeraten Der Papst hat die Ablassregel geändert, lieber Doktor Es ist jetzt alles in eurem Sinn Diese Verfluchten Thesen Ich wollte sie nie verbreiten Ich wollte an unserer Universität darüber diskutieren, mit Kollegen Dann hätte ich sie weggeschmissen Aber weiß der Teufel Plötzlich tauchen sie überall auf Dabei habe ich sie absichtlich dunkel und rätselhaft formuliert Und in einer Form, dass es mir unbegreiflich ist, dass sie von der Öffentlichkeit verstanden werden Ich habe sie ja noch rasch meinem Bischof geschickt und geschrieben Er soll streichen, was er will Meinetwegen soll er die Thesen ins Feuer schmeißen Mir wäre nichts daran gelegen Aber es war schon passiert Ich wollte sogar ein Buch von der Kraft des Ablasses schreiben Um damit diese Thesen zu unterdrücken, die man gegen meinen Willen herumreicht Es gibt viele, die sagen, der Fürst stecke dahinter Hättet ihr nicht widersprochen, wäre alles schon längst vergessen Kein Mensch würde das Lied noch singen Ihr verlangt etwas viel vom Papst Der Heilige Vater war ja nun wirklich Geduld Aber jetzt muss Schluss sein Wenn jetzt nicht Schluss ist und wir uns weiter streiten Wird die Sache erst recht in die Öffentlichkeit kommen Und aus theologischen Thesen Wird noch ernst Gar kein Problem Ich sag ja Der Papst hat den Ablass geändert Sicher Ich war zu hitzig Aber ich habe schon damals an den Papst geschrieben Dass ich mich ihm zu Füßen werfe mit allem, was ich bin und habe Er soll billigen oder missbilligen Leben oder Tod aussprechen Ich unterwerfe mich Ich will alles tun Und alles erleiden Nur, dass die Sache ein Ende hat Ich will die Kirche In aller Demut ehren Ich will gerne widerrufen Und schweigen für alle Zeit Kaiser Maximilian ist gestorben Außerordentliche Gesellschaft der Versammlung der Firma Jakob Fugger Einziger Punkt der Tagesordnung Intronisierung eines neuen deutschen Kaisers Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit, Amen Meine Herren, ich sehe drei Kandidaten Den König von Frankreich Friedrich von Sachsen Und Karl Für unsere Absichten dürfte Karl wohl am zweckmäßigsten sein Er ist jung Wir können uns mit ihm auf lange Sicht verbinden Er sichert uns unseren bisherigen Besitz Bergwerke, Hüttenwerke und so weiter Er bringt die Niederlande Das wichtigste Handelszentrum der nächsten Jahrzehnte Er bringt Spanien Und damit die Quecksilbergruben Er bringt Amerika Dessen Gold- und Silberlieferungen immer wichtiger werden Er bietet uns die Möglichkeit Im großen Stil in das Gewürzgeschäft einzusteigen Er wird Kriege führen müssen Da wir einen großen Teil unserer Werke Aufrüstungsproduktion umgestellt haben Brauchen wir einen neuen Großabnehmer Hinzu kommt, dass sein Hauptfeind Der Papst sein wird Und da der Papst ebenfalls unser Kunde ist Werden wir doppelt verdienen Kein anderer Kandidat bietet uns so viel Verdienstmöglichkeiten Der König von Frankreich hat schon viel gezahlt Die meisten Kurfürsten haben sein Geld angenommen Also stimmen Sie für ihn Ich habe den in Frage kommenden Herrn ausrichten lassen Dass ich das Doppelte von dem zahle Was der König von Frankreich zahlt Und der Sachse? Er hat gute Aussichten Er ist innenpolitisch ohne Zweifel der Stärkere Aber er bringt uns nicht das internationale Geschäft Er ist der Einzige, der sich in der ganzen Reichspolitik noch auskennt Ein hervorragender Politiker, ohne Zweifel Wenn Sie mich fragen, der Einzige, den wir haben Aber ich glaube, ich habe ihm seine Grenzen klar gemacht Karl kann teuer werden Es ist die Stunde der Fürsten Man wird sie fürstlich bezahlen müssen Wie viel? Ich rechne mit 100 Millionen Wir werden ein Konsortium bilden Aber mein Entschluss steht fest Dieses Geschäft machen wir Irgendwelche Einwände? Dann wird Karl deutscher Kaiser Ich schließe die Sitzung Gelobt Sie Jesus Christus Kaiser Maximilian ist gestorben Der Papst in Rom berät sich mit seinem Kardinallegat Wenn Karl durchkommt Können wir den Vatikan dicht machen Der macht dich zu seinem Hofkappler Wenn uns noch einer retten kann, dann dieser Sachse Du kennst ihn doch, Kajetan Wie kommt man dem bei? Dem kommt man überhaupt nicht bei Der schiebt immer den Luther vor Ihn selbst kriegt man nie Schreiben wir dem Luther doch einen Brief Er soll nach Rom kommen Ich werde ihm ein milder Vater sein Der Herr spricht Ich habe keinen Gefallen am Tode des Sünders Sondern, dass er sich bekehre und lebe Wenn du meinst, du könntest dem Sachsen diesen Mann abkaufen Wirst du dich wundern Warum kann dieser Friedrich nicht Kaiser werden? Wenn er will, wird er es Hat er Aussichten? Besser als Karl Er kommandiert die deutschen Fürsten, wie er will Dann soll er Kaiser werden Und schreibt dem Fürsten Ich wäre ganz auf seiner Seite Ich würde alles für ihn tun Ich würde ihn als Kaiser anerkennen Auch wenn er nur zwei Stimmen auf sich vereinigt Schafft er das? Spielend Also? Zwei Stimmen und ich mache ihn zum Kaiser Und Luther? In Luther Kann er zum Kardinal ernennen Und ihm ein großes Nein Ein sehr großes Erzbistum schenken Friedrich der Reise Nicht übel Deutscher Kaiser Zwei Stimmen Das wäre zu machen Was meinen Sie, Spalatin? Kurfürstliche Gnaden sollten sich das genau überlegen Dann überlegen Sie mal Den Papst haben wir Luther sei Dank ziemlich ausgenommen Was er uns bieten konnte, haben wir inzwischen Vielleicht hier nochmal einen Ablass Da nochmal ein Segen Das macht das Kraut nicht fett Richtig Fugger bietet sieben Millionen Und für ihre Neffen die Schwester Karls Ergo Was haben wir vom Papst zu erwarten? Nichts Was haben wir vom Fugger zu erwarten? Viel Was passiert, wenn wir uns gegen den Papst stellen? Nichts Was passiert, wenn wir uns gegen Fugger stellen? Viel Aber was macht man mit Karl? Wenn so ein junger Bursche auf den Thron kommt Er glaubt doch gleich, die ganze Welt gehört ihm Wenn das kein Vorteil ist Karl herrscht über so viele Länder Überall Aufstände Ärger mit dem Adel Kriege mit Frankreich, mit dem Papst Wann kann der sich um Deutschland kümmern? Er wird uns ein paar Besucher abstatten Das ist alles Und wenn er abwesend ist Sind Kurfürstlichen halten der Reichsverweser Was ändert sich also? Nichts Aber wenn mir das noch nicht genügt Setzen Sie einen scharfen Wahlvertrag durch Der seine Rechte einschränkt Aber ein Kaiser Der nicht regieren kann Was ist das für eine Sache? Man wird eine Reichsregierung einsetzen Aha Ich verstehe Das freut mich Ein kleines Gremium erlaubt der Herren Die Deutschland regieren Und da Sie in diesem Gremium sowieso der erste Mann sind Regieren Sie in Deutschland Es fehlt Ihnen nur der Titel Aber Dafür bekommen Sie sieben Millionen Und die Schwester des Kaisers und die Familie Ich sehe mit Freuden, dass Sie bei mir denken gelernt haben Hier ist der Wahlvertrag Wann wird Sie Friedrich den Weisen nennen? Das hoffe ich sehr Karl der Fünfte Von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser König der Römer Immer Augustus König von Spanien Germania Sizilien Jerusalem Ungarn Dalmatien Kroatien Kroatien Der Balearen Der Kanarischen und Indianischen Insel Sowie des Festlandes jenseits des Ozeans Herzherzog von Österreich Herzog von Burgund Rabant Steier Kerl Krain Luxemburg Limburg Athen und Neopatrien Graf von Habsburg Flandern Tirol Pfalzgraf von Burgund Hennigau Fürth Roussillon Landgraf im Elsass Fürst in Schwab Herr in Asien und Afrika Gibt es einen, der einen längeren Titel hat? Ich wüsste nicht, Majestät Nun, Gattinara Majestät Fugger zahlt und Friedrich ist einverstanden Damit seid ihr Herr über Europa und den Rest der Welt Weiter Friedrich der Weise Kurfürst von Sachsen und Reichsverwesend Onkelchen Mein lieber Junge Ich bin ja so stolz Sprichst du Französisch? Nein Spanisch? Leider nein Ich werde nur mit Onkelchen regieren Ein guter Junge Ein lieber Junge Der Wahlvertrag Alle Freiheiten und Privilegien der Fürsten werden erhalten Die Fürsten errichten eine Reichsregierung Ohne unsere Einwilligung Keinen Krieg Kein Bündnis Keinen Vertrag Keinen Reichstag Keine Steuern Alle Ämter werden mit Deutschen besetzt Reichstage werden nur in Deutschland abgehalten So wahr mir Gott helfe So wahr mir Gott helfe Wollen Sie ihm auch noch Handschellen anlegen? Der Vertrag genügt Können Sie mir sagen, wie der Junge da noch regieren soll? Bin ich der Kaiser? Die Neuordnung der Welt Oder Eigentum Verpflichtet Zur Religion Was gibt's? Der Brief vom Papst an Luther Diese Friedensbotschaft? Inklusive Reisegeld Lassen Sie ihn verschwinden Wenn Luther von dem Brief erfährt Hier ist kein Brief angekommen Das fehlte gerade noch Wenn der drei freundliche Worte vom Papst liest, dann kriecht er doch sofort zu Kreuz Mir langt die Geschichte mit dem Miltitz und ausgerechnet jetzt Haben Sie denn nicht gehört? Hutten, Sickingen, die Ritter Die Herren machen eine eigene Partei auf Die Herren machen auf national Ein einiges deutsches Reich unter einem starken Kaiser Karl Und die Fürsten an den Galgen Es geht nur um das Vermögen der Kirchen Worum sonst? Die Herren wollen sich sanieren Denen stehen die Schulden bisher Die rettet nur noch das Kirchengut Herr Fugger hat recht gehabt Wenn die Ablässe nicht mehr gehen, kassiert man am besten gleich die ganze Kirche Wissen Sie, dass zwei Drittel des deutschen Grundbesitzes der Kirche gehört? Zwei Drittel? Haben Sie mal gezählt, wie viele Klöster, Stifte, Kirchen es in meinem Lande gibt? Und alle sind voll mit Schätzen und Kunstwerken in Jahrhunderten gesammelt Kostbare Gewändergeräte aus Gold und Silber Ich träume nachts davon Aber ich brauch einen Grund Einen handfesten Grund Klargeschöften hab ich genug bergeweise Die Reichstagsakten, Gutachten für Maximilian, Bücher vom Hutten Alles klargeschöften Ich brauche Begründungen Ich kann nicht einfach das Vermögen der Kirche einstecken Man muss es erklären können Hutten sagt national Ich bin ein christlicher Fürst Ich kann nur enteignen, wenn ich damit ein gottgefälliges Werk tue An den christlichen Adel deutscher Nation Kurfürstlichen Adel müssen wir Luther auch immer lesen Der Reichstag in Worms steht vor der Tür Ich will wissen, ob ich die Kirche einstecken kann oder nicht Eine einfache Frage Eine einfache Antwort Hiermit Ja Gut Und wie Wir haben da einen ganz einfachen Trick gefunden Wir sind alle Priester Dann machen Sie mir keinen Ärger, Spalatin Das Zölibat wird natürlich aufgehoben Und dann lässt sich darüber reden Jeder, der getauft wurde, ist Priester Geistlicher wird man so, wie man Bürgermeister ist Kinder Kinder Stimmt das denn? In der Bibel steht nichts Gegenteiliges Und wir haben sie von vorne bis hinten durchgelesen Naja Wenn es nicht drin steht Also Priester Daraus folgt Wenn wir alle Priester sind, brauchen wir keinen besonderen Priesterstand Das heißt, die Priester sind überflüssig mit ihnen, die römische Kirche Es gibt nur noch weltliche Gewalt und weltliches Recht Das geistliche Recht können wir verbrennen Kinder 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 Die Bibel Aber wie komme ich an das Geld? Wir haben da eine alte Notstandstheorie ausgegraben Wenn die Kirche ihrer Pflicht nicht nachkommt, ist es Aufgabe der weltlichen Gewalt zu reformieren Ja, werde ich also die Kirche reformieren, aber wie komme ich an das Geld? Dafür haben wir eine kleine Spezialschrift gedruckt Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche Und hier beweisen wir, dass es eigentlich nur zwei Sakramente gibt Taufe und Abendmahl Und die anderen? Sind überflüssig In der Bibel steht nichts von ihnen Und damit sind unsere lieben Priester und Mönche alle samt arbeitslos Denn was sollen sie noch tun, wenn fast alle Sakramente wegfallen? Sie werden gehen müssen Und damit sind alle kirchlichen Pfunden, Einkünfte und Stiftungen frei Das Vermögen der Kirche kann für andere Zwecke verwendet werden Und damit das schöne Geld nicht in Unrecht der Hände fällt, nehme ich es in meine Hände Denn ich bin ein christlicher Fürst und habe das Recht und die Pflicht, die Kirche zu reformieren Kurfürstliche Gnaden verstehen es ausgezeichnet Und dabei ist es Religion? Gottes Wort Wir halten uns als gläubige Christen streng an Gottes Wort Und gegen Gottes Wort ist bekanntlich schwer anzukommen Und wenn nun aber einer auf dem römischen Klavier spielen will Das macht gar nichts Wir haben zwar alle Änderungen ermöglicht, aber es muss nicht geändert werden Es kann in allem auch so gehen wie bisher, es ist egal Ganz wie kurfürstliche Gnadenbelieben Also eine reine Glaubensfrage Eine reine Glaubensfrage Ja, wenn das so ist, dann werden wir beten, dass Gott uns den rechten Glauben schenkt Was Worms betrifft, haben kurfürstliche Gnaden mit dem Luther bestimmte Absichten? Oh ja Ich kenne verschiedene Herren, die schon lange auf der Suche nach dem rechten Glauben sind Des Volkes Ruhe Hat der Papst geschrieben Nein Nur die Bannandrohung ist gekommen Wird er den Bann verhängen? Man muss damit rechnen Ich habe doch an den Papst geschrieben, dass ich alles tun werde, was er will Warum antwortet er nicht? Das weiß der liebe Himmel Aber er kann mich doch wenigstens anhören Er kann mich doch nicht so einfach in den Bann tun Ihr habt viel geschrieben Meine Bücher Ihre Verbreitung ärgert mich nur, am liebsten sehe ich sie alle auf einmal verschwinden Das geht nun nicht mehr, ihr seid inzwischen der Luther Ich wünsche nichts mehr, als von meiner Professur loszukommen und mich in irgendeinen Winkel zu vergraben Ich führe diesen Lehrstuhl gegen meinen Willen, ich habe nur Ärger davon Sprecht mit dem Fürsten Er soll mich entlassen Der Fürst wünscht eine starke Entgegnung auf die Bannandrohung Man sollte die Angelegenheit mit Schweigen übergehen, sonst wird der Bann noch eines Tages durch uns Geltung erlangen Das Beste ist, wenn man die Sache sich selbst überlässt Sie wird dann einschlafen Der Kurfürst wünscht die Entgegnung in zwei Fassungen, lateinisch und deutsch Die lateinische Bitte recht scharf für die Gelehrten, die deutsche Milder Wir wollen das Volk nicht weiter beunruhigen Wenn ihr mich nicht so drängtet Würde ich die ganze Sache jetzt Gott befehlen Und keinen Schritt mehr weiter tun Wir leiten jetzt die Wormser Geschichte ein Ihr kommt wahrscheinlich vor den Reichstag und werdet nicht widerrufen Genaue Anweisungen folgen noch Kann ich verbrannt werden? Da werden eher die anderen brennen Für mich selbst fürchte ich nichts Es geschehe, was Gott will Ich freue mich von ganzem Herzen für eine so gute Sache zu leiden Umso besser Daher werde ich an den Kaiser schreiben Dass ich nicht daran denke zu erscheinen Wie? Falls ich nur widerrufen soll Ich verstehe nicht Aber lieber Spalatin Das ist ja ebenso gut, als ob ich schon in Worms gewesen Und wieder nach Wittenberg zurückgekehrt wäre Die Reise kann ich mir doch sparen Widerrufen kann ich hier auch Wollt ihr widerrufen? Gottes Wille geschehe Ja oder nein? Wenn der Kaiser mich töten will, komme ich natürlich Obwohl es mir lieber wäre, wenn die Päpstlichen mein Blut an ihren Händen hätten Lieber Doktor, ich muss euch furchtbar enttäuschen Weder der Kaiser will euer Blut noch der Papst Daher bitte ich den Fürst Dass er beim Kaiser dafür sorgt, dass ich freies Geleit bekomme Und nicht verfolgt und verdammt werde Ihr bekommt Geld, Räte, Bewachung, kaiserliches Geleit Ich bitte nicht meinetwegen An mir ist nichts gelegen Es ist ja auch nicht meine Sache, lieber Spalatin Es geht um das Heil der Christenheit Und der deutschen Nation Selbstverständlich Reisepläne 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 Nun? Da ist mal wieder eine Entgegnung fällig, Melanchthon. Den Papisten werde ich die Bulle um die Ohren fetzen. Ich würde erst einmal abwarten. Ja, mir wäre auch lieber, die Sache nehme ihren Lauf. Denk daran, dass du dieses Werk im Namen Jesu Christi angefangen hast. Es könnte allzu leicht im Namen der Fürsten enden. Du siehst das falsch, Karlstadt. Wenn ich mich mit den Fürsten einlasse, dann nur darum, weil sie durch den Dienst, den sie mir leisten, sich um das Wort Gottes verdient machen und dadurch gerettet werden. So sehe ich das auch. Mit dir kann man nicht diskutieren. Übrigens gehe ich nach Worms. Bist du verrückt? Ich weiß, Melanchthon, mir steht ein großes Martyrium bevor. Aber um mich habe ich keine Angst. Wir triumphieren über Papst und Kaiser. Wir werden auch die Fürsten besiegen und verachten. Reichstag zu Worms. Oder hohe Politik als Verbindung aller denkbaren Möglichkeiten. Es darf nur keiner widerrufen. Dieser blöde Reichstag. Worms. Worms. Ich bin schon ganz melancholisch, seitdem ich in Deutschland bin. Gartinara, dein Vortrag. Um Spanien steht es schlecht. Bürgerkrieg. Wir haben Beweise, dass der Papst dahinter steckt. Der König von Frankreich nutzt die Lager aus und greift in Spanien und in Holland an. Wir müssen handeln. Ich schlage vor, wir greifen die Franzosen in Mailand an. Wenn wir Oberitalien besitzen, haben wir ganz Italien. Und Frankreich hat eine wichtige Position verloren. Gegen den Papst und gegen den König von Frankreich? Verbündete, heißt die staatsmännische Antwort. Die deutschen Fürsten müssen uns die Soldaten stellen und der Papst muss sich auf unsere Seite schlagen. Und wie schafft man das? Nun, ich werde zunächst mal Fugger einen kleinen Wink geben. Das hilft immer. Und dann würde ich mich sehr intensiv um diesen Luther kümmern. Dieser blöde Mönch? Er gehört zur Fürstenpartei. Die Ritterpartei steckt mit drin und die steht dann auch. Und die Kurie zittert, wenn man nur seinen Namen ausspricht. Hier, ein Schreiben unseres römischen Botschafters. Er empfiehlt den Luther in unsere Gunst zu nehmen. Mit seinen Predigten könnten wir dem Papst die größten Schwierigkeiten bereiten. Luther ist ein wichtiger Mann. Und deshalb sollten wir ihn benutzen. Onkelchen will ihn mit auf den Reichstag bringen. Selbst wenn wir es wollten, könnten wir das nicht verhindern. Also laden wir ihn offiziell ein. Dem Papst könnte man damit andeuten, dass es vielleicht eine Religion gibt, die für uns viel nützlicher ist als seine. Wenn erst mal halb Europa dem Luther glaubt, da brauchen wir gar nicht mehr nach Rom zu marschieren, dann trägt man uns nach Rom. Was glaubst du, wie schnell der Papst auf unserer Seite ist? Gut. Lass dem Papst ausrichten, wenn er meine Angelegenheiten in Verwirrung bringt, dann werde ich ihm eine Verwirrung anrichten, aus der er nicht so leicht herausfinden wird. Er soll sofort seine Hände von Spanien lassen. Außerdem wünsche ich von ihm einen Angriffspakt gegen Frankreich. Über die Glaubensfrage lachen die doch alle. Luther ist der Narr, den man braucht, um das Spiel zu spielen. Spielen wir mit? Friedrich benutzt ihn, Karl benutzt ihn. Benützen wir ihn auch? Du bist der Papst. Ich habe Schulden beim Fugger. Acht Millionen. Und kann nicht mal die Zinsen zahlen. Ich habe ihm schon mal einen wertvollsten Ring geben müssen. Wenn er mir jetzt plötzlich einen Kredit von 20 Millionen gibt, den nehme ich doch. Einen Kredit, um deutsche Söldner zu kaufen? Hauptsache, wir haben erst mal das Geld. Willst du dich wirklich mit Karl verbünden? Habe ich die Wahl? Wenn der sich mit den Deutschen verbündet, sind die in zwei Wochen hier. Karl allein ist schon schlimm genug. Aber Karl und Deutschland, das wäre unser Todesurteil. Die dürfen sich nicht einigen. Auf keinen Fall. Karl muss über diesen Luther die Reichsacht verhängen. Unbedingt. Dann haben wir sie in zwei verschiedenen Lagern. Und Deutschland ist geteilt. Und wenn Karl dann vor unserer Haustür steht, stehen in seinem Rücken die deutschen Fürsten mit Luther. Und damit haben wir alle Möglichkeiten, ihn in die Hölle heiß zu machen. Ich kassiere notfalls die Bulle. Eine deutsche Nationalkirche wie in Frankreich. Warum nicht? Man müsste diesem Luther geradezu dankbar sein. Luther, der Retter der römischen Kirche und des Papstes. Also, schreibt an Karl, wenn er über Luther die Reichsacht verhängt, bekommt er seinen Vertrag gegen Frankreich. Sonst nicht. Der Papst als Schirmherr der deutschen Reformation. Wir werden den Wörtern noch einmal heilig sprechen. Er darf nur nicht... Er darf nur nicht widerrufen. Wir brauchen 6000 Leuchterreiter, 2000 schwere Reiter, 30.000 Soldaten, 50 Geschütze, nebst Kanonieren, Pulver und je 200 Kugeln, sowie die Pioniere. Ich habe Frieden versprochen. Das sind eben die Spannungen zwischen den Idealen und dem für die Herrschenden nun einmal sehr berechtigten Eigennutz. Der König von Frankreich verbündet sich ja sogar mit den Türken, um Krieg zu führen. Und das sind Ungläubige. Und wir? Wir verbünden uns mit den Persern. Warum? Das sind die Feinde der Türken. Und Ungläubige? Ja. Aber dahinter? Sind da noch mehr Feinde und Ungläubige? Die Welt ist noch nicht ganz erforscht. Aber das System wird sich ohne Zweifel entwickeln lassen. Was sagt der Papst? Er will 16.000 Soldaten stellen. Und er bietet hier die Krone Neapels. Wenn du Luther verdammst, ist alles klar. Wenn ich Luther verdamme, kriege ich von den Fürsten nicht einen Pfennig und keine Soldaten. Ein sogenanntes diplomatisches Pakt. Da ist deine Gipfelkonferenz fällig. Deine erste große Aufgabe, Karl. Ab heute Majestät. Ich habe ein Staatsmännisches Problem. Ei, ich höre. Ich habe Geld. Luther kommt von den Reichstag. Ich habe Soldaten. Forderungen der Ritterpartei und des Volkes werden unterdrückt. Der Papst ist mein Verbündeter. Alle Gewalt liegt bei den Fürsten. Wird Luther wieder rufen? Nein. Gut. Aber ich belege Luther mit der Reichsacht. Das machen wir da. Der Kaiser kann das Edikt nur mit Genehmigung der Reichsstände erlassen, wenn das weiterhift. Das hilft weiter. Karlchen! Sagen wir so. Ich werde kurz nach Luthers Auftritt einen Gichtanfall bekommen und abreißen, meine Freunde, ebenfalls. Ohne Gicht. Damit ist das Kurfürstenkollegium und der Reichstag beschlussunfähig und du kannst erlassen, was du willst. Es ist alles ungültig. Aber der Papst weiß, wann der Reichstag geschlossen ist. Da empfiehlt sich eine kleine Korrektur. Wir werden das Edikt zurückdatieren. Auf einen Tag, an dem der Reichstag noch vollständig war. Ja, aber bitte. Es ist so und so ungültig. Da es dem Reichstag nichts vorgelegen hat, kann es auch nicht in den Reichstagsabschied aufgenommen werden und ist damit gesetzlos. Außerdem schlage ich vor, dass du mir das Ding gar nicht erst zuschickst, denn was soll ich mit ungültigem Papier? Und es belastet nur die Verwaltung. Lies es wenigstens. Was mir nicht vorliegt, existiert für mich nicht. Ich weiß von keinem Edikt. Sonst käme ich am Ende noch in die peinliche Lage der Öffentlichkeit zu beweisen, dass du ein ungesetzliches Edikt unterschrieben hast. Gut. Papierkorb. Aber Luther muss auch untertauchen. Wird geregelt. Onkelchen? Karlchen. Luther darf nicht widerrufen. Klar? Alles klar. Dieser Luther ist ein scharfes Messer. Wenn man es in die Hand bekäme. An den Mann kommt man nicht heran, Majestät. Friedrich, passt auf. Ich habe da so eine Idee. Wäre nicht mal wieder ein Konzil fällig? Überfällig, Majestät. Ein Konzil mag der Papst nicht, was? Es ist für ihn schlimmer als die Pest. Das Konzil kann ihn nämlich absitzen und einen neuen Papst wählen. Ein Papst, der das tut, was ich will. Der mir keine Verträge mehr diktiert. Ein Konzil wäre etwas sehr Schönes. Der Luther muss auf unserer Seite. Du kannst dir einen Orden verdienen. Ich habe bereits alle. Dann sieh zu, dass du sie behältst. Ist der Luther endlich da? Eben angekommen. Mannhaft? Nicht sehr. Er hat plötzlich alle möglichen Krankheiten. Dass er mir keinen Augenblick ohne Bewachung bleibt. Ich habe 100 Mann dafür abgestellt. Das Haus in dem Ruhl ist von uns besetzt. Zwei unserer besten Leute liegen mit Ihnen in einem Zimmer. Dass die mir nicht schlafen. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sie müssen ihm jetzt entgegenkommen. Er hat Angst. Nach seiner Zeit ist sowieso abgelaufen. Er hat seine Aufgaben erfüllt. Wir werden ihn gefangen nehmen. Sagen Sie ihm, dass ich ihn verstecken werde, wenn er nicht widerruft. Nehmen Sie ein paar gute Leute. Täuschen Sie auf der Heimrasse einen Überfall vor. Und bringen Sie ihn an einen sicheren Ort. Er schwärmt schon lange für eine Burg. Wir könnten ihn auf die... Keine Namen. Nichts. Ich weiß von nichts. Ich habe keine Ahnung. Aber wir könnten uns doch unabhängig von Luther über die Vorzüge Ihrer Burg... ... und erhalten. Das können wir. Ich würde zum Beispiel sagen, die Wartburg ist eine sehr schöne, ruhige Burg... ... rund um nur Wälder wenig Menschen. Schöne Zellen. Kurz, für Leute, die sich einmal zurückziehen wollen, das Ideale. Ich stimme Ihnen zu, aber von Luther weiß ich nichts. Ich schwöre, vor Gott dem Allmächtigen, mit dieser Sache habe ich nichts zu tun. Er widerruft. Er widerruft nicht. Er widerruft. Er widerruft nicht. Er widerruft. Er widerruft nicht. Bedenkzeit. Er hat um Bedenkzeit geweten. Bedenkzeit. Spallertin! Spallertin! Ist der denn wahnsinnig? Ist der übergeschnappt? Was bildet er sich ein, mein Renommee? Bedenkzeit! Wofür ist der Kerl denn hier? Will der mich blamieren? Erstens hat er nur christliche Bücher geschrieben, die er nicht zu widerrufen braucht. Zweitens Streitbücher gegen den Papst, die will er gerne ändern. Drittens Diskussionen über den Glauben. Diskussionen braucht man nicht zu widerrufen. Viertens, er will belehrt werden. Wenn er geirrt hat, will er widerrufen. Stellen Sie ihn neben mich. Er widerruft. Er widerruft. Er widerruft nicht. 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 Oh, Karlchen. Ich reiß ab. Schon? Etwas Schlimmes? Ja, die Gicht. Diese Schmerzen unanträglich. Tut mir leid. Gute Reise. Schlagen Sie den Tod, schlagen Sie den Tod. Schlagen Sie den Tod Die Welt ist verändert. Die Menschen sind verändert. Der Mönch Martin Luther trägt statt einer Kutte weltliche Kleidung, heißt jetzt Junker Jörg, und lebt nicht mehr in einem Kloster, sondern auf einer Festung. Auch Thomas Münzer und Andreas Karlstadt nehmen mit vereinten Kräften an der großen Veränderung teil, während Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen sich diese Veränderungen ganz anders vorgestellt hat. Bad Brot, Turm 1, Leitwarte Junker Jörg übernimmt Tadiskarte. Guten Morgen, Junker Jörg. Guten Morgen. Darf ich fragen, ob der Herr Junker eine gute Nacht hatten? Oder musste der Herr Junker wieder mit dem Teufel kämpfen? Mit dem Teufel. Drei Mal war er heute Nacht da. Erst knackte es und krachte es überall. Die Balken. Nein, nein, der Teufel. Dann auf einmal ein Hui. Hui. Der Wind. Nein, der Teufel. Da höre ich ihn plötzlich auf dem Gang. Wer einen schweren Sack in die Hölle schleift. Spielt mir nicht den Luther. Die Leute möchten mir sonst noch draufkommen, was dahinter steckt. Sie sind dumm und merken nichts. Ich habe die Verantwortung, wenn mit euch was passiert. Der Fürst hängt mich auf. Mit dem Fürst kann man reden. Ihr, als Theologe. Ich bin Hauptmann. Ihr habt Gottes Wort in der Tasche. Und immer eine Ausrede. Ich habe nur die Dienstvorschrift. Und die hängt mich. Fleißig? Ich übersetze die Bibel ins Deutsche. Ins Deutsche? Gibt es doch schon. Mein Vetter ist Bibliothekar in Nürnberg. Der hat ganze Regale voll mit deutschen Bibeln. Die taugen alle nichts. Ich habe hier eine. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Hier steht... Ich verstehe nichts davon. Geht ihr mit mir auf die Jagd? Ein paar Hasen? Warum Hasen töten, wenn so viele Christenfeinde leben? Auch ein Standpunkt. Von Wittenberg nach Altstadt. Wir müssen es selber tun, Karlstadt. Sie werden es nicht für uns tun. Man muss die Gottlosen aus dem Weg räumen, damit die Gerechten Zeit und Raum haben. Es ist nicht möglich, dass ein Mensch bei dieser Tyrannei zum Nachdenken kommt. Ganz Deutschland schuftet, damit einige Herren prassen können. Die Leute wachen auf. Sie wollen keine Ochsen sein, die einen Prunkkarren ziehen. Man hat ihnen erzählt, dass sie Tiere sind. Und sie merken plötzlich, dass sie Menschen sind. Ich war in Zwickau bei den Tuchmachern. Ich war in Joachimsthal bei den Bergarbeitern. Ich war jetzt in Prag. Und? Ausgewiesen. Wie üblich. Du warst überall, Münzer, und sie haben dich überall ausgewiesen. Es stört mich nicht. Ich bin es gewohnt. Im Gegenteil. Wenn ich nach drei Tagen nicht ausgewiesen werde, bin ich misstrauisch. Dann stimmt etwas nicht an meiner Predigt. Nein, nein. Gesetzliche Reformen. Schritt für Schritt. Dagegen kann keiner etwas haben. Hier. Der Entwurf unserer neuen Gemeindeordnung. Wir richten eine gemeinsame Kasse ein. Alle kirchlichen Einnahmen kommen jetzt in diese Kasse. Von den Wertsachen der Klöster und Kirchen wird ein Inventar angelegt. Damit ihr sie später in der fürstlichen Schatzkammer wiederfinden könnt. Abwarten. Verwaltet wird die Kasse von zwei Ratsherren, zwei Vertretern der Gemeinde und einem Schreiber. Keiner soll mehr betteln. Arme, Kranke und Waisen werden unterstützt. Begabte Kinder erhalten ein Stipendium, damit sie studieren können. Die anderen sollen ein Handwerk erlernen. Unbemittelte Handwerker und arme Leute erhalten kurzfristige Kredite. Zinslos. Überschüsse kann man für die Anschaffung von städtischen Vorräten verwenden. Getreide oder so. Sollte das Geld nicht reichen, muss jeder Bürger je nach Vermögen etwas beisteuern. Dann müssen wir uns um neue Lehrer kümmern. Die Priester erhalten drei Viertel ihrer bisherigen Einnahmen als Gehalt und im Übrigen wird hier die evangelische Messe gehalten. Wirst du es durchbringen? Der Rat ist dafür und sämtliche Einwohner. Und der Fürst? Es ist alles gesetzmäßig. Ruhe und Ordnung, Abstimmung im Rat. Der Fürst muss das einsehen. Aber das Gefängnis ist schon voll. Er kann doch nicht die ganze Stadt einsperren. Ich glaube, da ist bald eine Ausweisung fällig. Das Reich und die Herrlichkeit und die Ordnung der Untertanen. So was beschließt man hier? So was beschließt man in meinem schönen Wittenberg? Da ist das Dankbarkeit. Spalatin, ist das Dankbarkeit? Frau Fürst, die Gnaden, es ist keine Dankbarkeit. Gemeindeordnung der Stadt Wittenberg. Das ist Aufruhr, Revolution. Mir verschlecht's die Sprache. Die Kirchengüter werden unter die Armen verteilt. Solche gotteslästerlichen Dinge will ich gar nicht erst lesen. Das dreht ja die Welt herum. Gemeindeordnung. Ausgerechnet jetzt, wo ich den Vorsitz der Reichsregierung übernehme. Was soll ich denn meinen Kollegen sagen? Soll ich sagen, die Kirchengüter sind für die Armen? Meine Hauptstadt zieht alles ein und... Ich darf zusehen. Ich blammiere mich ja bis auf die Knochen. Ganz Deutschland wird über mich lachen. Ich werde nicht mehr Friedrich der Weise heißen, sondern Friedrich der Beschessene. Da hätte man die Sache mit dem Luther ja gar nicht erst... anfangen brauchen. Ich mach mich für diesen Mann stark und wenn's ans Kassieren geht, haben meine Untertanen schon ausgeräumt. Das ist ja gegen jede Natur. Kurfürstliche Gnaden können es verbieten. Ja, ich verbiete es. Ich verbiete es ganz entschieden. Was mit den Kirchengütern geschieht, bestimme ich. Ich ganz allein. Das steht hier von der Messe. Deutsch-Evangelisch. Was ist das? Karstadt hat die Messe reformiert. Habe ich das nicht verboten? Strengstens. Er hat es trotzdem gemacht? Trotzdem. Karka. Kurfürstliche Gnaden, die Leute werden uns das Schloss anzünden. Da haben Sie es auf, Ruhe, Revolution. Und damit soll ich die Reichsregierung übernehmen? Mit der Revolution im eigenen Land? Na, die anderen Herren werden sich bedanken. Da, Spalatin. Ich gebe Ihnen zwei Wochen. Wenn ich die Regierung übernehme, herrscht hier absolute Ruhe. Gemeindeordnung. Weg. Messe. Weg. Weg. Kirchengüter zu meiner Verfügung. Ich will ein Musterland haben. Man kann über alles lesen, diskutieren und predigen. Aber es bleibt alles beim Alten. Es wird nichts geändert. Kurfürstliche Gnaden, da brauchen wir den Luther. Ach, der spuckt doch auch nur große Töne. Er hat jetzt zehn Monate gesessen und es hat ihn weich gemacht. Und was werden die anderen Herren sagen, wenn ich ihn wieder herauslasse? Doch, wenn er für Ruhe und Frieden sorgt. Nichts. Sie sehen ja, was passiert, wenn man ihn entfernt. Es kommen neue Leute. Und die predigen nicht nur gegen die Kirche, die predigen auch gegen uns. Wenn die erst mal Fuß fassen. Ich will nichts damit zu tun haben. Nichts. Gar nichts. Ich will einen Brief von ihm haben. Für die Reichsregierung. Einen Brief, in dem er mir schreibt, warum er wieder nach Wittenberg kommt. Dass er gegen unseren Willen und ohne unser Wissen kommt. Dass er in allem Maß halten will, dass er niemand zur Last fallen will. Und den Brief bitte so abfassen, dass ich ihn bei der Regierung vorlegen kann. Theologen geraten in die Politik und Gottes Wort führt zu verschiedenen Wegen. Habt ihr den Brief für den Fürst? Sehr hübsch formuliert und sehr mutig. Aber das müsst ihr noch mal umschreiben. Das kann man der Reichsregierung nicht vorlegen. Ich werde euch ein neues Konzept schicken. Danke. Ich kann selber schreiben. Abschreiben ist sicherer. Lieber Doktor, der Fürst wünscht Ruhe in seinem Land. Ruhe und nochmals Ruhe. Was da in letzter Zeit passiert ist, ist nicht in unserem Sinne. Das Volk lief den ganzen Tag durch die Straßen. Versammlungen, Abstimmungen, Diskussionen. Von morgens bis abends Sprechchöre. Das Volk hat alle Ursache zum Dreschfliegel zu greifen. So wie es hierzulande drangsaliert und geschunden wird. Ein Karlstadt genügt uns. Immer nur predigen und nicht ändern. Da hätte man gar nicht erst mit dem Predigen anfangen brauchen. Ihr seid unter Umständen schneller wieder auf der Wartburg, als euch lieb ist. Und wo sind meine Briefe, meine Manuskripte, die ich von der Wartburg geschickt habe? Nichts ist angekommen. Keiner hat sie gesehen. Wir haben sie zurückgehalten. Was? Ich verlange, dass meine Manuskripte gedruckt werden. Sofort. Über zwei kann man reden, wenn alles ruhig bleibt. Aber die Schrift gegen Kardinal Albrecht wird nicht gedruckt. Der Fürst hat sich mit ihm angefreundet. Sie wird gedruckt. Sie wird nicht gedruckt. Und wenn ich euch, den Fürsten und alle Welt, ins Verderben stürze, ich will, dass sie gedruckt wird. Also gut. Wird sie nicht gedruckt. Was liegt daran? Der Fürst zahlt euch ein Anfangsgehalt von 20.000 jährlich. Und wo wohne ich? Im Augustinerkloster. Es steht jetzt leer und wartet auf einen neuen Herrn. Und es ist eine schöne, reiche Fründ. Die alte Welt verschwindet. Luther. Mein lieber Melanchthon. Du siehst, notgedrungen habe ich mich lebend mitten in das Wüten von Papst und Kaiser gestürzt, um den Wolf aus meiner Hürde zu vertreiben. Schutzlos umgeben von Feinden, nur den Himmel über mir. Ich habe eine stille Kammer gefunden, wie du es wolltest. Du kannst dort ganz im verborgenen Leben. Christi, Gedanken kenne ich nicht. Aber ich weiß, dass ich nie so mutig war wie jetzt. Nun geht es erst richtig los. Ja. Und damit du nicht auf das falsche Pferd setzt. Es ist Gottes Willen, dass alles wieder rückgängig gemacht wird. Rückgängig? Ja. Ich habe anscheinend immer eine besondere Gefahr zu bestehen. Erst Augsburg, dann Worms, jetzt Wittenberg. Aber du hast doch gesagt, dass du mit allem einverstanden bist. Habe ich das? Wie willst du das den Leuten klar machen? Lieber Melanchthon, wir haben so oft vom Glauben geredet, von der Hoffnung auf das, was man nicht sieht. Warum wollen wir es nicht mal mit dieser Lehre wagen? Es geschieht ja auf Gottes Befehl und nicht auf unseren Willen. Ich verstehe nicht. Wir fahren am besten, wenn wir auf der mittleren Straße bleiben. Soll man mir Falschheit vorwerfen, weil ich auf den Fürsten höre oder mein Doppelspiel verfluchen, ich beruhige mein Gewissen, indem ich mir sage, dass es der gebräuchliche Stil ist. Die neue Welt beginnt sich zu drehen. Schau an, unser Märtyrer. Über ein kleines so seht ihr mich nicht und über ein kleines so seht ihr mich. Was macht eine 15-Jährige? Sie bleibt mir das Bett. Über unser schönes Wittenberg hört man ja auch so allerlei. Was? Es ging wohl ein bisschen drunter und drüber. Ach, dem Hof ging es drunter und drüber. Uns hat es Spaß gemacht und wir fanden alles sehr ordentlich. Aufruhr, Gewalt, Empörung. Was hast du nur aus Wittenberg gemacht? Wir hatten die Freiheit, uns die Freiheit zu nehmen. Schwarmgeisterei. Wenn wir die Freiheit in Anspruch nehmen, dann ist die Freiheit plötzlich nicht mehr für uns da. Dann hast es auf einmal Ordnung. Ordnung, liebe Kinder. Bedenkt um Gottes Willen. Ordnung muss sein. Fragt sich nur, wessen Ordnung? Hier. Das ist unsere Ordnung. Gemeindeordnung der Stadt Wittenberg. Beschlossen vom Rat und von den Bürgern dieser Stadt. Wird rückgängig gemacht. Wenn du schon so für Ordnung bist, hättest du es ja wenigstens einmal lesen können. Es steht nämlich auch darin, dass in dieser Stadt eine deutsche evangelische Messe gehalten wird. Wird rückgängig gemacht. Alles wie in der guten alten Zeit, Beichte und Kommunion wie bisher, Messgewänder, Gesang, alle Zeremonien. Und Lateinisch. Warst du nicht mal Veränderung? Man kann auch so Abhilfe schaffen. Und wie? Ich denke mir, die Priester lassen stillschweigend ein paar Worte aus. So kann man evangelische Messe halten, ohne dass das Volk etwas davon merkt. Das sind natürlich einschneidende Änderungen. Die Obrigkeit merkt nichts, weil sie nicht in die Kirche geht. Und das Volk merkt nichts, weil es kein Latein kann. Du nimmst das alles viel zu wichtig. Es ist egal, wie man das Abendmahl nimmt, ob man beichtet, ob man fastet, ob man im Kloster bleibt oder nicht. Alles ohne jede Bedeutung dieser Gottesdienst. Eine öffentliche Theaterpredigt für das Volk. Und die Einnahmen deines Volkstheaters? Das Vermögen der Klöster, die Ländereien, auch alles ohne Bedeutung? Natürlich. Ach. Wie erfreulich für den Fürsten. In unserer Gemeindeverfassung steht, dass es uns allen gehört. Hör mir mit deiner Gemeindeverfassung auf. Was ich brauche, steht in der Bibel. Auch nur ein Buch. Gottes Wort. Das ist ein Buch von Menschen geschrieben, gedruckt und verkauft. Das ist für alle Ewigkeit Gottes Wort. Pass auf, Luther. Mit diesem Buch kann man Menschen töten. Dann merk es dir. Ich werde morgen predigen, dass... Du wirst hier nicht mehr predigen. Gut, dann werde ich schreiben. Du wirst hier auch nicht mehr schreiben. Muss ich Wittenberg verlassen? Gottes Wille geschehen. Soll ich dir sagen, was du in Wirklichkeit denkst? Wozu? Du gibst deine ganze Bibel her, wenn du auf unserer Seite stehen könntest. Gott gebe uns allem, dass wir auch leben, wie wir lehren und die Worte auch in die Tat bringen. Der Himmel ist eisern. Die Erde eher. Es hilft kein Bitten mehr. Die alte Welt verschwindet im Dunkeln. Die neue Welt beginnt sich zu drehen und zeigt sich der aufgehenden Sonne. Außerordentliche Gesellschafterversammlung der Firma Jakob Fugger. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Das ist dein Globus, meine Herren. Von unserem guten Beheim. Gott erschuf die Welt und gab ihr in seiner übergroßen Güte die Form einer Kugel. Rund und handlich. Damit man sie umschiffen kann und Handel treiben kann. Neue Länder, neue Geschäfte. Italien, das ganze Mittelmeer wird uninteressant. Die großen Geschäfte kommen über die großen Ozeane. Punkt 1, Indien. Meine Herren, Europa braucht Gewürze. Gewürze holt man in Indien über den Landweg. Aber das ist uninteressant, seitdem ein Herr Vasco da Gama für Portugal einen direkten Weg nach Indien entdeckt hat. Über sie. Sie erinnern sich sicher an den großen Börsenkrach. Lissabon liefere plötzlich für den halben Preis und die Portugiesen haben seitdem das Gewürzmonopol. Aber wir sind doch beteiligt. Ich will keine Beteiligung, ich will das Monopol. Dazu brauche ich einen eigenen Weg nach Indien. Und da die Erde, wie unsere Wissenschaftler behaupten, rund ist, müsste man also nicht nur von dieser Seite, sondern auch von der anderen Seite nach Indien kommen. Unser guter Kunde Karl, unter anderem Herrscher über Spanien, hatte daraufhin ein Einsehen und schickte einen gewissen Magalaisch auf die Reise. Meine Herren, was soll ich Ihnen sagen? Die Erde ist rund. Ist die Flotte zurück? Seit zwei Wochen. Die Wissenschaftler haben recht. Und wir haben unseren Privatweg nach Indien. Man muss nur schnell genug die Hand darauf legen. Aber lieber Herr Fugger, welches Risiko? Was kann da alles passieren? Fremde Länder, fremde Meere. Die Schiffe können absaufen. Das ist doch eine Riesenspekulation. Die Portugiesen arbeiten mit Profiten bis zu 1000%. Da dürfen schon mal ein paar Schiffe ausbleiben. Bedenken Sie bitte auch, dass wir in Indien, wie überhaupt im ganzen Orient, einen Riesenmarkt für unser Kupfer haben. Einen Markt, den wir jetzt direkt beliefern können. Wir verdienen also zweimal. Punkt 2. Amerika. Die Statistik der Gold- und Silberzufuhr aus Amerika, sie steigt ständig. Das könnte auf die Dauer unseren europäischen Markt gefährden. Deshalb müssen wir uns da einschalten. Wir brauchen in Amerika eigene Bergwerke. Am besten gleich eigene Kolonien. Wir haben sowieso die besten Ingenieure und Facharbeiter. Man ist da jetzt auf uns angewiesen. Leider halten die Indios unsere fortschrittlichen Produktionsmethoden nicht lange aus. Gott sei Dank haben sich die Neger als haltbarer erwiesen. Und Neger werden bekanntlich Freiküste in Afrika geliefert. Da trifft es sich nun, dass unsere Messingartikel in Afrika einen guten Markt haben und überaus beliebt sind. So werden wir also unsere Messingwaren in Afrika verkaufen. Die Neger werden wir in Amerika verkaufen. Das amerikanische Gold und Silber werden wir nach Europa holen. Dafür werden wir unser Kupfer in Indien verkaufen. Und die indischen Gewürze werden wir in Europa verkaufen. Meine Herren, dieser Globus ist kostbar. Der wird uns nicht davon kommen. Wir werden kaufen und verkaufen und ihn damit in Bewegung halten. Sie sehen, die europäische Zivilisation setzt sich unaufhaltsam durch. Gelobt sich, Christus. In Ewigkeit an. Ein Bittsteller. Majestät. Ich brauche Geld. Sofort. Heute noch. Darf ich Sie an Ihre wahrhaft majestätischen Schulden erinnern? Erzählen Sie mir nichts von alten Schulden. Das ist gegessenes Brot. Wie der Großvater selig. Reden Sie nicht von meinem Großvater. Wir leben in einer neuen Zeit. Mit den alten Schulden. Wollen Sie mir nichts mehr geben? Wie steht es mit der Rückzahlung? Es gibt auch noch andere Banken. Majestät, wenn ich an die Börse gebe, dass Sie zahlungsunfähig sind, ist der Anleihenmarkt für Sie tot. Keine Bank wird Ihnen auch nur einen Pfennig geben. Sie sprechen mit dem Kaiser. Ich spreche mit meinem Schuldner. Sie sind Majestät, weil ich gezahlt habe. Also? Was wollen Sie? Fenden? Da ist ein Schiff von einem gewissen Magalaisch zurückgekommen. Gewürze aus Indien bringen Gewinn. Dazu braucht man eine Flotte. Wie soll ich an eine Flotte kommen? Wenn Sie mir die Leitung des Gewürzgeschäftes übertragen, haben Sie in ein paar Monaten eine funkelnagelneue Flotte. Und die spanischen Kaufleute? Majestät, ich will das Gewürzgeschäft. Gartinara, genehmigt. Hultvoll. Sie dürfen sich at mir reinennen. Geld wäre mir lieber. Geben Sie mir Ihre Quecksilbergruben. Die Quecksilbergruben? Das Einzige, was wirklich Gewinn abwirft. Ich würde Ihnen in der Pachtzumme entgegenkommen. Aber dann haben Sie ja auch noch das Quecksilbermonopol. Gartinara... Genehmigt. Gnädigst. Noch ein Monopol gefällig, wo wir gerade dabei sind. Vielleicht sollte man es grundsätzlich klären. Ein Monopol auf die Monopole. Ich brauche Gelder auf Gelder. Meine Soldaten laufen auseinander. Ich will Frankreich besiegen. Wenn ich Frankreich habe, bin ich saniert. Gut. 20 Millionen für einen Krieg gegen Frankreich. Gelegt das? 20 Millionen. Schon gewonnen. Wenn Majestät die Siegesnachricht erhalten, wollen Sie bitte das hier unterschreiben. Was ist das? Einige Gedanken über Monopole. Sag mal, wer ist eigentlich der Herr Europas? Ich oder der? Wollen Majestät die Wahrheit wissen? Wollen Majestät die Wahrheit wissen? Verschiedene Wege führen zu Gott und Theologen in die Politik. Das ist nämlich die Ordnung. Herrscher, Untertanen, Arbeiter, Handwerksleute. Diese Ordnungen müssen in der Welt sein. Es müssen Übergeordnete da sein. Es muss verschiedene Stände geben. Man sagt, die unteren Stände sollen sich selber regieren. Daraus wird nichts. Gott weiß das. Deshalb hat er die Obrigkeit eingesetzt. Deshalb hat er den Kindern ihre Eltern gegeben, weil die Kinder von Natur böse sind. Denn wenn die Eltern in rechter Art fromm sind, so wird dem Kinder ohne Unterlass sein Eigenwille gebrochen. Und es muss tun, lassen und leiden, was es seiner Natur nach so gerne anders täte. Denn es muss jeder Mensch regiert werden und anderen Menschen untertan sein. Darum ist auch Ungehorsam eine größere Sünde als Totschlag, Unkeuschheit, stehlen und betrügen. Ein Geier ist ausgeflogen In Rüdau am Schwarzwald Er hat die Jungen aufzogen Die Bauern allen Palt Die Bauern allen Palt Sie sind auch fröhlich worden In deutscher Nation Und an ein zunder Orden Vielleicht wird's in Vulgon Vielleicht wird's in Vulgon Ich, Thomas Münzer Wünsche euch den Frieden, dem die Weltfeind ist. Denn die Unschuldigen werden gepeinigt Und unsere Herren behelfen sich gegen uns Indem sie sagen Ich muss dich martern Christus hat auch gelitten Du sollst mir nicht widerstreben Daher müssen wir genau untersuchen Warum ausgerechnet unsere Verfolger Die besten Christen sein wollen Der Schade der unverständigen Welt Muss erkannt werden In seinem ganzen Ursprung Denn die Wahrheit wird alle Menschen freimachen Da muss das Große dem Kleinen weichen Und vor ihm zu Schanden werden Ach, wüssten das die Arbeiter Es wäre ihnen ganz nütz Aber die Bauern und Arbeiter Wissen nichts davon Weil sie sich auf die verlogensten Leute Verlassen haben Die sagen Ach Gott, es sind arbeitsselige Leute Sie haben ihr ganzes Leben damit verbracht Ihre Nahrung zu verdienen Ja, auf dass sie den Herren Den Hals gefüllt haben Was sollte denn das einfache Volk wissen Es steht draußen Und hofft Dass es einmal gut wird Das Volk hat nie etwas anderes gehofft Und glaubt bis auf den heutigen Tag Die Herren wissen das Rechte Sie haben dem Volk die Bibel vorgeworfen Wie man den Hunden das Brot vorwirft Und wissen über sie doch nichts Als dass sie von altem herkommen ist Sie predigen, was sie wollen Und suchst du Rat bei diesen Gelehrten So sagen sie Glaube, lieber Mann, glaube Willst du nicht glauben, so fahr er zum Teufel Was mag sein, hier begehren Er drummen wieder Leute Es scheint ein Wahrhaft stehlen Es ist erst worden Zeit Es ist erst worden Zeit Es geschieht mit Gottes Willen Ist unser Sünden schuld Er kann's und wird's wohl spielen Gott, gib uns Gnad und Wohl Gott, gib uns Gnad und Wohl Es ist die größte Klage in der Welt Über die Arbeitsleute Wie ungehorsam, untreu, ungezogen Und nur auf ihren Vorteil bedacht sie seien Wenn sie sich nichts gefallen lassen Und frech werden wollten So lass sie fahren in Teufels Namen Es wird noch die Zeit kommen Dass sie gern um einen Bissen Brot dienen würden Solche Leute lassen nur getrost Geld fordern Solange sie können Aber Gott wird sein Gebot nicht vergessen Und ihnen auch entsprechend ihren Diensten lohnen Er wird sie an den Galgen hängen Im Schweiß deines Angesichtes Sollst du dein Brot essen Wie der Vogel zum Fliegen So ist der Mensch zur Arbeit geboren Das ist ein feiner, goldener Spruch Den jeder sich merken soll Sei gewiss Dass Gott für dich sorgt Besinnt euch nicht Woher soll ich Geld und rausnehmen Wo soll ich bleiben Die Bauern gebärden sich Als ob sie verhungern müssten Sie haben keine dankbare Freude an Gottes Gaben Es ist nicht möglich Dass Gott lasse jemand leiblichen Hungers sterben Es müssten eher alle Engel kommen Und ihn speisen Ich bin jung gewesen Und alt geworden Und habe noch nie gesehen Dass ein gläubiger Mensch Der Gott vertraut Verlassen gewesen wäre Oder sein Kind Nach Brot hätte gehen müssen Die Reichen sind dürftig Und hungrig geblieben Aber die Gott suchen Haben kein Gebrechen An irgendeinem Gut Jetzt red ich von den Bauern Und ihrem Regiment Manch einer heißt sie Lauben Und weiß noch nicht das End Und weiß noch nicht das End Es tun Schinder und Schader Die treiben über Mut Merkt auf ihr Wuchersknaben Es tut in die Lenk ein Gut Es tut in die Lenk ein Gut Du, liebes Volk Die dich heilig und gut heißen Die betrügen dich Und die dir ohne allen Unterlass sagen Glaube Glaube, dass dir der Rotz vor der Nasen pflastere Die sind den Schweinen und nicht den Menschen zuständig Denn es sieht ein jeder Dass sie nach Ehren und Gütern streben Deshalb musst du Einfacher Mann Selber gelehrt werden Auch dass du nicht länger verführt wirst Noch will es niemand zu Herzen nehmen Man meint es sei zu verschweigen Oh, der großen, elenden Blindheit Das doch ein jeder lernte Mit einem halben Auge zu sehen Betrachtet doch Was wir Christen für Menschen geworden sind Zanken uns täglich um Geld und Güter Und werden von Tag zu Tag gewinnsüchtiger Wahrlich, es sind feine Leute Sie haben einen gar festen und starken Glauben Aber man würde schön ausschauen Wenn man sich auf ihre Larve und ihr Geschwätz verließe Denn es ist kein Volk unter der Sonne Das sein eigenes Gesetz So erbärmlich verketzert und verflucht Wie die jetzigen Christen Ich wollte mich weit umsehen Auf dem ganzen Erdkreis Ansehen alle Völker Und viele von ihnen werden uns hoch überlegen sein Sie helfen unseren Brüdern Wir nehmen es unseren Brüdern Uns ist niemand so lieb Wie wir uns selber Und sollten wir es nicht in kurzer Zeit bessern Verlieren wir noch die natürliche Vernunft Vor lauter Eigennutz Wir müssen uns einträchtig zusammenfinden Mit den Menschen aller Nationen und Religionen Dann kommt die verborgene Wahrheit an den Tag Welche so lange geschlafen hat Die Zeit der Ernte ist da Liebe Brüder Das Unkraut schreibt jetzt an allen Orten Die Ernte sei noch nicht Doch die jetzige Menschheit Wird den rechten Schwung schon gewinnen Das glaube ich Niemand tut sich mehr schämen Ist in der Welt der Prat Ist in der Welt der Prat Bedenke Was für ein Kleinod es ist Still und friedlich im Herrn zu leben Auch wenn die Welt voll Unglück ist Woher das Unglück kommt Darum sorge nicht Denn Gott ist auch darüber Herr In gleicher Weise ist auch zu reden Von Gehorsam gegen die Obrigkeit Wir sind verpflichtet Sie zu ehren und hoch zu achten Als den teuersten Schatz Und das köstlichste Kleinod auf Erden Warum meinst du Ist die Welt so von Untreue Schande Jammer und Mord Weil jeder sein eigener Herr Und frei sein will Jede Seele Sei der Amtsgewalt Und Obrigkeit untertan Denn es gibt keine Gewalt Die nicht von Gott wäre Die Gewalt aber ist überall Wo es eine gibt Von Gott angeordnet Wer nun der Gewalt widersteht Wer widersteht Gottes Ordnung Wer aber Gottes Ordnung widersteht Der wird sich selbst Die Verurteilung zuziehen Seid untertan Der menschlichen Ordnung aller Art Das weltliche Regiment hat das Schwert Und es haut die Köpfe der Empörer Getrost hinweg Denn das ist der Wille Gottes Zu trinken und Gott scheren Hat genommen überhand Man kann schier niemand wehren Es ist fürwahr ein Schand Es ist fürwahr ein Schand Niemand ums Ander geben Man sagt gleich was man will In aller Unzucht leben Macht jetzt das Ungefäll Macht jetzt das Ungefäll Liebe Brüder Lasst uns das Loch weitermachen Auf das alle Welt sehen und greifen kann Wer unsere großen Herren sind Sie verstecken sich hinter ihrem gewinnsüchtigen Handel Durch welchen sie wie Kröten ineinander hängen Es kann von lauter Ausbeuterei Gewinn und Zinsen Niemand zu Verstand kommen Der Schade der Welt wird je länger Je breiter und weiter Noch wollen wir und können wir nicht sehen Das macht der göttliche Glaube Und wenn man ihnen da widerspricht Kehren sie die scharfen Zähne hervor Und sagen Ich wolle Aufruhr machen Ach liebe Herren Seid mit eurem tollen Glauben nicht so kühn Dass ihr alle anderen Euch natürlich ausgenommen Dem Teufel gebt Wie ihr es stets gewohnt seid Das Verteufeln hebt nun wieder aufs Schönste an Sie verketzern mit ihrem geschwinden Urteil Jeden der nur ein Wort gegen sie spricht Ich habe gesagt, dass das Volk die Macht hat Dass die Fürsten keine Herren Sondern Diener der Macht sind Sie sollen es nicht machen, wie es ihnen gefällt Sie sollen Recht tun Wenn das aufrührerisch ist Nun denn Es ist das allergrößte Gräuel auf Erden Dass niemand sich der erbärmlichsten Not annehmen will Die Großen machen, was sie wollen Sie selber sind die Ursache des Wuchers Der Dieberei und Räuberei Sie nehmen alle Kreatur zum Eigentum Die Fische im Wasser Die Vögel in der Luft Das Gewächs auf der Erde Alles muss ihnen gehören Darüber lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen Unter die Armen und sprechen Gott hat geboten Du sollst nicht stehlen So sie nun alle Menschen so nötigen Bauern, Handwerker, Arbeiter Und alles, was da lebt, schinden Und so sich dann einer vergreift Am allergeringsten Muss er hängen Die Herren machen das selber Dass ihnen der arme Mann Feind wird Der Bund, der hat geraten Jetzt sehr ein lange Zeit Es will nicht wohl geraten Das Loch ist worden weit Das Loch ist worden weit Wer mag das jetzt zu flicken Das kann ich nicht verstaun'n Die Sach will sich nicht schicken Es wird noch übel gau'n Es wird noch übel gau'n Ein freier Wille ist einer, der nichts Eigenes will Dadurch bleibt er dann auch frei Unser Wille ist das Größte in uns Und gegen ihn müssen wir bitten Oh Vater Lass mich nicht dahin geraten Dass es nach meinem Willen gehe Bisch meinen Willen Wehre meinen Willen Es gehe mir, wie es wolle Nur, dass es mir nicht nach meinem Sondern allein nach deinem Willen gehe Das muss so lange gehen Bis der Mensch Ganz gelassen Frei Und willenlos wird Und so friedsam und still wird Dass er nicht davon bewegt wird Ob es ihm wohl oder übel gehe Ob er sterbe oder lebe Ob er geehrt werde Ob er geehrt werde Ob er geehrt werde Ob er geehrt werde Oder geschändet Herrschaft, die tun sie schwecken Dass sie kam weiß wann aus Die Bauern tun's aufwecken Und nehmen's nach der Baus Und nehmen's nach der Baus Es seid mir seltsam kunden Sie wagen dir ihr Haut Sie hant ein Sinn erfunden Wer hätt ihnen das zutraut Wer hätt ihnen das zutraut Ach du arme Menschheit Wie bist du ganz und gar zum Hackblock geworden Denn die Herren sind nicht Herren Wegen ihrer guten Worte Sondern wegen der Furcht vor dem Galgen Sie sind nix anderes als Henker und Püttel Das ist ihr ganzes Handwerk Ihre Regierung äußert sich in Toben und Wüten Nach allem Mutwillen Und etliche fangen jetzt erst recht an Ihr Volk auszunehmen und zu bedrängen Ja, sie bedrohen dazu noch die ganze Menschheit Und peinigen und töten nicht nur ihre Leute Sondern auch die anderen Völker Sie möchten die ganze Menschheit verurteilen Damit sie allein die Obersten sind Und man sie vor allen anderen Fürchtet, anbetet und in Ehren hält Es ist eine Anbeterei der Menschen Weil sich die Menschen vor ihren Herren fürchten Und sich um ihrer schändlichen Nahrung willen Verleugnen müssen Denn der Arbeiter Schweiß Schmeckt ihnen süß Süß Er wird ihnen zur bitteren Galle gedeihen Es wird da kein Bedenken oder Spiegelfechten helfen Die Wahrheit muss heraus Es wird nicht mehr so gehen wie bisher Des Spiels ist zu viel Die Völker sind dessen überdrüssig Alles ändert sich Die Menschen in der ganzen Welt sind unterrichtet Und die Mächtigen werden sich mit ihrer unsinnigen Gewalt Noch entsetzen Denn es ist eine mächtige, große Frechheit Dass man die alten Mittel der Macht will anwenden Nachdem sich die ganze Welt so sehr verändert hat Darum lasst euch nicht mit guten Worten Zu einer beschissenen Barmherzigkeit bringen Dann wird eure Sache wohl bestehen Wir müssen uns an den Geist erinnern Wir müssen wissen Und nicht allein in den Wind glauben Denn es soll ein Mensch Verstand haben Lasst sie lästern über alle Dinge Die sie nicht wollen zur Kenntnis nehmen Sie wollen nichts hören und nichts sehen Ja, es scheint der Welt das allerunmöglichste Ding zu sein Dass die Völker sollen frei werden Sie seint ins Feld gezogen Ihr keiner wollt lassen ab Ist wahr und mit erlogen Viel mancher Bauern klapp Viel mancher Bauern knapp Sie haben zusammengeschworen Dem Adeleid zu tun Sie haben ihn fast geschoren Was mag in Wirbens Lohn Was mag in Wirbens Lohn Niemand soll gegen seinen Herrn kämpfen und streiten Ist man doch der Obrigkeit Gehorsam, Ehre und Furcht schuldig Denn wer über sich haut Dem fallen die Späne in die Augen Und wer Steine in die Höhe wirft Dem fallen sie auf den Kopf Es ist besser Dass die Tyrannen euch hundertmal Unrecht tun Als dass ihr den Tyrannen einmal Unrecht tut Muss man sich denn alles von den Tyrannen gefallen lassen? Du Du räumst ihnen zu viel ein Durch eine solche Lehre Wird ihre Bösartigkeit nur noch stärker und größer Soll man denn das dulden Dass auf diese Weise Jedermanns Weib und Kind Leib und Gut Der Gefahr und Schande preisgegeben ist Wer wird etwas ordentliches anfangen Wenn man so leben soll Aber wenn ihr seht Dass die Obrigkeit wütet und Unrecht tut Was kann das dir ausmachen? Wenn sie dir dein Gut Leib, Weib und Kind verdirbt Kann sie doch deiner Seele nicht schaden Und tut sie doch sich selber mehr Schaden an als dir Weil sie ihre eigene Seele in die Verdammnis bringt Meinst du Es sei damit nicht schon genug gerecht? Was wolltest du machen Wenn deine Obrigkeit einen Krieg zu führen hätte Wo nicht bloß dein Gut, Weib und Kind Sondern auch du selbst Um deines Herrn willen untergehen Und dich fangen, verbrennen, erwürgen lassen müsstest? Was ist nun ein Tyrann anderes als ein gefährlicher Krieg? Wo es manchen feinen, redlichen, unschuldigen Mann kostet? Ja, ein schlimmer Tyrann ist doch eher zu ertragen als ein schlimmer Krieg Das musst du zugeben Nun wähle und urteile du Ob du lieber Krieg oder Tyrannen haben willst Denn du hast es beides verdient Wir Wir wollen Weder Krieg Noch Tyrannen Solche Gesellen sind wir Die Strafe für die Sünden Wollen wir umgehen Dazu auch noch Widerstand leisten So verblendet Verkehrt und unverständlich Ist die Welt Deshalb brauchst du nicht Darüber zu klagen Dass durch unsere Lehre Die Tyrannen und die Obrigkeit Sicher gemacht würden Sodass sie Böses tun Sollte die große Menge Auf eine bessere Weise zu regieren sein So würde Gott Auch eine andere Ordnung Über sie gesetzt haben Als das Schwert Und die Tyrannen Das Schwert zeigt deutlich an Was für Kinder es unter sich hat Nämlich Lauter Heillose Bösewichte Wenn sie sich empören Und auflehnen So ist es recht und billig Gegen sie Krieg zu führen Damit nun die Schwachen Furchtsamen Und zweifelnden Gewissen Beraten werden Wenn die Ausübung der Gewalt Und das Schwert Wie nachgewiesen wurde Ein Gottesdienst ist So muss auch das Alles Gottesdienst sein Was die Gewalt nötig hat Um das Schwert zu führen Und hierbei Sind die Untertanen verpflichtet Folge zu leisten Und Leib und Gut Daranzusetzen Und in einem solchen Krieg Ist es christlich Und ein Werk der Liebe Unter den Feinden Unverzagt zu wirken Zu rauben Zu brennen Und alles zu tun Was Schaden bringt Wie es eben im Krieg zugeht Denn auch die Hand Die dieses Schwert führt Und wirkt Ist als dann Nicht mehr Menschenhand Sondern Gotteshand Und nicht mehr der Mensch Hängt Erädert Enthauptet Und führt Krieg Sondern Gott Es sind alles Seine Werke Und damit Gnade und Friede In Christus Auren Was soll Was soll Ein Bös Raubhaus Was soll Ein Bös Raubhaus Ihr Herren Die ihr das Gute Böse heißt Und das Böse Gut Die Zeit ist gefährlich Und die Tage sind schlimm Eine Reform Ist von großen Nöten Es wehre sich jeder Wie er will Nun ist zu hören Dass der armen Elenden Zerfallenen Menschheit Weder zu raten Noch zu helfen ist Was soll man aber tun Wenn die Welt So jämmerlich Verwüstet wird Wie wollen wir Armen Würmer Zu einer Reform Kommen Wenn wir die Würde Der Großen In solcher Achtbarkeit halten Dass selbst Christus Vor den großen Titeln Und Namen Dieser Welt Erscheint Wie ein gemaltes Männlein Was wir vor Augen haben Ist eitel Heuchelei Die sich krümmt Und windet Auf der ganzen Erde Und die Menschen Verführt Mit großem Geplauder Sie haben dem Volk Die Stimme geraubt Und haben an seiner Stadt Das Geld Zum Herrgott gesetzt Dass die armen Leute Davor schmatzen Christus sagt Wer da einen Von diesen Kleinen ärgert Ist ihm besser Dass man ihm Einen Mühlstein An den Hals hänge Und werfe ihn In das tiefe Meer Es sage Wer da will Es sind die Worte Christi Darf nun Christus Sagen Wer da einen Von den Kleinen Ärgert Was soll man Dann sagen So man ein Ganzes Volk Ärgert Wir lassen uns Nicht verführen Und mit getäuschter Geduld und Güte Aufhalten Denn der Stein Der ins Rollen Gekommen ist Ist groß geworden Er ist groß Und mächtig geworden Und die armen Leute Sehen ihn viel schärfer Als ihr Darum Ihr aller teuersten Allerliebsten Regenten Lernt euer Urteil Man wird euch Die Macht Nehmen Denn man muss Das Unkraut Ausraufen In der Zeit Der Ernte Dann wird der Schöne Rote Weizen Beständige Wurzeln Gewinnen Und Recht Aufgehen Standpunkte Bis in den Tod Und über den Tod Und über den Tod hinaus Alles Aufrührer Alles Schwarmgeister Ich sehe euch Alle brennen Alle Wie ihr da seid Pöbel Denkt ja nicht Dass ich viel Zeit Für euch habe Wir haben in Wittenberg Wichtigeres zu tun Wo steckt denn Euer Pfarrer Der kluge Herr Karlstadt Geht es um mich Wie siehst du denn aus Fastnacht Es ist der Rock Der armen Leute Und die haben bekanntlich Das ganze Jahr über Fastnacht Weil es ihnen so gut geht Deine Sache Wir sind hier alle Brüder Wir machen da keinen Unterschied Und du Was bist du Ja Was bin ich Ich würde sagen Ein neuer Laie Du Professor Und zweifacher Doktor Wir sagen hier nicht mehr Herr Professor Herr Doktor Was sagt ihr denn Bruder Nachbar Das ist ja nicht so wichtig Und was macht Der Herr Nachbar Er arbeitet Ich ernähre mich Mit meiner Hände Arbeit Wie es so schön heißt Als Bauer Als Bauer Ich möchte nicht Auf Kosten der Gemeinde leben Leute wie wir Haben viel zu lange Auf Kosten anderer gelebt Ich wollte Ich könnte den armen Leuten Alles wiedergeben Und da Arbeitest du Ja So richtig Flug Hacke Ja Doch fast Nacht Ein Bauern Ein Bauernkittel Der Hebräisch Spricht Was meinst du Luther Ob diese Blasen Nicht ehrlicher In den Händen stehen Als goldene Ringe Du weißt Weshalb ich hier bin Ich kann es mir denken Deine Predigten Erregen Missfallen Beim Fürst Oder bei dir Beim Fürsten Und bei mir Du bist deines Postens enthoben Die Gemeinde ist anscheinend Ihr haltet das Maul Ich habe Drei Jahre Für den rechten Glauben gebraucht Dann werdet ihr wohl Noch etwas länger brauchen Es steht nirgends geschrieben Dass Gott nur Dr. Luther berufen hat Sein Wort zu verkünden Und auch die Leute Fragen sich Warum nur Dr. Luther Die Bibel In ihrem rechten Sinn Erklären kann Du unterstellst dich Der Zensur Der Universität Oder deine Schriften Werden verboten Du würdest sogar Die Apostel Auf den Scheiterhaufen bringen Ja Vor dir könnte nicht Einmal Christus bestehen Als Adam grub Und Eva spann Wo war denn da Der reiche Mann Ein neues Lied Wir heben an Das Waldgott Unser Herr Hast du schon gehört Melanchthon Ich habe jetzt Zwei Märtyrer In Brüssel Haben sie zwei junge Burschen verbrannt Ich habe ein Liedlein Darauf gemacht Lustig Der höchste Irrtum Dieser war Man muss allein Gott glauben Da fehlt mir noch etwas Der Mensch lügt und trügt immer da Dem soll man nicht vertrauen Dem soll man nicht vertrauen Drum mussten sie verbrennen Das ist gut Verbrennen 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 Akten vom Hof Überall wird das Kirchengut eingezogen Hier Ein ganzes Bistum Ich weiß Sie wollen alle nur kassieren Um die Religion kümmert sich kein Mensch Ja Die Fürsten wollen nur die Herrschaft Unter dem Deckmantel des Evangeliums Und währenddessen verschwindet ein Kloster nach dem anderen Unsere Aufgabe ist es die Herzen davon abzureißen Ist das geschehen? Sollen die Fürsten damit machen was sie wollen Mir ist es egal Sollen sie es einstecken Es gehört doch alles dem Teufel Den Fürsten Lass gehen wie es geht Es will gehen wie es geht Warum sollen wir uns aufreiben? Es denke niemand Dass er die Welt ändern könne Willst du ein Bier? Nein Zwei große Feuer Sie zündeten an Die Knaben Sie herbrachten Mir wäre lieber Wenn alle meine Bücher untergegangen wären Aber ich habe alles Gott überlassen Was wahr ist Wird sich durchsetzen Was der Fürst durchsetzt Wird sich durchsetzen Solange sie können Nützen sie uns aus Danach schlägt man uns ins Gras Es ist alles schlimmer geworden Unter dem Papst waren die Leute milder Jetzt schindet einer den anderen Und die Fürsten kümmern sich nur um Küche Keller und Schlafzimmer Wenn ich könnte Würde ich in drei Wochen Wieder alles in die alte Kirche zurückführen Lass das nur nicht den Fürsten hören Wenn ich gewusst hätte Was ich jetzt weiß Ich hätte mich da nie hineintragen lassen Nie Keine zehn Pferde hätten mich da reingezogen Ich hätte für wahre geschwiegen Aber Gott hat mich geblendet Wenn ich nochmal anfangen könnte Ich würde es anders machen Ich bin ein einfältiges Schaf Warum predigst du dann weiter? Damit sie sagen können Sie haben den Luther gehört Ich mache mir Sorgen Große Sorgen Unsere Sache ist es Einfältig zu glauben und zu bekennen Der Frieden mag nach unserem kleinen Verstand Seinen Wert haben, so viel er will Der Geber des Friedens Und der Herrscher des Krieges Bedeutet mehr als aller Friede Darum sehe ich den Vorgängen mit aller Ruhe zu Unsere Sache ist gerecht und wahr Und die Sache Christi Wenn wir stürzen Stürzt auch Christus Ich bin Wissenschaftler und kein Theologe Wenn die Wissenschaft nicht dienen Sondern Christus mit Füßen treten will Dann soll lieber sie zugrunde gehen Als die Religion Amen Für die Vernunft folgt Dass es überhaupt keinen Gott gibt Dann sollte man Gott abschaffen Nein, die Vernunft Die Vernunft ist der größte Feind des Glaubens Sie ist des Teufels Größte Hure Man muss sie mit Füßen treten Und mit all ihrer Weisheit zerstören Entweder das Wort Gottes Oder die Stimme der Vernunft Man kann nicht auf beides hören Man muss sich entscheiden Dann werde ich die Vernunft Was will denn das Christentum anderes Als die Seelen beruhigen Und ihnen einen Fingerzeig für ihr Handeln geben Das übrige Haarspaltereien der Schulen Zänkereien der Sekten Wozu braucht man einen Gott Nur für dieses Leben Das Leben haben die am besten Die keinen Gott besitzen Jetzt kann ich dem Mann Christus nicht glauben Und habe zuvor glauben können Allen Scheißdreck Aber man darf solche Gedanken nicht haben Gott hat sie verboten Man muss die Augen schließen Und glauben Man muss glauben 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 Ich werde kündigen Ich möchte wieder wissenschaftlich arbeiten Du bist von Gott geschickt Du bleibst Ich bin vom Fürsten angestellt Gott hat dich hierher gestellt Um mir zu helfen Willst du meine Anstellungsurkunde sehen Menschenwerk Du bist Werkzeug Gottes Ich bin ein vom Fürsten bezahlter Professor Ich stecke mich hinter den Fürsten Und der verbietet dir die Ausreise Entweder verbannen oder festsetzen Das ist deine ganze Weisheit Ich bin der Prophet Germaniens Solange ich lebe Soll Deutschland keine Not haben Aber wenn ich tot bin Dann betet Noch lassen sie ihr Lügen nicht Den großen Mord zu schmücken Sie geben vor ein Falschgedicht Ihr Quissen tut sie drücken Der das hat angefangen Der wird es wohl vollenden Als Adam grub und Eva spannt Wo war denn da der reiche Mann Es ist Zeit, Luther Der Herbst steht vor der Tür Schmeichel nicht deinen Fürsten Wir können es nicht anders machen Der Teufel und sein Prediger Ich habe nichts anderes getan Als den Leuten zu sagen Was ein Mensch den anderen Nicht all so jämmerlich Auf der Fleischbank opfern soll Und wenn unsere großen Herren Das nicht lassen wollen Soll man ihnen die Macht nehmen Man muss die Verhältnisse aufdecken Die Leute sind hungrig Sie wollen essen Wohl an Dann will ich mich mit Gottes Hilfe Zum Tode bereiten Und auf meinen neuen Herren Die Mörder und Räuber warten Die mir sagen Sie wollen niemand etwas tun Die Herren sollen ihr Leben behalten Und an Gütern was sie brauchen Das glaube, wer will ich nicht Wer so viel Unrecht wagt Die Obrigkeit zu machten Der wird ihr alles nehmen In einem Bauern gehört Haberstroh Hören Sie nicht So müssen Sie die Kugeln hören Und es geschieht Ihnen recht Bitten sollen wir für Sie Dass Sie gehorchen Wenn nicht Dann gibt es kein Erbarmen Man lasse nur die Kugeln Unter Sie sausen Ja, und du bist ein bestätigter Seligmacher geworden Mit Märtyrern, mit Liedlein Und allem drum und dran Ich hab's mit Leib und Leben Wagen müssen Ich habe in Worms Vor Kaiser und Reich gestanden Über deinem Rühmen Möchte wohl einer entschlafen Vor deiner unsinnigen Torheit Dass du zu Worms Vorm Reich gestanden bist Dank habe der deutsche Adel Dem du das Maul So schön bestrichen hast Und Honig gegeben Mit deinen Predigten Du hast ihm Klöster Und Stifte versprochen Wenn du zu Worms Gewankt hättest Wärst du eher erstochen worden Als freigegeben Weiß es doch ein jeder Und jetzt, wo die Wahrheit Aufgehen will Da beschimpfst du die Kleinen Statt der Großen Warum heuchelst du den Fürsten Warum nennst du sie hochgeboren Obwohl sie Christus mit Füßen treten Dass sie Christen sind Ist ungewiss Dass sie Fürsten sind Ist gewiss Deshalb soll man das Ungewisse Fahren lassen Und das Spiel Auf das ansetzen Was gewiss ist Es gebührt alles dem Fürsten Der Fürst ist vortrefflich An ihm zweifle ich nicht Wir sitzen unter seinem Schutz Hier Wie in einem Rosengarten Dirigenten soll niemand richten Und damit die Bauern ruhig sind Schreibst du Die Fürsten werden Durch das Wort Gottes gestraft Am jüngsten Tag Wird alles geregelt Wenn das auch den Gerichten Befohlen würde So würden es die Bauern Auch merken Und sie hätten auch einmal Eine gute Sache Und könnten es auch Auf das jüngste Gericht schieben Wenn sie verurteilt werden Leid Leid Kreuz Kreuz Ist der Christenteil Sofern der Christ ein Bauer ist Und kein Herr Meinst du, dass ein ganzes Land Nicht weiß, wie sie schirmen und schützen? Wer hat sie denn zu Herren Des Volkes gemacht? Gott Das Licht muss Finsternis sein Und die Finsternis des Eigennutzes So wird es dem Volk gepredigt Sie wissen nicht, wie sie jetzt Hundertmal, tausendmal Ärger dran sind Als zuvor Man wird sie fortan mit einer neuen Logik bescheißen Mit dem Wort Gottes Das zwei und fünf sieben sind Das kannst du fassen mit der Vernunft Wenn aber die Obrigkeit sagt, zwei und fünf sind acht So musst du es glauben Gegen dein Wissen Du mit deiner beschissenen Demut Was hast du mit deinem fanatischen Verstand angerichtet? Wahrlich eine lästerliche Sache, die Menschen so frech zu verachten Können sie ihre Sache nicht einmal selbst in die Hand nehmen Man soll dem Übel nicht widerstehen Wer dir den Mantel nimmt, dem lass auch den Rock Ist bereits geschehen, die meisten besitzen nur noch ihr Hemd So bitte man demütig, dass es abgestellt werde Wenn nicht, soll man es geduldig leiden und Gott danken Dass man in Frieden lebt und sich ernähre Wenn was da ist und die Herren gerade keinen Krieg führen Der Mensch ist unfrei Wie ein Klotz, ein Stein, eine Salzsäule Ja, ja, die Freiheit eines Christenmenschen Ein Unglück ist besser als das andere Der Pöbel braucht eine strenge, harte Regierung Wer hat je Ungezogeneres gesehen als die Bauern? Der Esel will Schläge haben Und der Pöbel will mit Gewalt regiert sein Du solltest die Kleinen nicht verachten Hier, die zwölf Artikel der Bauern Die Steuern wollen sie abschaffen Hier steht ausdrücklich Dass sie zahlen wollen Sie wollen damit die Pfarrer bezahlen Die Armen ernähren, die Kriegsteuer bezahlen Sie wollen die Steuer dafür ausgeben, wofür sie eingezogen wird Und nicht die Privatkasse der Herren auffüllen Das ist Raub Strauchdieberei Das gehört alles der Obrigkeit Die reden ja, als wären sie schon Herren im Land Hier Keine Leibeigenen mehr Das ist gegen das Evangelium Wollt ihr alle Menschen gleich machen? Das ist unmöglich Die Welt kann nur bestehen, wenn die Menschen ungleich sind Freie und Gefangene Herren und Untertanen Hier steht Sie wollen der Obrigkeit auch weiterhin gehorchen Sie wollen nur keine Leibeigene sein Alle diese Sachen gehen einem Christen nichts an Und ich frage auch nicht danach Er lasse ich jeden rauben, nehmen, schinden, fressen und toben Er ist ein Märtyrer auf Erden Hier Ratswahl Wenn man dem Rat nicht vertraut, warum setzt man überhaupt einen ein? Der Rat soll Rechenschaft geben Und dass ja der Rat nicht Rat sei, sondern der Pöbel regiere Das kehrt ja das Unterste zu Oberst Dass man ja immer der Obrigkeit schadet Dass der Rat das Volk fürchtet und sein Knecht sei Und das Volk Herr Die sollen Gott bitten Dass die Fürsten da nicht reinschlagen und den Übermut vertreiben Gott lebt und regiert noch Er wird doch uns nicht lassen In der Bibel steht Wenn du auf die Bibel pochst Gegen Christus Dann zwingen wir Christus gegen die Bibel Das Volk wird frei werden Wo der Obrigkeit nicht gehorcht wird Da ist alles verwirrt Was sie sind und haben Das ist Aufruhr und Mord Als Adam, Grub und Eva spannen Wo war denn da der reiche Mann? Als Adam, Grub und Eva spannen Wo war denn da der reiche Mann? Als Adam, Grub und Eva spannen Wo war denn da der reiche Mann? Alle Menschen sind gleich Wir wollen Freie sein Wir sind keine Tiere Wir wollen eine neue Ordnung Wir wollen uns selbst verwalten Und mitbestimmen Wir wollen neue Gerichte wählen Wir wollen, dass das Recht für alle gilt Wir fordern eine allgemeine und freie Volkswahl Brüder Ich arbeite in einem Bergwerk Der Fugger besitzt das Bergwerk Ich halte das Erz aus dem Berg raus Der Fugger besitzt das Erz Mein Bruder arbeitet in einem Hüttenwerk Der Fugger besitzt das Hüttenwerk Mein Bruder verarbeitet das Erz Der Fugger verkauft das Erz Schaut euch an, was mein Bruder gehört Und was mir gehört Schaut euch an, was einem Fugger gehört Ist das richtig? Hat das seine Ordnung? Wir Bauern schuften das ganze Jahr Tag aus, Tag rein Damit einige Herren Ihr standesgemäßes Leben führen können Na, was heißt denn hier standesgemäß? Wieso gibt es verschiedene Stände? Sind wir nicht alle Menschen? Tausende von uns arbeiten Damit einer davon leben kann Standesgemäß In einem Schloss? Wozu brauchen die Schlösser? Können sie nicht in normalen Häusern leben wie wir? Liebe Brüder, ihr habt mich zum Anführer gewählt Unseren Bund haben wir den Herren ordnungsgemäß mitgeteilt Mit der ausdrücklichen Versicherung Dass wir keine Gewalt anwenden wollen Wir wollen kein Blut vergießen Wir sind friedliche Leute Wir werden unsere Herren brüderlich ermahnen Und sie freundlich bitten, sich uns anzuschließen Wer sich uns anschließt, der soll seine Schlösser und Güter behalten Wer etwas rechtmäßig erworben hat, darf es ebenfalls behalten Ein Schiedsgericht zwischen uns und den Herren soll vermitteln Bis dahin hat jeder der bestehenden Obrigkeit gehorsam zu sein So wie es sich gehört Jede Gewalttat gegen die Obrigkeit ist strengstens verboten Wer sich widersetzt, wird bestraft Der Friede im Land wird unbedingt erhalten Das Gut eines jeden wird geschützt Recht und Gericht wird wie bisher gehalten und von uns befolgt Keiner darf um sein Recht gebracht werden Die Güter der Adligen und der geistlichen Herren sind besonders zu schützen Eigenmächtig zu blündern und Aufruhr anzuzetteln Wird mit dem Tode bestraft Die Hauptleute werden durchgreifen Zinsen und Schulden werden weiter bezahlt Also Schmarrn, das ist doch gar nicht Was wir nicht wollen Wollt ihr, dass es später heißt, sie haben ihre Schulden nicht bezahlt? Das sind unehrliche Leute Die Steuer wird hinterlegt Bis wir uns über ihre zukünftige Verwendung mit den Herren geeinigt haben Und dass sich ja niemand untersteht und sich am Kirchengut vergräuft Nichts darf weggenommen oder verkauft werden Es wird genau buchgeführt Schreibt auf alle Misshandlungen, Übertretungen, Verbrechen, Schäden und Ungerechtigkeiten eurer Herren Schreibt es auf, damit jedermann sieht, was das für Menschen sind Und was sie mit uns gemacht haben Es wird eine endlose Liste werden Ihr werdet hundert Verbrechen eurer Obrigkeit entdecken Schreibt es auf Lasst es in Druck gehen Legt es aller Welt vor Denn damit könnt ihr euch vor der ganzen Welt verantworten Wer diese Liste sieht Der wird euch nicht tadeln können Man wird sagen, ihr hättet ihnen zu viel zugute gehalten Und viel zu lange gewartet Und andere Städte und Länder werden euch folgen Denn die Gegensätze sind groß geworden Es muss ein Ende haben Was wollt ihr lange hoffen? Es wird bei den Oberen wenig Hoffnung sein Ihre Gewalt hat ein Ende Sie wird dem Volke geben Das erste deutsche Parlament oder Politik als Finanztransaktion Ich eröffne die erste Sitzung des ersten deutschen Parlaments Zum ersten Mal kommen frei gewählte Abgeordnete des Volkes zusammen Um das Schicksal Deutschlands in die eigene Hand zu nehmen Und eine bessere und gerechtere Ordnung für dieses Land zu finden Ich bin überzeugt, dass das deutsche Volk diesen Tag nie vergessen wird Er wird der Anfang einer deutschen Demokratie sein Jedes Kind wird einmal die Namen der Abgeordneten dieses Parlaments Und ihr politisches Programm kennen Und auch die zwölf Artikel der Bauern Punkt eins der Tagesordnung Ich hab hier schon wieder einen Vertrag Das ist nicht Punkt eins Aber es ist wichtig Was sollen diese Verträge? Straflosigkeit, Schiedsgericht, Gehorsamkeit Und die Bauer unterschreiben und gehen heim Schon Aber wir haben eine Rechtsgrundlage Wir wollen doch um jeden Preis Gewaltsame Auseinandersetzungen vermeiden Da müssen wir etwas zugestehen Aber dann haben wir einen Vertrag Verstehst du das? Nein, ich schlag vor Punkt eins der Tagesordnung Meine Herren Die deutsche Revolution hat gesiegt Das Volk besitzt in allen wichtigen Ländern die Macht Die meisten Fürsten Der einfache Adel Die Städte Haben sich uns widerstandslos angeschlossen Einzelne Gebiete, die abseits liegen Werden die Entwicklung nicht mehr aufhalten Wir haben hier über den Aufbau eines neuen Staates zu sprechen Die Abgeordneten sollen in den nächsten Tagen berichten Wie es in den einzelnen Ländern aussieht Wir müssen so schnell wie möglich Zu normalen Verhältnissen zurückkehren Die Leute müssen wieder an die Arbeit gehen Die Truppen können weitgehend aufgelöst werden Eine kleine Polizeitruppe dürfte genügen Um die Ordnung aufrecht zu erhalten Die Leib-Eigenschaft wird aufgehoben Die Bauern, Handwerker, Arbeiter und Bürger Werden von allen Abgaben befreit Das Kirchengut wird verstaatlicht Von dem Erlös werden die Reichsausgaben bestritten Und die Fürsten entschädigt Das ist überhaupt der wichtigste Punkt Wie die Fürsten in diesen Staat eingebaut werden Für ihren Machtverlust müssen sie natürlich entschädigt werden Aber sie können noch weiterhin gewisse Funktionen ausüben Die solle ihre Macht ganz abgehebe Ich schlage vor Die neue Landesherre ohne Rücksicht auf die Geburt Vom gesamten Volk Aus zwölf Männer zu wähle Die ihm von den Bauern vorgeschlagen werden Ich schlage einen verfassungsgebenden Ausschuss vor Der diese Fragen regelt Dazu gehört auch die Stellung des Kaisers Er könnte durchaus das nominelle Staatsoberhaupt bleiben Ich bin auch dafür, Kirche und Staat zu trennen Einverstanden? Sie haben jetzt ein Parlament einberufen Parlament? Hat das mit Buchführung zu tun? Nein Und so braucht man es denn? Die Arbeiter fordern Enteignung und Verstaatlichung der Bergwerke Wie viel bringen die deutschen Bergwerke? 250 Millionen jährlich Das spricht gegen die Revolution Lassen Sie die Hände rein Liebster Fugger Die Bauern Ganz Deutschland ist verloren Ganz Deutschland Sie sind verloren Wir sitzen in einem Boot Während Sie nicht zahlen, ist es aus Anscheinend nicht Denn Sie sind Herrscher ohne Untertanen Während ich immer noch ein königlicher Kaufmann mit Geld bin Oder sehe ich das falsch? Bester Fugger Wir halten die Bauern jetzt schon seit Monaten mit Verhandlungen hin Wir wissen schon gar nicht mehr, was wir noch zugestehen sollen Sie werden doch misstrauisch Einige der Herren haben in letzter Zeit eine große Lippe gegen die Monopole riskiert Entstellung Das sind Ketzerische Ansichten, meine Herren Nicht wahr, Schwarz? Der gütige Fugger ist unser Schutz und Schirm Land Österreich Tirol Zehn Millionen Und Kanonen Gut Württemberg Schwaben Franken Schwarzwald Allgäu Bodensee Ganz Süddeutschland Ja Zehn Millionen Das ist knapp Lassen Sie blündern Thüringen und Sachsen Der Münzer Münzer Eineinhalb Millionen Die anderen Herrschaften erledigt mein Buchhalter Aber saubere Arbeit, meine Herren Die Zeit vergeht Die Zeit vergeht Nichts geschieht Jetzt sitzen die da in Heilbronn Und beraten, wie sie den Fürsten Gutes tun können Auch heiliger Einfalt Die Fürste unterschreibe doch die Verträge Die Fürsten unterschreiben alles, bis sie ihr Heer zusammen haben Sie sollen ihnen nicht glauben Sie sollen vor allem keine Verträge mit ihnen schließen Die Herren werden nichts halten Wir haben überall die Macht Und schließen Verträge und gehen nach Hause Damit die Herren sich jedes Land einzeln vornehmen können Es muss ja auch seine Ordnung haben Ein Parlament ist schließlich eine große Sache Man kann alles beraten Das Volk wird regieren Ja Aber ehe man sich darum kümmert, welcher Fürstenkopf auf die Münzen kommt Sollte man sich doch mal um die Köpfe der Fürsten selber kümmern Kein Blut für Giese Hier die Meldung Die Fürsten ziehen überall Truppen zusammen Kein Blut vergießen Sie werden Deutschland zur Mordgrube machen und sich mit euren verträgenen Hintern abwischen Die Mehrheit will verhandeln Man hat abgestimmt Es hat mich oft gewundert Warum sich die Christen mehr vor ihren Herrschern fürchten als die anderen Nationen Ich glaube Es liegt an den verzagten Predigern Viele glauben noch an den Luther Und Luther ist für Verträge Und für Zensur Dass meine Schriften ja nicht gedruckt werden Nicht um des Predigts willen Um des Aufruhrs willen soll man ihn vertreiben Predigen darf man Ändern nicht Wenn das nicht klug ist Und wie klug das ist Die Welt wird noch in vielen Jahren nicht merken Welch einen mörderischen und hinterlistigen Schaden er da getan hat Aber es ist er noch ein feiner Glaube Er wird noch viel Gutes anrichten Er wird wohl ein subtil Volk anrichten Münzer, du verlangst zu viel Die Leute müssen in die allerhöchste Verwunderung und Irritation gebracht werden Wenn sie ihre Täuschungen loswerden wollen Und richtig unterrichtet werden Diese Verwunderung Die anhebt, wenn einer ein Kind ist von sechs, sieben Jahren Wenn der Mensch seines Ursprungs gewahr wird Ein neues Bewusstsein Ein neuer Mensch Das wäre vonnöten Diese Vergaffung ins Eigentum Diese Abgötterei in Häusern und Tresoren Das schöne, zinnerne Geschirr an den Wänden Der Schmuck, Silber und Gold Das bare Geld Wenn sie nur das lieben, wird sich nie etwas ändern Warum wollen wir uns vor diesem Zerrbild des Menschen entsetzen? Die Menschen sollen selbst Götter werden Und den Himmel hier auf Erden verwirklichen Menschen sind Menschen Anders ist kein Friede Keine Freude und keine Gerechtigkeit zu erreichen Die ihnen doch zusteht, oder? Herrschaft ist der Ursprung aller Empörung Wenn sie nicht beseitigt wird Wird der Friede untergehen Es wird fortan kein Volk seinem Herrn mehr glauben So kann das Volk dem Herrn und der Herr dem Volk nicht helfen Das ist der Ursprung alles Totschlagens Noch spottet die unsinnige Welt Sie meint, es sei noch das alte Leben Sie geht in ihrem Traum dahin, bis ihr das Wasser über dem Kopf zusammenschlägt Ich sage dir Man muss gar mächtig Achtung haben auf die neue Bewegung der jetzigen Welt Die alten Anschläge werden es ganz und gar nicht mehr tun Und die dieser Welt brauchen, dass sie derselben nicht missbrauchen Denn das Wesen dieser Welt vergeht Bebel, Babe, Bube Wir Fürsten sind schlecht, Spaladin Sehr schlecht Wir sollten Gott um Vergebung bitten Vielleicht hat man den armen Leuten zu solchem Aufruhr Ursache gegeben Wir wollen es Gott anheimstellen Haben die anderen Herren endlich ihre Truppen beisammen Der Aufmarsch ist abgeschlossen Gott wird alles fein nach seinem Willen schicken Und die Bauern werden wohl bald wieder gehorsam sein Lieber Spaladin, wenn ich sterben sollte Das Sakrament in beiderlei Gestalt Ich eröffne die zweite Sitzung des ersten deutschen Parlaments Meine Herren, Sie wissen Die Lage ist kritisch Ein Heer der Fürsten hat unsere Truppen angegriffen Und 4000 Bauern Ja, man muss sagen Geschlachtet Bei den Fürsten wurden ein paar Pferde verletzt Ich beantrage alle Schlösser und Klöster zu besitzen Die Schlösser sind Stützpunkte der Fürste und eine ständige Bedrohung Außerdem brauchen wir die Waffe, die dort liegen Wenn wir die Leute zusammenhalten wollen, dann brauchen wir auch die Vorräte der Klöster Damit verlassen wir die Rechtsgrundlage Die hat uns schon 4000 Bauern kostet Offiziell befinden wir uns noch im Waffenschildstand Die Verhandlungen mit den Fürsten könnten gefährdet werden Vielleicht ist das nur der Übergriff eines Truppenführers Schließlich haben die Fürsten die Verträge unterschrieben Wir müssen alles tun, um zu einem friedlichen Ausgleich zu kommen Auch jetzt Ja, gerade jetzt Punkt 1 In Weinsberg ist ein Adeliger mit seinen Landsknechten erschlagen worden Wie konnte das passieren? Ein einmaliger Vorfall In Leipheim haben sie 4000 geschlachtet und du rechtlich über den Grafhof Ich finde, mir sollte den Bauern Lob für ihre Disziplin aussprechen Der Vorfall ist euch nicht zu entschuldigen Der zuständige Offizier Was haben Sie dazu zu sagen? Es ist gegen meinen Befehl und hinter meinem Rücken geschrien Sie hatten die Verantwortung Mit der Graf wollte die Dörfer der Bauern anzünden und Frauen und Kinder verjagen Die Bauern waren sehr erregt Und außerdem waren gerade die Nachrichten aus Leipheim eingetroffen Ist das alles? Ja Sie sind abgesetzt Und kehren nicht zur Truppe zurück Die Fürsten greifen überall an Die brengen die Dörfer nieder Die zünden ganz einfach die Dörfer an Aber das können sie uns doch nicht antun Das können sie uns doch nicht antun Die marschieren um ein Grund Die Verfassung Die Ordnung der Revolution Oder Die Revolution der Ordnung Brüder Wie lange schlaft ihr? Ach, wie viel Mal habe ich euch gesagt, dass es sein muss? Es ist nicht möglich, dieweil sie leben, dass ihr der menschlichen Furcht solltet loswerden Man kann euch von Gott nicht sagen, solange die über euch regieren Ihr müsst stehen Tut ihr's nicht, so ist euer Opfer umsonst Ihr müsst danach von Neuem leiden Drum seid nicht verzagt Schmeichelt nicht länger den gottlosen Bösewichtern Fanget an Kämpft Es ist hohe Zeit Haltet eure Brüder all dazu Sonst müssen sie alle verderben Das ganze Deutschland ist wach Der Meister will ein Spiel machen Die Bösewichter müssen dran Sie werden euch freundlich bitten Greinen Flehen Wie die Kinder Lasst es euch nicht erbarmen Dran, dran, dran Es ist Zeit Es ist über die Maßen Hoch von Nöten Dran, dran, dran Dieweil das Feuer heiß ist Lasst euer Schwert nicht kalt werden Werft ihnen den Turm zu Boden Dran, dran, dran Solange ihr Tag habt Dran, dran, dran Jetzt will ich's lausen bleiben Gott in der Ewigkeit Mir trennt viel Mut, viel Treiben Für wahr es ist im Leid Für wahr es ist im Leid Dass wir so übel leben In diesem Jammertal Wer kann jetzt ein Fried geben Wenn's ein göttliche Wahl Wenn's ein göttliche Wahl Treulose Manneidige Ungehorsame Ausführerische Mörder Räuber Gottesmessler Ich meine Dass kein Teufel mehr in der Hölle ist Sie sind alle in die Bauern gefahren Drum soll hier zuschmeißen Würgen Stechen Heimlich oder öffentlich Wer da kann Und bedenken Dass nichts Giftiges Scheidlicheres Teuflisches Teuflisches sein kann Als ein aufführerischer Mensch Gleich ob man einen tollen Hund Totschlagen muss Drum ist hier nicht zu schlafen Es gilt auch nicht Geduld Oder Barmherzigkeit Es ist des Schwerbs Und des Zorns Zeit Und nicht der Gnadenzeit Die Obrigkeit Soll mit gutem Gewissen Dreimschlagen Solang sich einer aber regt Und welcher Bauer Dabei erschlagen wird Ist mit Leib und Seele Ewig des Teufels Solch wunderliche Zeiten Sind jetzt Dass ein Fürst Den Himmel mit Blutvergießen Verdienen kann Besser als andere mit Beten Dumm, liebe Herren Erlöset hier Rettet hier Kämpft hier Erbarmet euch Der armen Leute Steche, schlage, würge Wer da kann Bleibst du dabei tot? Wohl dir Seligen Tod kannst du Nimmermehr bekommen Wenn du stirbst Im Dienst der Liebe Wir Fürsten und Herren Stark vermehren So dass das Bergwerksgeschäft Mit allen Mitteln Gefördert werden muss Denn je größer Der Nutzen für die Fürsten und Herren Umso größer ist dann Auch der Nutzen Für die Allgemeinheit Unter allen Vorsehungen und Mitteln Durch die die Wirtschaft Gefördert werden kann Ist kein nützlicheres Und beständigeres Als die Preise Durch eine gute Ordnung Gleichmäßig hochzuhalten Und die Waren Nicht billig zu verkaufen Daher dürfen die Waren Nicht von vielen hergestellt Und gehandelt werden Sondern man muss alles Nur einem einzigen Oder doch einigen wenigen Zukommen lassen Die sie herstellen Verarbeiten Und verkaufen dürfen So setzen Ordnen Erklären wir Aus unserer eigenen Machtvollkommenheit Dass an allen Orten Alle Waren Besonders die Bergwerke Und die Metalle In den Händen Einiger weniger Konzentriert werden Und dass diejenigen Die dann alles besitzen Die Waren Zu den höchsten Preisen Verkaufen können Ganz nach ihrem Gefall ZEITEN WAS? Der Herr schenkt Ihren Geulen Ein langes Leben Sonst dreht es Sie doch auf uns Ich glaube nicht Dass die Herren Alle erschlagen Alle bestimmt nicht Sonst müssten sie Alleine auf der Erde Wohnen Ja Der Luther darf sich beim Volk Nicht mehr blicken lassen Was? Neu Hast du beim Münzer mitgemacht? Ja Für jeden gefangenen Münzeranhänger Kriegen wir einen Fünfer Der wird dann gefoltert Und anschließend umbracht Vielleicht könnte man Ein anderes Geschäft Abschließen Nach der Schlacht von Pavia Hab ich die Leiche Eines Herzogs Verkaufen können An die Familie Für ein christliches Begräbnis Die weite Erde Und so Für was bringt Geld Mehr als einen Fünfer Falls die Familie hat Ja Ich verstehe Es wäre Es wäre Allerdings Ein Geschäft Auf Treu Und Glauben Man muss sich Verlassen können Ja Das sehe ich schon ein Hast du was? Ja Ziemlich? Ja da Da in dem Städtle Da Da bin Ein paar Häuser Familie? Auch Ergbegräbnis? Ja Die Folter ist grausam Und wenn man hinterher Sowieso gehängt wird Da wäre ein schneller Tod Doch vorzuziehen Ich verstehe mich drauf Ja Siehst du Bruder Du hast einen schönen Tod Ich habe mein Geld Und bin obendrein Noch ein barmherziger Mensch Ein christliches Geschäft Ja Bruder Bruder Das Geld Du verstehst Doch hätte ich gehört So werde ich Lieb Kassiva Summa Meine Bauern haben sich gleich ergeben auf meine Gnade Ohne Waffen barhäuptlich und barfuß kamen sie uns entgegen Weiße Stäbchen In den gefalteten Händen Da haben wir draufgehauen Und 18.000 Bauern weggeputzt Ich sehe es immer noch vor mir Die gefalteten Hände Die weißen Stäbchen Das rote Blut Ich mache es so Ich nehme die Bauern gefangen Lass sie gegen Lösegeld wieder frei Nimm sie wieder gefangen Und mache sie kaputt Da hat man sie tot Und das Geld Sonst verstecken sie sein noch Bei mir sind sie in die Kirche geflüchtet Da habe ich die Kirche angezündet Und sie sind alle mit verbrannt Bis zuletzt haben sie zu Gott gesungen So haben wir mit der Hilfe Gottes gesiegt Und damit ein gutes Werk verbracht So wollen wir nun dem Allmächtigen dankbar sein Aktiva Soma Man hat dem Münzer auf der Folter nicht die richtigen Fragen vorgelegt Ich hätte ihn ganz anders fragen lassen Das ist doch kein Bekenntnis Er behauptet nichts Übles getan zu haben Dass ich mich darüber entsetze Nichts Übles Heute Morgen war ich auf dem Land Und habe die Bauern gefragt Warum sie ihren Seelenhirten nicht mehr bezahlen Ihre Kuhhirten würden sie doch auch bezahlen Weißt du was sie gesagt haben? Den Kuhhirten brauchen wir Das Kloster Dein Gehalt erhöht 50.000 Und dann noch ein schönes Geld extra 60.000 Dafür kaufen wir ein Bauerngut Und am Kloster Lassen wir ein neues Portal errichten Ja Es ist nun ernst geworden Nun ist es Zeit still zu halten Und Gott walten zu lassen Prediger sind die allergrößten Totschläger Ich Martin Luther Habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen Ich habe geheißen Sie tot zu schlagen All ihr Blut Ist auf meinem Hals Ist auf meinem Hals Das Ende Bilanz der Firma Jakob Fugger, Summa 203.265.200. Das ist ein Gewinn von über 1000%. Es waren gute Jahre. Ein fester Gott ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns weit aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst, der es jetzt meint, groß macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Und noch eine Stimme der Zeit, untergegangen in der Zeit. Der Humanist Erasmus von Rotterdam mit seinem Verleger Froben in Basel. Erasmus, ich habe hier die neuen Korrekturbogen. Stimmt das? Ich habe immer allein sein wollen und hasse nichts so sehr wie geschworene Parteigänger. Ja. Ich möchte ein Weltbürger sein, allen gemeinsam. Oder lieber noch, allen ein Fremder. Ja. Der Nationalismus ist ein Fluch der Menschheit. Es ist besser, von Menschen und Dingen so zu reden, dass wir diese Welt als das allen gemeinsame Vaterland betrachten. Ja. Alle Kriege werden zum Vorteil der Herrschenden vom Zaun gebrochen und stets zum Nachteil des Volkes geführt. Ein Friede ist nie so ungerecht, dass er nicht den gerechtesten Krieg vorzuziehen wäre. Ja. Die Leugner der Existenz Gottes sind nicht so unfromm wie die, die ihn als unerbittlich darstellen. Ja. Ja, Gott sei Dank. Alles richtig. Und ich dachte schon, die Sätze wollten mich ärgern. Es sind so ungewöhnliche Gedanken. Du kannst das jetzt alles wegwerfen. Vernunft, Aufklärung und Toleranz sind nicht mehr gefragt. Vielleicht hebt man es doch mal auf. Unsere Sache ist verloren. Für Jahrhunderte. Für Leute wie uns kommen in Deutschland schwere Zeiten. Schau dir Wittenberg an. Und schau dir Rom, Florenz, Paris, Brüssel, London, Basel, Amsterdam an. Da weißt du alles. Eine Zeit lang waren wir dran. Aber die Zeit war zu kurz. Es hat nicht gelangt. Sie hörten Martin Luther und Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung. Hörspiel von Dieter Forte. Die Personen und ihre Sprecher waren Papst, Karl-Michael Vogler, Kajetan, Peter Liek, Kardinal, Wolfgang Reinsch, Söldner, Ernst Konarik, Bauer, Martin Schleker, Fugger, Günter Mack, Schwarz, Markus Beusen, Erasmus, Heinz Mayer, Froben, Rüdi Walter, Albrecht von Brandenburg, Christoph Quest, Kaiser Maximilian, Jaromir Burik, Sprecher, Hans-Peter Bögel und viele andere. Gesang, Gitarrschatz, Ton, Roland Seiler, Schnitt, Regine Schneider, Aufnahmeleitung, Johannes Hertel, Musik, Peter Zwedkow, Regie, Hartmut Kirste. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit Radio DRS Basel und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1983. Dramaturgie, Dieter Hirschberg. ... und Kupfer, für Kupfer sogar das Weltmonopol. Mein Haus ist die mächtigste Bank Europas. Ich kann mein Metall zwei Jahre einlagern. Ich kann aber auch den Markt überschwemmen, wie ich will. Ich kann die Preise hochhalten und sie werden mitverdienen. Ich kann die Preise aber auch senken. Und zwar so tief und so lange, dass sie froh sein werden, wenn ich ihre Bergwerke geschenkt nehme. Ich habe schon ganz andere Leute bankrott gemacht. Aber was reden wir da? Wir beide wissen doch, dass es nicht mehr so weitergeht. Wir brauchen eine neue Arbeitsmoral. Wissen Sie, dass wir über 100 kirchliche Feiertage im Jahr haben? Über 100 Feiertage, lieber Fürst. Kirchenmessen, Wallfahrten, was weiß ich alles. Das Volk frisst und seufzt sich voll und denkt überhaupt nicht an die Arbeit. Wenn diese unnützen Feiertage wegfielen, würde sich die Jahresproduktion um ein Drittel erhöhen. Der Gewinn mindestens um die Hälfte. Und die Arbeitsmarktfrage wäre gelöst. Und an diese Fastentage andauernd muss ich Ausnahmen von einem Arbeiter beantragen. Ein Arbeiter muss arbeiten und nicht fasten. Das muss man endlich einmal regeln. Die tägliche Arbeit muss geheiligt werden. Kaiser Maximilian! Ja, grüß euch. Grüß euch. Bin pumperl gesund. Pumperl gesund. Grüß dich, Fugger. Grüß dich, Friedrich. Bin pumperl gesund. Hat das Wasser angeschlagen? Wunderbar. Ich trinke Wasser und schon bin ich der Alte. Wasser? Einfaches Wasser. Da geht nichts drüber. Du, Fugger. Ich brauche ein Geld. Ich stehe in der Ästhet in meinem Büro zur Verfügung. Ich komme gleich noch. Na, Friedrich, Burschi. Gut schaust du aus. Du darfst doch auch nicht mehr so viel Händeln fressen. Wassersucht ist schlimmer. Er müsste mir pflanzen. Du, sag einmal. Du bist doch auch für den Quartel. Der, was mein Kerl ist. Das muss man sehen. Okay, das kannst du mir doch nicht antun. Ist doch so ein fescher Bursch. Und der möchte so kein mehr Nachfolger werden. Schau. Die Niederlande, Burgund, Spanien hat er schon. Dazu halb Italien und dieses Neue da noch. Wie heißt er da? Amerika. Von mir kriegt er Österreich, Ungarn, die Schweiz habe ich eingebüßt. Aber das braucht nichts. Dafür kriegt er noch Böhmenmeeren in Schlesien, na, der fehlt ihm halt noch Deutschland. Schau, der Bub, der sich so gefrein. Und Frankreich und der Papst? Die morgst du einfach ab. Und dann morgst du ja uns ab? Ab, dann. Was du gleich wieder denkst, da nicht unter Verwandten. Ja? So bist du dafür. Was hab ich davon? Ja, ich weiß, du bist verärgert, dass ich dem Albrecht meins lassen hab. Aber was hätte ich denn machen sollen? Ist doch eh alles ein Gewurschtl. Aber wir werden uns schon arrangieren. Wenn du Finkhol bist, mein Wort als Kaiser. Wir werden uns arrangieren. Ich muss mich erst mit dem Papst arrangieren. Also, das mit dem Luther. Es ist hervorragend. Ja, ganz hervorragend. Eine Meisterleistung. Du, den Bursch musst du fein behüten. Ja, diesen Luther können wir noch recht gut gebrauchen. Wenn ich so einen Mann hätte. Aber was Gutes fällt mir nie ein. Ich habe schon vor ein paar Jahren versucht, die deutsche Kirche zu kassieren. Aber es hat nicht geklappt. Die Einkünfte des Papstes aus Deutschland sind hundertmal höher als meine. Weißt du das? Hundertmal. Was für ein Wirt. Du hast ihn beim Papst angezeigt. Politik, Politik. Was soll ich denn machen sollen? Der Kajateiner hat mir den Brief vorgelegt, habe ihn halt unterschrieben, aber das macht doch nichts. Wird umso wichtiger. Das ist doch der Witz an der Geschichte. Was jetzt offiziell ist, jetzt ist er doch erst teuer. Jetzt kannst du was für ihn verlangen. Du hast nicht zufällig ein Tausender bei dir. Alles bei Fugger deponieren. Das ist ein Kajate, dem man dem Fugger gibt. Ein Hunderter. Ich bin so klar, mich sauf ich schon Wasser. Für die Gesundheit. Geh, das ist doch ein Schmäh. Kardinal Legat Kajetan. Kommens da, Herr Kajetan. Da ist lustig. Kommens. Kennen Sie euch schon? Nein. Das ist der Friedrich von Sachsen. Wie gefällt es Ihnen in Deutschland? Ich friere entsetzlich. Wo haben Sie Ihre Sonne? Wie kann man ohne Sonne leben? Na, da sagen Sie was. Was macht denn der Papst? Zu der Heiligkeit geht es ausgezeichnet. Ja, Papst. Wirst man jetzt sein. Das wäre frisch. Ich wäre schon letztens fast geworden. Hat nicht viel dran geführt. Aber der Fugger hat mir es nicht sagen wollen. Schott drum. Wäre eine schöne Rente gewesen und dann wäre ich ein Heiliger geworden. Und dann hättst ihr mich nach meinem Tode anbeten müssen. Auf den Knien. Das wäre Wohltat für mich gewesen. Er wäre heute zum Fugger gehen. Macht es gut. Kuh Fürst. Kardinal. Der Heilige Vater hat in der letzten Zeit einigen Ärger mit einem ihrer Landeskinder. Ärger, der sich schon empfindlich auf die Einnahmen des Heiligen Vaters auswirkt. Theologische Dinge, dann mische ich mich nicht ein. Ich bin ein unwissender Laie. Und ein christlicher Fürst. Ein treuer Sohn der römischen Kirche zu allen Opfern bereit. Besagter Luther vertritt ketzerische Ansichten. Ja. Das müssen Sie schon mit ihm selber ausmachen. Und wenn ich nun einen sächsischen Untertanen namens Luther verhören möchte? Am besten fragen Sie ihn selber, ob er kommen will. Kuh Fürst. Kardinal. Es ist warm hier. Eben haben Sie noch gefroren. Da sehen Sie, wie schnell man sich an das Klima hier gewöhnt. Und das Klima ist zur Zeit so, dass wir bald Karl als deutschen Kaiser haben und damit wäre Karl Herr über Europa, wenn wir von ein paar Decken in Frankreich und dem Vatikan absehen. Ein entsetzlicher Gedanke. Eine Katastrophe. Er soll ein netter Junge sein. Der Heilige Vater ist unbedingt dagegen. Karl wäre für den Geschmack des Papstes viel zu mächtig. Alle anderen sind inzwischen für Karl. Der Papst hat nur noch mich. Was zahlt er? Wenn Sie die Wahl Karls verhindern, könnte man über vieles reden. Wie viel? In diesem Fall würde der Papst Ihnen die goldene Tugendrose zukommen lassen. Die höchste Auszeichnung der Kastenheit und ein Schmuckstück für Ihre Sammlung alle Welt würde zahlen, um Sie zu sehen. Ablässe? Würden Ihnen selbstverständlich in der großzügigsten Weise zugeteilt. Luther? Über Luther könnte man hinwegsehen, falls er nicht zu neuen Attacken schreit. Es müsste eine gewisse Grenze kämen, um Sie verstehen. Der Papst ist immer noch der Papst. Gut. Sie stimmen gegen Karl. Und der Papst hält seine Versprechungen. Aber ein Gespräch mit Ihrem Luther muss ich führen. Wozu bin ich hier? Die Öffentlichkeit? Es würde auffallen. Sie werden ihn hier in Augsburg anhören, väterlich anhören, bitte ich mir aus und dann schicken Sie ihn wohlbehalten wieder zurück. Zu liebenswürdig. Kardinal? Kurfürst. Spalatin? Ich bekomme die goldene Tugendrose, auf die ich vier Jahre gewartet habe. Ein Geschäft, Spalatin. Und Luther? Lassen Sie ihn kommen, geben Sie ihm meine besten Räte, Sie sollen ihn nicht aus den Augen lassen, dass er mir keinen Schritt alleine macht, alles muss abgestimmt werden. Und sagen Sie ihm, er soll ja standhaft sein. Wenn er wieder ruft, wird ihn der Teufel holen. Aktiva und Passiva. Buchhaltung und Glauben. Einführung der wissenschaftlichen Buchhaltung. Grüß euch, grüß euch. Ah, was ist denn euren Mann? Mein Hauptbuchhalt. Ah, Bibliothekar. Grüß dich, Burschi. Was hast du denn da für dieses Buch? Die doppelte Buchführung, Majestät. Ah, das möchte ich auch haben. Sind da Bilder drin? Zahlen, Majestät. Ach, Zahlen. Geh, das ist doch langweilig. Es ist eine Kunst. Seit wann sind denn Zahlen eine Kunst? Seit neuestem, Majestät. Was sind denn das für kunstvolle Zahlen? Meine Geschrifte. Na, aufgeschrieben hat was immer. Jetzt wird nur noch Geld notiert. Nicht mehr Wagenladungen oder Schiffsladungen, Kanonen, Tuche, Mehl, Wolle, Kupfer. Nur noch Geld. Waren, Tiere, Menschen. Alles wird zu Kapital, das sich vermehren muss. Und die Buchhaltung ist die Seele des Kapitales. Aber Gä, ein Schmoren. Die größte Erfindung der Menschheit. Man wird nicht mehr von Kleinigkeiten abgelenkt, Sentimentalitäten, Rücksichten auf irgendwelche Dinge und Personen. Man sieht nur noch Geld. Und Geld muss sich vermehren. Geld muss man ausgeben. Majestät Irrnes muss sich vermehren. Mit Zins und Zinseszins. Was? Zweimal Zins auf ein Geld? Na, Sir, aber Sie seid mir gauner, wo die Kirche überhaupt keinen Zins erlaubt. Majestät Irrner Neut Zinsen auf Zinsen. Wenn ich Ihnen... Na, jetzt auf, ich verstehe nichts davon. Dafür ist schon lieber ein Krieg. Ob Majestät Krieg führen können, entscheide dieses Buch. Verstehe ich, da etwa auch drin. Majestät füllen etliche Seiten. Teufelszeug. Durchaus christlich von einem Franziskaner erfunden. Traue einer den Mönchen. Du Fugger. Ich brauche Geld. Schwarz. Majestät haben 23 Millionen 585 400 im Debet. Im Was? Majestät Schulden uns diesen Betrag. Erzähl mir nichts von Eute Schulden. Das ist gegessenes Brot. Majestät hat mir Konto weit überzogen und in Anbetracht ihres Alters. Was heißt denn das? Das heißt, dass sie ohnehin bald sterben werden. Ist das vielleicht der Ort mit einem Menschen zu reden? Gehört das auch zu eurer Buchführung? Es ergibt sich daraus. Aber du hast doch Millionen an mir verdient. Das ist ein anderes Konto. Dann schreib's rüber. Geht nicht. Du hast doch das Gott. Wie gesagt, ein anderes Konto. Dann gib' wir's heut so. Es geht nur über das Buch. Und das Buch verlangt Sicherheiten. Ja, Herr Gott, na, was soll ihr denn noch geben? Die gehört doch schon das ganze Land. Bergwerke, Hüttenwerke, die ganze Industrie, alles. Du zäust ja schon meine Bernden und meine Minister. Ich muss ja Gott froh sein, wenn die Leute nicht über mir lachen. Jetzt sitz ich da auf meinem Reichstag. Auf Ihrem Reichstag? Majestät, vergessen, dass ich diesen Reichstag bezahle. Ich muss doch die blöden Aufen einladen. Und ich hab nicht einen Vierer. Hunderttausend. Verrechnung erfolgt mit Erzlieferungen. Wo muss ich unterschreiben? Ich glaube, es ist wirklich schon besser, wenn ich bald stirbe. Verteidigung des wahren Glaubens. Wer ist der Luther? Hochwürdiger Vater. Und die anderen Herren? Meine Räte. Wenn die Herrn Räte sich einstweilen in den Saal begeben wollen, ich bin kein Kannibale. Entschuldigt, hochwürdiger Vater. Ich musste mich nach den Befehlen der kurfürstlichen Räte richten. Sie wollten kaiserliches Geleit. Ich durfte nicht mal auf die Straße. Dein Kurfürst ist sehr besorgt um dich. Ich verstehe nicht, hochwürdigste Vater. Also nun hör mal zu, mein Sohn. Wir sind beide in keiner angenehmen Lage. Und wie wir uns offiziell unterhalten, können wir uns vielleicht vernünftig unterhalten. Du hast einige Unregelmäßigkeiten im Ablassgeschäft entdeckt. Entschuldigt, hochwürdigster Vater. Bekannte kamen zu mir und empörten sich über die Art, wie der Ablass verkauft wurde. Ich wollte durchaus nicht den Ablasshändlern entgegentreten. Es waren andere, die Gründe gegen den Ablass hatten. Sie redeten so beharrlich auf mich ein, dass sie mich schließlich festlegten. Aber du hast es geschrieben. Das schon, aber ich wollte nur eine Diskussion. Ich hielt das für den besten Ausweg, denn ich wollte keinem zustimmen und keinem widersprechen. Es lag mir fern, dem Papst irgendwelchen Ärger zu behalten. Dir vielleicht? Ich verstehe nicht, hochwürdigster Vater. Nun hör mal zu, mein Sohn. Du nimmst das alles viel zu wichtig. Gut, es ist falsch gepredigt worden. Manches war nicht richtig. Aber was heißt das? Wichtig ist doch nur, Geld in die Kasse kommt. Und die Seelen der Gläubigen? Der Ablass ist eine Steuer, eine Abgabe und weiter nichts. Die Kirche lebt davon. Die Fürsten, wir alle. Und auch du wirst davon bezahlt. Und irgendwo muss es ja herkommen. Aber die Seelen der Gläubigen? Jetzt reden wir vom Geld. Selbst dein christlicher Kurfürst hat seinerzeit den Ablass für den Türkenkrieg einfach einbehalten und deine Universität damit gebaut. Weil ihr keinen Krieg gegen die Türken führt. Wollt ihr dem Papst vorwerfen, dass er nicht Krieg führt? Warum sammelt der Papst dann Geld dafür? Meinst du, die Leute geben Geld, wenn der Papst sagt, ich muss meine Künstler bezahlen? Wenn der Papst mal ehrlich ist und sagt, ich will die Peterskirche aufbauen, kommt garantiert einer wie du und reißt sein Maul auf, was heißt hier Peterskirche? Dabei wird das eine ganz tolle Sache. Michelangelo sollte erst die Bauleitung... Wer ist Michelangelo? Also jedenfalls hat jetzt Raphael die Bauleitung. Wer ist Raphael? Ja, also nochmal von vorne. Wie ich eingangs sagte, wollte ich vernünftig mit dir reden. hochwürdigster Vater. Ich halte nicht viel von Vernunft. Wovon denn? Von der Wahrheit und vom Glauben. Welche Wahrheit? Welcher Glauben? Den Glauben und die ewige Wahrheit, die uns Gottes Wort in dieser Schrift gibt. Die Bibel? Die Heilige Schrift, Gottes Wort. Es ist ewig und gibt uns ewige Gewissheit. Das Klima, es muss am Klima liegen. die war und die war Wittenberg. Zurück in Wittenberg. Gespräche sehr verschiedenen Inhalts mit dem kurfürstlichen Geheimsekretär Spallatin, mit den Freunden Karlstadt, Melanchthon, Münzer und mit dem päpstlichen Sonderbotschafter Mietitz, aber das Wort war in der Welt. Willkommen in Wittenberg. Schönes Willkommen. Ich kann kaum stehen. Zehn Tage auf dieser Schindmeere von einem Gaul. Ich danke. Pferde und Mönchs Hintern sind eben nicht füreinander geschaffen. Ich habe mich nach den Räten gerichtet. Durchaus richtig. Und vielleicht auch ganz nützlich. Ein armer Mönch, der bei Nacht und Nebel auf einem alten Klepper vor dem bösen und mächtigen Kardinal fliehen muss. Man sollte euch die Bibel auf den Kopf schlagen. Neuigkeiten aus Augsburg. Ich habe nicht widerrufen. Der Kurfürst lässt sich bedanken. Ich habe mit den Räten einen Appell an den Papst aufgesetzt. Das heißt, ich wollte eigentlich nicht, aber... Geräte meinten, das wäre dem Fürsten ganz lieb. Ja, doch. Und dann... ...habe ich gedacht... ...könnte man eine Akte über die Augsburger Verhandlungen herausgeben... ...in dem man Kajetan hübsch lächerlich macht. Für die Akte werde ich auch etwas beistören. Ein Schreiben vom Papst an Kajetan. Da steht ja, dass er mich verhaften kann. Und er hat gesagt, es sei keine Gefahr. Der Brief ist überholt. Und in Augsburg? Da war er auch schon überholt. Die Dinge drehen sich zuweilen. Veröffentlich das Schreiben in der Akte. Das gibt einen guten Hintergrund für eure Flucht. Das macht die Sache dramatischer. Und wird aufsehen erregen. Aber wenn der Brief doch überholt war... Das wissen ja nur wir. Nicht wahr? Wie kommt ihr überhaupt an einen Geheimbrief des Papstes an seinen Kardinal? Ich habe seinen Sekretär bestochen. Trotzdem veröffentlicht? Trotzdem. Freunde gaben mir den Rat, der Fürst solle mich an einem sicheren Ort verstecken. Ach, das ist bereits alles besprochen. Ihr braucht euch keinerlei Sorgen zu tun. Und wenn es zu einem Prozess kommen sollte. Nicht in Rom. Nur vor deutschen Richtern, die mit dem Fürsten befreundet sind. Wie besprochen? Obwohl ihr an Kajetan geschrieben habt, dass ihr euch dem Richtspruch der Kirche unterwerfen wollt. Ja. Was man manchmal so schreibt. Ja. Wenn es dem Fürsten zu viel wird, bin ich auch gerne bereit, nach Frankreich zu gehen. Nach Frankreich? An die Pariser Universität. Und das lasst hübsch bleiben. Ich gehe gerne. Manche sollten nicht allzu klug sein. Meine untertänigste Empfehlung an den gnädigsten Kurfürsten. Aber das Wort war in der Welt. Lebendig zurück? Ja, Karstadt. Den hohen Herren habe ich es gegeben. Der Kajetan, mein Gott, der taugt zur Theologie wie ein Esel zum Harfen schlagen. Ja, Bruder Melanchthon. Da wollte ich mich nun für euch, für die Jugend und für die Wahrheit opfern. Einmal muss ja gestorben sein. Aber Gott hat mich verschmäht. Ich fürchte, ich bin nicht wert, für eine solche Sache zu leiden und getötet zu werden. Ein solches Glück wird anderen beschüben sein. Mir nicht. Wer ist das? Thomas Münzer. Er will mit uns zusammenarbeiten. Ja. Dann bist du mein Mann. Ich bewundere euch, Herr Doktor. Das glaube ich. Ich habe den Himmel gestürmt und die Welt in Flammen gesetzt. Kein Bischof und kein Theologe hat jemals gewagt, an so wichtige Sachen zu rühren. Da könnte ich dir ein paar nennen, einschließlich meiner eigenen Thesen über den Ablass. 151 Thesen von Dr. Dr. Andreas Karlstadt, Professor der Theologie an der Universität zu Wittenberg. Sei es, wie es sei. In Rom sind Sie jetzt ganz durcheinander und wissen nicht, was Sie machen sollen. Ich habe gehört, Sie wollen mich durch Gifte und Meuchelmord beseitigen. Meine Thesen, meine Schriften. Jeder hat doch gedacht, es wird mir den Tod bringen. Ich selbst habe auf der Fahrt nach Augsburg immer nur den Scheiterhaufen vor Augen gehabt. Das Volk ist auf eurer Seite. In ganz Deutschland. Man muss jetzt weitergehen. Man darf auf keinen Fall stehen bleiben. Nur keine Angst. Diese Sache wird nicht gedämpft. Sie kommt von Gott. Es sei denn, dass mich meine Freunde verlassen, so wie Christus von seinen Jüngern verlassen wurde. Ich habe jetzt in Leipzig die Diskussion mit dem Eck. Da haben wir ein öffentliches Forum. Gut, das werde ich übernehmen. Du? Wieso du? Ich verstehe, mit hohen Herren umzugehen. Ich mache das schon. Aber Eck hat meine Thesen angegriffen. Das kann man auch alles auf mich beziehen. Lasst mich nur machen. Karlstadt. Ich will nicht, dass du dich auf eine solche neppische Diskussion einlässt. Dein Kopf ist viel zu schade für solches Gewäsch. Diese Fragen sind doch unwichtig. Sollte man sich nicht direkt an die Bauern, an die Arbeiter und an die Bürger wenden. Sie machen mit. Sie sind auf unserer Seite. Und um sie geht es doch. Es geht um Theologie. Das sehe ich anders. Dir fehlte ein Blick. Das mag sein. Aber wozu Theologie, wenn draußen Menschen verhungern? Das erzähl mal dem Fürst. Gern. Ich werde ein paar tausend halb verhungerter, halb zerlumpter Bauern mitnehmen. Mal sehen, was er dann noch sagt. Ich darf sonst nichts in deiner See, als deine Liebe bewahre. Ein päpstlicher Sonderbotschafter. Ich bin froh, dass ihr hier seid, Miltitz. Ihr habt der Kurie aber auch zu schaffen gemacht, lieber Doktor. Ich bin mit Gewalt in diesen Streit hineingezogen worden. Ich habe es nur unter Zwang getan. Ihr könnt mir glauben, ich bin nicht aus freien Stücken da hineingeraten. Der Papst hat die Ablassregel geändert, lieber Doktor. Es ist jetzt alles in euren Sinn? Diese verfluchten Thesen. Dienst, eine öffentliche Theaterpredigt für das Volk. Und die Einnahmen deines Volkstheaters? Das Vermögen der Klöster, die Ländereien, auch alles ohne Bedeutung? Natürlich. Ach. Wie erfreulich für den Fürsten. In unserer Gemeindeverfassung steht, dass es uns allen gehört. Hör mir mit deiner Gemeindeverfassung auf. Was ich brauche, steht in der Bibel. Auch nur ein Buch. Gottes Wort. Das ist ein Buch von Menschen geschrieben, gedruckt und verkauft. Das ist für alle Ewigkeit Gottes Wort. Pass auf, Luther. Mit diesem Buch kann man Menschen töten. Dann merk es dir. Ich werde morgen predigen, dass... Du wirst hier nicht mehr predigen. Gut, dann werde ich schreiben. Du wirst hier auch nicht mehr schreiben. Ach. Muss ich Wittenberg verlassen? Gottes Wille geschehen. Soll ich dir sagen, was du in Wirklichkeit denkst? Wozu? Du gibst deine ganze Bibel her, wenn du auf unserer Seite stehen könntest. Gott gebe uns allem, dass wir auch leben, wie wir lehren und die Worte auch in die Tat bringen. Der Himmel ist eisern. Die Erde ehern. Es hilft kein Bitten mehr. Die alte Welt verschwindet im Dunkeln. Die neue Welt beginnt sich zu drehen und zeigt sich der aufgehenden Sonne. Außerordentliche Gesellschaft der Versammlung der Firma Jakob Fugger. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Das ist ein Globus, meine Herren. Von unserem guten Weheim. Gott erschuf die Welt und gab ihr in seiner übergroßen Güte die Form einer Kugel. Rund und handlich. Damit man sie umschiffen kann und Handel treiben kann. Neue Länder, neue Geschäfte. Italien, das ganze Mittelmeer, wird uninteressant. Die großen Geschäfte kommen über die großen Ozeane. Punkt 1. Indien. Meine Herren, Europa braucht Gewürze. Gewürze holt man in Indien über den Landweg. Aber das ist uninteressant, seitdem Herr Vasco da Gama für Portugal einen direkten Weg nach Indien entdeckt hat. Über See. Sie erinnern sich sicher an den großen Börsenkrach. Lissabon liefere plötzlich für den halben Preis und die Portugiesen haben seitdem das Gewürzmonopol. Aber wir sind doch beteiligt. Ich will keine Beteiligung, ich will das Monopol. Dazu brauche ich einen eigenen Weg nach Indien. Und da die Erde, wie unsere Wissenschaftler behaupten, rund ist, müsste man also nicht nur von dieser Seite, sondern auch von der anderen Seite nach Indien kommen. Unser guter Kunde Karl, unter anderem Herrscher über Spanien, hatte daraufhin ein Einsehen und schickte einen gewissen Magalais auf die Reise. Meine Herren, was soll ich Ihnen sagen? Die Erde ist rund. Ist die Flotte zurück? Seit zwei Wochen. Die Wissenschaftler haben recht. Und wir haben unseren Privatweg nach Indien. Man muss nur schnell genug die Hand darauf legen. Aber lieber Herr Fugger, welches Risiko? Was kann da alles passieren? Fremde Länder, fremde Meere, die Schiffe können absaufen. Das ist doch eine Riesenspekulation. Die Portugiesen arbeiten mit Profiten bis zu 1000%. Da dürfen schon mal ein paar Schiffe ausbleiben. Bedenken Sie bitte auch, dass wir in Indien, wie überhaupt im ganzen Orient, einen Riesenmarkt für unser Kupfer haben. Einen Markt, den wir jetzt direkt beliefern können. Wir verdienen also zweimal. Die Statistik der Gold- und Silberzufuhr aus Amerika, sie steigt ständig. Das könnte auf die Dauer unseren europäischen Markt gefährden. Deshalb müssen wir uns da einschalten. Wir brauchen in Amerika eigene Bergwerke. Am besten gleich eigene Polonien. Wir haben sowieso die besten Ingenieure und Facharbeiter. Man ist da jetzt auf uns angewiesen. Leider halten die Indios unsere fortschrittlichen Produktionsmethoden nicht lange aus. Gott sei Dank haben sich die Neger als haltbarer erwiesen. Und Neger werden bekanntlich Freiküste in Afrika geliefert. Da trifft es sich nun, dass unsere Messingartikel in Afrika einen guten Markt haben und überaus beliebt sind. So werden wir also unsere Messingwaren in Afrika verkaufen. Die Neger werden wir in Amerika verkaufen. Das amerikanische Gold und Silber werden wir nach Europa holen. Dafür werden wir unser Kupfer in Indien verkaufen. Und die indischen Gewürze werden wir in Europa verkaufen. Meine Herren, dieser Globus ist kostbar. Der wird uns nicht davon kommen. Wir werden kaufen und verkaufen und ihn damit in Bewegung halten. Sie sehen, die europäische Zivilisation setzt sich unaufhaltsam durch. Gelobt sich, Christus. In Ewigkeit an. Ein Bittsteller. Majestät. Ich brauche Geld. Sofort. Heute noch. Darf ich Sie an Ihre wahrhaft majestätischen Schulden erinnern? Erzählen Sie mir nichts von alten Schulden. Das ist gegessenes Brot. Wie der Großvater, selig. Reden Sie nicht von meinem Großvater. Wir leben in einer neuen Zeit. Mit den alten Schulden. Wollen Sie mir nichts mehr geben? Wie steht es mit der Rückzahlung? Es gibt auch noch andere Banken. Majestät, wenn ich an die Börse gebe, dass Sie zahlungsunfähig sind, ist der Anleihenmarkt für Sie tot. Keine Bank wird Ihnen auch nur einen Pfennig geben. Sie sprechen mit dem Kaiser? Ich spreche mit meinem Schuldner. Sie sind Majestät, weil ich gezahlt habe. Also, was wollen Sie? Pfenden? Da ist ein Schiff von einem gewissen Magalaisch zurückgekommen. Gewürze aus Indien bringen Gewinn. Dazu braucht man eine Flotte. Wie soll ich an eine Flotte kommen? Wenn Sie mir die Leitung des Gewürzgeschäftes übertragen, haben Sie in ein paar Monaten eine funkelnagelneue Flotte. Und die spanischen Kaufleute? Majestät, ich will das Gewürzgeschäft. Gartinara, genehmigt. Hultvoll. Sie dürfen sich admirale nennen. Geld wäre mir lieber. Geben Sie mir Ihre Quecksilbergruben. Die Quecksilbergruben? Das Einzige, was wirklich Gewinn abwirft. Ich würde Ihnen in der Pacht zu mir entgegenkommen. Aber dann haben Sie ja auch noch das Quecksilbermonopol. Gartinara... Genehmigt. Gnädigst. Noch ein Monopol gefällig, wo wir gerade dabei sind. Vielleicht sollte man es grundsätzlich klären. Ein Monopol auf die Monopole. Ich brauche Gelder auf Gelder. Meine Soldaten laufen auseinander. Ich will Frankreich besiegen. Wenn ich Frankreich habe, bin ich saniert. Gut. 20 Millionen für einen Krieg gegen Frankreich. Gelegt das? 20 Millionen. Schon gewonnen. Wenn Majestät die Siegesnachricht erhalten, wollen Sie bitte das hier... ...unterschreiben. Was ist das? Einige Gedanken über Monopole. Sag mal... Wer ist eigentlich der Herr Europas? Ich oder... ...der? Wolle Majestät die Wahrheit wissen? Wolle Majestät die Wahrheit wissen? Verschiedene Wege führen zu Gott und Theologen in die Politik. Das ist nämlich die Ordnung. Herrscher, Untertanen, Arbeiter, Handwerksleute. Diese Ordnungen müssen in der Welt sein. Es müssen Übergeordnete da sein. Es muss verschiedene Stände geben. Man sagt, die unteren Stände sollen sich selber regieren. Daraus wird nichts. Gott weiß das. Deshalb hat er die Obrigkeit eingesetzt. Deshalb hat er den Kindern ihre Eltern gegeben. Weil die Kinder von Natur böse sind. Denn wenn die Eltern in rechter Art fromm sind, so wird dem Kinder ohne Unterlass sein Eigenwille gebrochen. Und es muss tun, lassen und leiden, was es seiner Natur nach so gerne anders täte. Denn es muss jeder Mensch regiert werden und anderen Menschen untertan sein. Darum ist auch Ungehorsam eine größere Sünde als Totschlag, Unkreuzheit, stehlen und betrügen. Ein Geier ist ausgeflogen in Rüdau am Schwarzwald. Er hat die Jungen aufzogen, die Bauern allen palt. Die Bauern allen palt. Sie sind auch fröhlich worden, in deutscher Nation. Und an ein zunder Orden. Vielleicht wird's in Vulgon. Vielleicht wird's in Vulgon. Ich, Thomas Münzer, wünsche euch den Frieden, dem die Weltfeind ist. Denn die Unschuldigen werden gepeinigt. Und unsere Herren behelfen sich gegen uns, indem sie sagen, ich muss dich martern. Christus hat auch gelitten. Du sollst mir nicht widerstreben. Daher müssen wir genau untersuchen, warum ausgerechnet unsere Verfolger die besten Christen sein wollen. Der Schade der unverständigen Welt muss erkannt werden, in seinem ganzen Ursprung. Denn die Wahrheit wird alle Menschen freimachen. Da muss das Große dem Kleinen weichen und vor ihm zu Schanden werden. Ach, wüssten das die Arbeiter. Es wäre ihnen ganz nütz. Aber die Bauern und Arbeiter wissen nichts davon, weil sie sich auf die verlogensten Leute verlassen haben. Die sagen, ach Gott, es sind arbeitsselige Leute. Sie haben ihr ganzes Leben damit verbracht, ihre Nahrung zu verdienen. Ja, auf dass sie den Herren den Hals gefüllt haben. Was sollte denn das einfache Volk wissen? Nein, es steht draußen und hofft, dass es einmal gut wird. Das Volk hat nie etwas anderes gehofft und glaubt bis auf den heutigen Tag, die Herren wissen das Rechte. Sie haben dem Volk die Bibel vorgeworfen, wie man den Hunden das Brot vorwirft und wissen über sie doch nichts, als dass sie von Altem herkommen ist. Sie predigen, was sie wollen und suchst du Rat bei diesen Gelehrten. So sagen sie, glaube, lieber Mann, glaube. Willst du nicht glauben, so fahr er zum Teufel. Was mag sein, wir begehen, der drummen wieder läuft. Es scheint ein Wahrhaft stehlen, es ist erst worden Zeit. Es ist erst worden Zeit. Es geschieht mit Gottes Willen, ist unser Sünden schuld. Es ist die größte Klage in der Welt über die Arbeitsleute. Wie ungehorsam, untreu, ungezogen und nur auf ihren Vorteil bedacht sie seien. Wenn sie sich nichts gefallen lassen und frech werden wollten, so lass sie fahren im Teufels Namen. Es wird noch die Zeit kommen, dass sie gern um einen Bissen Brot dienen würden. Solche Leute lassen nur getrost Geld fordern, solange sie können. Aber Gott wird sein Gebot nicht vergessen und ihnen auch entsprechend ihren Diensten lohnen. Er wird sie an den Galgen hängen. Im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Wie der Vogel zum Fliegen, so ist der Mensch zur Arbeit geboren. Das ist ein feiner, goldener Spruch, den jeder sich merken soll. Sei gewiss, dass Gott für dich sorgt. Besinnt euch nicht, woher soll ich Geld und Haus nehmen, wo soll ich bleiben. Die Bauern gebärden sich, als ob sie verhungern müssten. Sie haben keine dankbare Freude an Gottes Gaben. Es ist nicht möglich, dass Gott lasse jemand leiblichen Hungers sterben. Es müssten eher alle Engel kommen und ihn speisen. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie gesehen, dass ein gläubiger Mensch, der Gott vertraut, verlassen gewesen wäre oder sein Kind nach Brot hätte gehen müssen. Die Reichen sind dürftig und hungrig geblieben, Aber die, die Gott suchen, haben kein Gebrechen an irgendeinem Gut. Es redet dich von den Bauern und ihrem Regiment. Manch einer heißt sie lauben und weiß noch nicht, dass endt. Und weiß noch nicht, dass endt. Es tut Schinder und Schader, die treiben über Mut. Merkt auf ihr Buch, Herr Sklaren, es tut in die Lenk ein Gut. Es tut in die Lenk ein Gut. Du, liebes Volk, die dich heilig und gutheißen, die betrügen dich und die dir ohne allen Unterlass sagen, glaube, glaube, dass dir der Rotz vor der Nasen pflastere, die sind den Schweinen und nicht den Menschen zuständig. Denn es sieht ein jeder, dass sie nach Ehren und Gütern streben. Deshalb musst du, einfacher Mann, selber gelehrt werden, auch dass du nicht länger verführt wirst. Noch will es niemand zu Herzen nehmen. Man meint, es sei zu verschweigen. Oh, der großen, elenden Blindheit, dass doch ein jeder lernte, mit einem halben Auge zu sehen. Betrachtet doch, was wir Christen für Menschen geworden sind, zanken uns täglich um Geld und Güter und werden von Tag zu Tag gewinnsüchtiger. Wahrlich, es sind feine Leute. Sie haben einen gar festen und starken Glauben. Aber man würde schön ausschauen, wenn man sich auf ihre Larve und ihr Geschwätz verließe. Denn es ist kein Volk unter der Sonne, das sein eigenes Gesetz so erbärmlich verketzert und verflucht wie die jetzigen Christen. Ich wollte mich weit umsehen, auf dem ganzen Erdkreis, ansehen, alle Völker. Und viele von ihnen werden uns hoch überlegen sein. Sie helfen unseren Brüdern. Wir nehmen es unseren Brüdern. Uns ist niemand so lieb wie wir uns selber. Und sollten wir es nicht in kurzer Zeit bessern, verlieren wir noch die natürliche Vernunft vor lauter Eigennutz. Wir müssen uns einträchtig zusammenfinden, mit den Menschen aller Nationen und Religionen. Dann kommt die verborgene Wahrheit an den Tag, welche so lange geschlafen hat. Die Zeit der Ernte ist da, liebe Brüder. Das Unkraut schreibt jetzt an allen Orten, die Ernte sei noch nicht. Doch die jetzige Menschheit wird den rechten Schwung schon gewinnen. Das glaube ich. Niemand tut sich mehr schämen, er sei jung oder alt. Almosheit und zu nehmen, in mancherlei Gestalt, in mancherlei Gestalt. Tut durcheinander laufen, man wenig der Wahrheit acht. Auf Fahrt, Geiz und für kaufen, ist in der Welt der Pracht. Ist in der Welt der Pracht. Bedenke, was für ein Kleinod es ist, still und friedlich im Herrn zu leben, auch wenn die Welt voll Unglück ist. Woher das Unglück kommt, darum sorge nicht, denn Gott ist auch darüber Herr. In gleicher Weise ist auch zu reden vom Gehorsam gegen die Obrigkeit. Wir sind verpflichtet, sie zu ehren und hoch zu achten, als den teuersten Schatz und das köstlichste Kleinod auf Erden. Warum, meinst du, ist die Welt so voll Untreue, Schande, Jammer und Mord, weil jeder sein eigener Herr und frei sein will? Jede Seele sei der Amtsgewalt und Obrigkeit untertan, denn es gibt keine Gewalt, die nicht von Gott wäre. Die Gewalt aber ist überall, wo es eine gibt, von Gott angeordnet. Wer nun der Gewalt widersteht, der widersteht Gottes Ordnung. Wer aber Gottes Ordnung widersteht, der wird sich selbst die Verurteilung zuziehen. Seid untertan der menschlichen Ordnung aller Art. Das weltliche Regiment hat das Schwert und es haut die Köpfe der Empörer getrost hinweg. Denn das ist der Wille Gottes. Zu trinken und Gott scheren hat genommen überhand. Es ist für wahr ein Schand, es ist für wahr ein Schand. Niemand ums Ander geben, man sagt gleich, was man will. In aller Unzucht leben, macht jetzt das Ungefäll, macht jetzt das Ungefäll. Liebe Brüder, lasst uns das Loch weitermachen, auf das alle Welt sehen und greifen kann, wer unsere großen Herren sind. Sie verstecken sich hinter ihrem gewinnsüchtigen Handel, durch welchen sie wie Kröten ineinander hängen. Es kann von lauter Ausbeuterei, Gewinn und Zinsen niemand zu Verstand kommen. Der Schade der Welt wird je länger, je breiter und weiter. Noch wollen wir und können wir nicht sehen, das macht der göttliche Glaube. Und wenn man ihnen da widerspricht, kehren sie die scharfen Zähne hervor und sagen, ich wolle Aufruhr machen. Ach, liebe Herren, seid mit eurem tollen Glauben nicht so kühn, dass ihr alle anderen, euch natürlich ausgenommen, dem Teufel gebt, wie ihr es stets gewohnt seid. Das Verteufeln hebt nun wieder aufs Schönste an. Sie verketzern mit ihrem geschwinden Urteil jeden, der nur ein Wort gegen sie spricht. Ich habe gesagt, dass das Volk die Macht hat, dass die Fürsten keine Herren, sondern Diener der Macht sind. Sie sollen es nicht machen, wie es ihnen gefällt. Sie sollen Recht tun. Wenn das aufrührerisch ist, nun denn. Es ist das allergrößte Gräuel auf Erden, das niemand sich der erbärmlichsten Not annehmen will. Die Großen machen, was sie wollen. Sie selber sind die Ursache des Wuchers, der Dieberei und Räuberei. Sie nehmen alle Kreatur zum Eigentum. Die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf der Erde, alles muss ihnen gehören. Darüber lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen unter die Armen und sprechen, Gott hat geboten, du sollst nicht stehlen. So sie nun alle Menschen so nötigen, Bauern, Handwerker, Arbeiter und alles, was da lebt, schinden. Und so sich dann einer vergreift, am allergeringsten, muss er hängen. Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Der Bund, der hat geraten, jetzt sehr ein lange Zeit. Es will nicht wohl geraten, das Loch ist worden weit, das Loch ist worden weit. Wer mag das jetzt zu flicken, das kann ich nicht verstor'n. Die Sach will sich nicht schicken, es wird noch übel gau'n. Es wird noch übel gau'n. Ein freier Wille ist einer, der nichts Eigenes will. Dadurch bleibt er dann auch frei. Unser Wille ist das Größte in uns und gegen ihn müssen wir bitten. O Vater, lass mich nicht dahin geraten, dass es nach meinem Willen gehe. Bich meinen Willen, wehre meinen Willen. Es gehe mir, wie es wolle. Nur, dass es mir nicht nach meinem, sondern allein nach deinem Willen gehe. Das muss so lange gehen, bis der Mensch ganz gelassen, frei und willenlos wird und so friedsam und still wird, dass er nicht davon bewegt wird, ob es ihm wohl oder übel gehe, ob er sterbe oder lebe, ob er geehrt werde oder geschändet. Herrschaft, die tun sie schwecken, dass sie kam weiß wann aus. Die Bau... Hab ich die Wahl? Wenn der sich mit den Deutschen verbündet, sind die in zwei Wochen hier. Karl allein ist schon schlimm genug, aber Karl und Deutschland, das wäre unser Todesurteil. Die dürfen sich nicht einigen. Auf keinen Fall. Karl muss über diesen Luther die Reichsacht verhängen. Unbedingt. Dann haben wir sie in zwei verschiedenen Lagern. Und Deutschland ist geteilt. Und wenn Karl dann vor unserer Haustür steht, stehen in seinem Rücken die deutschen Fürsten mit Luther. Und damit haben wir alle Möglichkeiten, ihn die Hölle heiß zu machen. Ich kassiere notfalls die Bulle. Eine deutsche Nationalkirche wie in Frankreich. Warum nicht? Man müsste diesem Luther geradezu dankbar sein. Luther, der Retter der römischen Kirche und des Papstes. Also, schreibt an Karl, wenn er über Luther die Reichsacht verhängt, bekommt er seinen Vertrag gegen Frankreich. Sonst nicht. Der Papst als Schirmherr der deutschen Reformation. Wir werden den Luther noch einmal heilig sprechen. Er darf nur nicht... Er darf nur nicht widerrufen. Wir brauchen 6.000 leichte Reiter, 2.000 schwere Reiter, 30.000 Soldaten, 50 Geschütze, nebst Kanonieren, Pulver und je 200 Kugeln sowie die Pioniere. Ich habe Frieden versprochen. Das sind eben die Spannungen zwischen den Idealen und dem für die Herrschenden nun einmal sehr berechtigten Eigennutz. Der König von Frankreich verbündet sich ja sogar mit den Türken, um Krieg zu führen. Und das sind Ungläubige. Und wir? Wir verbünden uns mit den Persern. Warum? Das sind die Feinde der Türken. Und Ungläubige? Ja. Aber dahinter sind da noch mehr Feinde und Ungläubige? Die Welt ist noch nicht ganz erforscht. Aber das System wird sich ohne Zweifel entwickeln lassen. Was sagt der Papst? Er will 16.000 Soldaten stellen. Und er bietet dir die Krone Neapels. Wenn du Luther verdammst, ist alles klar. Wenn ich Luther verdamme, kriege ich von den Fürsten nicht einen Pfennig und keine Soldaten. ein sogenanntes diplomatisches Pakt. Da ist eine Gipfelkonferenz fällig. Deine erste große Aufgabe, Karl. Ab heute Majestät. Onkelchen. Karlchen. Onkelchen, ich habe ein staatsmännisches Problem. Ei, ich höre. Ich habe Geld. Luther kommt von den Reichstag. Ich habe Soldaten. Forderungen der Ritterpartei und des Volkes werden unterdrückt. Der Papst ist mein Verbündeter. Alle Gewalt liegt bei den Fürsten. Wird Luther wieder rufen? Nein. Gut. Aber ich belege Luther mit der Reichsacht. Was machen wir da? Der Kaiser kann das Edikt nur mit Genehmigung der Reichsstände erlassen, wenn das weiterhielt. Das hilft weiter. Karlchen, sagen wir so, ich werde kurz nach Luthers Auftritt einen Gichtanfall bekommen und abreisen, meine Freunde, ebenfalls. Ohne Gicht. Damit ist das Kurfürstenkollegium und der Reichstag beschlussunfähig und du kannst erlassen, was du willst. es ist alles ungültig. Aber der Papst weiß, wann der Reichstag geschlossen ist. Da empfiehlt sich eine kleine Korrektur. Wir werden das Edikt zurückdatieren. Auf einen Tag, an dem der Reichstag noch vollständig war. Ja, aber bitte, es ist so und so ungültig. Da es dem Reichstag nichts vorgelegen hat, kann es auch nicht in den Reichstagsabschied aufgenommen werden und ist damit gesetzlos. Außerdem schlage ich vor, dass du mir das Ding gar nicht erst zuschickst, denn was soll ich mit ungültigen Papieren, das belastet nur die Verwaltung. Lies es wenigstens. Was mir nicht vorliegt, existiert für mich nicht. Ich weiß von keinem Edikt. Sonst käme ich am Ende noch in die peinliche Lage der Öffentlichkeit zu beweisen, dass du ein ungesetzliches Edikt unterschrieben hast. Gut. Papierkorb. Aber Luther muss auch untertauchen. Wird geregelt. Onkelchen? Karlchen. Luther darf nicht widerrufen. Klar? Alles klar. Dieser Luther ist ein scharfes Messer. Wenn man es in die Hand bekäme. An den Mann kommt man nicht heran. Majestät. Friedrich passt auf. Ich hab da so eine Idee. Wäre nicht mal wieder ein Konzil fällig? Überfällig, Majestät. Ein Konzil mag der Papst nicht, was? Es ist für ihn schlimmer als die Pest. Das Konzil kann ihn nämlich absitzen und einen neuen Papst wählen. Ein Papst, der das tut, was ich will. der mir keine Verträge mehr diktiert. Ein Konzil wäre etwas sehr Schönes. Der Luther muss auf unserer Seite. Du kannst dir einen Orden verdienen. Ich habe bereits alle. Dann sieh zu, dass du sie behältst. Ist der Luther endlich da? Eben angekommen. Mannhaft? Nicht sehr. Er hat plötzlich alle möglichen Krankheiten. Dass er mir keinen Augenblick ohne Bewachung bleibt. Ich habe 100 Mann dafür abgestellt. Das Haus in dem Ruhm ist von uns besetzt. Zwei unserer besten Leute liegen mit Ihnen in einem Zimmer. Dass die mir nicht schlafen. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sie müssen ihm jetzt entgegenkommen. Er hat Angst. Nach seiner Zeit ist sowieso abgelaufen. Er hat seine Aufgaben erfüllt. Wir werden ihn gefangen nehmen. Sagen Sie ihm, dass ich ihn verstecken werde, wenn er nicht wieder ruft. Nehmen Sie ein paar gute Leute. Täuschen Sie auf der Heimrass einen Überfall vor. Und bringen Sie ihn an einen sicheren Ort. Er schwärmt schon lange für eine Burg. Wir könnten ihn auf die... Keine Namen. Nichts. Ich weiß von nichts. Ich habe keine Ahnung. Aber wir könnten uns doch unabhängig von Luther über die Vorzüge Ihrer Burgen unterhalten. Das können wir. Ich würde zum Beispiel sagen, die Wartburg ist eine sehr schöne, ruhige Burg. Rund um nur Wälder, wenig Menschen. Schöne Zellen. Kurz, für Leute, die sich einmal zurückziehen wollen, das Ideale. Ich stimme Ihnen zu, aber von Luther weiß ich nichts. Ich schwöre, vor Gottem Allmächtigen mit dieser Sache habe ich nichts zu tun. Er widerruft. Er widerruft nicht. Er widerruft. Er widerruft nicht. Er widerruft. Er widerruft nicht. Bedenkzeit. Er hat um Bedenkzeit gebeten. Bedenkzeit. Spallertie! Spallertie! Ist der denn wahnsinnig? Ist der übergeschnappt? Was bildet er sich ein? Mein Renommee? Bedenkzeit! Wofür ist der Kerl denn hier? Will der mich blamieren? Erstens hat er nur christliche Bücher geschrieben, die er nicht zu widerrufen braucht. Zweitens Streitbücher gegen den Papst, die will er gerne ändern. Drittens Diskussionen über den Glauben. Diskussionen braucht man nicht zu widerrufen. Viertens, er will belehrt werden. Wenn er geirrt hat, will er widerrufen. Stellen Sie ihn neben mich? Er widerruft! Er widerruft! Er widerruft! Er widerruft! Er widerruft! Er widerruft! Oh! Karlchen! Ich reise ab! Schon? Etwas Schlimmes? Ja, die Gicht. Diese Schmerzen unerträglich. Tut mir leid. Gute Reise. Schlag die Pilgröcher! Schlag die Pilgröcher! Rautet sie auf! Aus meiner Hilde, mit ihrem Blut! Auf soll ich gehen, mein Gotteskinder! Auf rurren! Auf rurren! Die Welt ist verändert. Die Menschen sind verändert. Der Mönch Martin Luther trägt statt einer Kutte weltliche Kleidung, heißt jetzt Junker Jörg und lebt nicht mehr in einem Kloster, sondern auf einer Festung. Auch Thomas Münzer und Andreas Karlstadt nehmen mit vereinten Kräften an der großen Veränderung teil. Während Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen sich diese Veränderungen ganz anders vorgestellt hat. Hartmut, Tur 1, Leitwarte Junker Jörg übernimmt Kadeswarte. Guten Morgen, Junker Jörg. Guten Morgen. Darf ich fragen, ob der Herr Junker eine gute Nacht hatten? Oder musste der Herr Junker wieder mit dem Teufel kämpfen? Mit dem Teufel. Dreimal war er heute Nacht da. Erst knackte es und krachte es überall. Die Balken. Nein. Nein. Der Teufel. Dann auf einmal ein Hui. Hui. Der Wind. Nein. Der Teufel. Da höre ich ihn plötzlich auf dem Gang. Wer einen schweren Sack in die Hölle schleift. Spielt mir nicht den Luther. Die Leute möchten mir sonst noch draufkommen, was dahinter steckt. Sie sind dumm und merken nichts. Ich habe die Verantwortung, wenn mit euch was passiert. Der Fürst hängt mich auf. Mit dem Fürst kann man reden. Ihr. Als Theologe. Ich bin Hauptmann. Ihr habt Gottes Wort in der Tasche. Und immer eine Ausrede. Ich habe nur die Dienstvorschrift. Und die hängt mich. Fleißig. Ich übersetze die Bibel ins Deutsche. ins Deutsche? Gibt es doch schon. Mein Vetter ist Bibliothekar in Nürnberg. Der hat ganze Regale voll mit deutschen Bibeln. Die taugen alle nichts. Ich habe hier eine. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Hier steht... Ich verstehe nichts davon. Geht ihr mit mir auf die Jagd? Ein paar Hasen? Warum Hasen töten, wenn so viele Christenfeinde leben? Auch ein Standpunkt. Von Wittenberg nach Altstadt Wir müssen es selber tun, Karlstadt. Sie werden es nicht für uns tun. Man muss die Gottlosen aus dem Weg räumen, damit die Gerechten Zeit und Raum haben. Es ist nicht möglich, dass ein Mensch bei dieser Tyrannei zum Nachdenken kommt. Ganz Deutschland schuftet, damit einige Herren prassen können. Die Leute wachen auf. Sie wollen keine Ochsen sein, die einen Brunkkarren ziehen. Man hat ihnen erzählt, dass sie Tiere sind und sie merken plötzlich, dass sie Menschen sind. Ich war in Zwickau bei den Tuchmachern. Ich war in Joachimsthal bei den Bergarbeitern. Ich war jetzt in Prag. Und? Ausgewiesen. Wie üblich. Du warst überall Münzer und sie haben dich überall ausgewiesen. Es stört mich nicht. Ich bin es gewohnt. Im Gegenteil, wenn ich nach drei Tagen nicht ausgewiesen werde, bin ich misstrauisch. Dann stimmt etwas nicht an meiner Predigt. Nein, nein. Gesetzliche Reformen. Schritt für Schritt. Dagegen kann keiner etwas haben. Hier. Der Entwurf unserer neuen Gemeindeordnung. Wir richten eine gemeinsame Kasse ein. Alle kirchlichen Einnahmen kommen jetzt in diese Kasse. Von den Wertsachen der Klöster und Kirchen wird ein Inventar angelegt. Damit ihr sie später in der fürstlichen Schatzkammer wiederfinden könnt. Abwarten. Verwaltet wird die Kasse von zwei Ratsherren, zwei Vertretern der Gemeinde und einem Schreiber. Keiner soll mehr betteln. Arme, Kranke und Waisen werden unterstützt. Begabte Kinder erhalten ein Stipendium, damit sie studieren können. Die anderen sollen ein Handwerk erlernen. Unbemittelte Handwerker und arme Leute erhalten kurzfristige Kredite. Zinslos. Überschüsse kann man für die Anschaffung von städtischen Vorräten verwenden. Getreide oder so. Sollte das Geld nicht reichen, muss jeder Bürger je nach Vermögen etwas beisteuern. Dann müssen wir uns um neue Lehrer kümmern. Die Priester erhalten drei Viertel ihrer bisherigen Einnahmen als Gehalt und im Übrigen wird hier die evangelische Messe gehalten. Wirst du es durchbringen? Der Rat ist dafür und sämtliche Einwohner. Und der Fürst? Es ist alles gesetzmäßig. Ruhe und Ordnung, Abstimmung im Rat. Der Fürst muss das einsehen. Aber das Gefängnis ist schon voll. Er kann doch nicht die ganze Stadt einsperren. Ich glaube, da ist bald eine Ausweisung fällig. Das Reich und die Herrlichkeit und die Ordnung der Untertanen. So was beschließt man hier? So was beschließt man in meinem schönen Wittenberg? Da ist das Dankbarkeit. Spalatin, ist das Dankbarkeit? Gemeindeordnung der Stadt Wittenberg. Das ist Aufruhr, Revolution. Mir verschlecht's die Sprache. Die Kirchengüter werden unter die Armen verteilt. Solche gotteslästerlichen Dinge will ich gar nicht erst lesen. Das dreht ja die Welt herum. Gemeindeordnung. Ausgerechnet jetzt, wo ich den Vorsitz der Reichsregierung übernehme. Was soll ich denn meinen Kollegen sagen? Soll ich sagen, die Kirchengüter sind für die Armen? Meine Hauptstadt zieht alles ein und... Ich darf zusehen. Ich blammiere mich ja bis auf die Knochen. Ganz Deutschland wird über mich lachen. Ich werde nicht mehr Friedrich der Weise heißen, sondern Friedrich der Beschessene. Da hätte man die Sache mit dem Luther ja gar nicht erst anfangen brauchen. Ich mach mich für diesen Mann stark und wenn's ans Kassieren geht, haben meine Untertanen schon ausgeräumt. Das ist ja gegen jede Natur. Kurfürstliche Gnaden können es verbieten. Ja, ich verbiete es. Ich verbiete es ganz entschieden. Was mit den Kirchengütern geschieht, bestimme ich. Ich ganz allein. Nein, das steht hier von der Messe. Deutsch-Evangelisch. Was ist das? Karstadt hat die Messe reformiert. Habe ich das nicht verboten? Strengstens. Er hat es trotzdem gemacht? Trotzdem. Karka. Kurfürstliche Gnaden, die Leute werden uns das Schloss anzünden. Da haben sie es auf, Ruhe, Revolution. Und damit soll ich die Reichsregierung übernehmen? Mit der Revolution im eigenen Land? Na, die anderen Herren werden sich bedanken. Na, Spallatin. Ich gebe Ihnen zwei Wochen. Wenn ich die Regierung übernehme, herrscht hier absolute Ruhe. Gemeindeordnung weg. Messe weg. Kirchengüter zu meiner Verfügung. Ich will ein Musterland haben. Man kann über alles lesen, diskutieren und predigen. Aber es bleibt alles beim Alten. Es wird nichts geändert. Kurfürstliche Gnaden, da brauchen wir den Luther. Ach, der spuckt doch auch nur große Töne. Er hat jetzt zehn Monate gesessen und es hat ihn weich gemacht. Und was werden die anderen Herren sagen, wenn ich ihn wieder herauslasse? Oder wenn er für Ruhe und Frieden sorgt? Nichts. Sie sehen ja, was passiert, wenn man ihn entfernt. Es kommen neue Leute und die predigen nicht nur gegen die Kirche, die predigen auch gegen uns. Wenn die erst mal Fuß fassen... Ich will nichts damit zu tun haben. Nichts. Gar nichts. Ich will einen Brief von ihm haben. Für die Reichsregierung. Einen Brief, in dem er mir schreibt, warum er wieder nach Wittenberg kommt. Dass er gegen unseren Willen und ohne unser Wissen kommt. Dass er in allem Maß halten will, dass er niemand zur Last fallen will. Und den Brief bitte so abfassen, dass ich ihn bei der Regierung vorlegen kann. Theologen geraten in die Politik und Gottes Wort führt zu verschiedenen Wegen. Habt ihr den Brief für den Fürst? Sehr hübsch formuliert. Und sehr mutig. Aber das müsst ihr nochmal umschreiben. Das kann man der Reichsregierung nicht vorlegen. Ich werde euch ein neues Konzept schicken. Danke. Ich kann selber schreiben. Abschreiben ist sicherer. Lieber Doktor. Der Fürst wünscht Ruhe in seinem Land. Ruhe und nochmals Ruhe. Was da in letzter Zeit passiert ist, ist nicht in unserem Sinne. Das Volk lief den ganzen Tag durch die Straßen. Versammlungen, Abstimmungen, Diskussionen. Von morgens bis abends Sprechchöre. Das Volk hat alle Ursache zum Dreschfliegel zu greifen. So wie es hierzulande drangsaliert und geschunden wird. Ein Karstadt genügt uns. Immer nur predigen und nicht ändern. Da hätte man gar nicht erst mit dem Predigen anfangen brauchen. Ihr seid unter Umständen schneller wieder auf der Wartburg, als es lieb ist. Und wo sind meine Briefe, meine Manuskripte, die ich von der Wartburg geschickt habe? Nichts ist angekommen. Keiner hat sie gesehen. Wir haben sie zurückgehalten. Was? Ich verlange, dass meine Manuskripte gedruckt werden. Sofort! Über zwei kann man reden, wenn alles ruhig bleibt. Aber die Schrift gegen Kardinal Albrecht wird nicht gedruckt. Der Fürst hat sich mit ihm angefreundet. Sie wird gedruckt. Sie wird nicht gedruckt. Und wenn ich euch, den Fürsten und alle Welt, ins Verderben stürze, ich will, dass sie gedruckt wird. Also gut. Wird sie nicht gedruckt. Was liegt daran? Der Fürst zahlt euch ein Anfangsgehalt von 20.000 jährlich. Und wo wohne ich? Im Augustinerkloster. Es steht jetzt leer und wartet auf einen neuen Herrn. Und es ist eine schöne, reiche Pfund. Die alte Welt verschwindet. Luther. Mein lieber Melanchthon. Du siehst, notgedrungen habe ich mich lebend mitten in das Wüten von Papst und Kaiser gestürzt, um den Wolf aus meiner Hürde zu vertreiben. Schutzlos umgeben von Feinden. Nur den Himmel über mir. Ich habe eine stille Kammer gefunden, wie du es wolltest. Du kannst dort ganz im verborgenen Leben. Chris, die Gedanken kenne ich nicht. Aber ich weiß, dass ich nie so mutig war wie jetzt. Nun geht es erst richtig los. Und damit du nicht auf das falsche Pferd setzt. Es ist Gottes Willen, dass alles wieder rückgängig gemacht wird. Rückgängig? Ja. Ich habe anscheinend immer eine besondere Gefahr zu bestehen. Erst Augsburg, dann Worms, jetzt Wittenberg. Aber du hast doch gesagt, dass du mit allem einverstanden bist. Habe ich das? Wie willst du das den Leuten klar machen? Lieber Melanchthon, wir haben so oft vom Glauben geredet. Von der Hoffnung auf das, was man nicht sieht. Warum wollen wir es nicht mal mit dieser Lehre wagen? Es geschieht ja auf Gottes Befehl und nicht auf unseren Willen. Ich verstehe nicht. Wir fahren am besten, wenn wir auf der mittleren Straße bleiben. Soll man mir Falschheit vorwerfen, weil ich auf den Fürsten höre, oder mein Doppelspiel verfluchen? Ich beruhige mein Gewissen, indem ich mir sage, dass es der gebräuchliche Stil ist. Die neue Welt beginnt sich zu drehen. Schau an, unser Märtyrer. Über ein kleines, so seht ihr mich nicht. Und über ein kleines, so seht ihr mich. Was macht eine 15-Jährige? Sie bleibt mir das Bett. Über unser schönes Wittenberg hört man ja auch so allerlei. Was? Es ging wohl ein bisschen drunter und drüber. Ach, dem Hof ging es drunter und drüber. Uns hat es Spaß gemacht und wir fanden alles sehr ordentlich. Aufruhr, Gewalt, Empörung. Was hast du nur aus Wittenberg gemacht? Wir hatten die Freiheit, uns die Freiheit zu nehmen. Schwarmgeisterei. Wenn wir die Freiheit in Anspruch nehmen, dann ist die Freiheit plötzlich nicht mehr für uns da. Dann hast du es auf einmal. Ordnung, Ordnung, liebe Kinder. Bedenkt um Gottes Willen. Ordnung muss sein. Fragt sich nur, wessen Ordnung? Hier. Das ist unsere Ordnung. Gemeindeordnung der Stadt Wittenberg. Beschlossen vom Rat und von den Bürgern dieser Stadt. Wird rückgängig gemacht. Wenn du schon so für Ordnung bist, hättest du es ja wenigstens einmal lesen können. Es steht nämlich auch darin, dass in dieser Stadt eine deutsche evangelische Messe gehalten wird. Wird rückgängig gemacht. Alles wie in der guten alten Zeit. Beichte und Kommunion wie bisher. Messgewänder, Gesang, alle Zeremonien. Und Lateinisch. Warst du nicht mal für Änderungen? Man kann auch so Abhilfe schaffen. Und wie? Ich denke mir, die Priester lassen stillschweigend ein paar Worte aus. So kann man evangelische Messe halten, ohne dass das Volk etwas davon merkt. Das sind natürlich einschneidende Änderungen. Die Obrigkeit merkt nichts, weil sie nicht in die Kirche geht. Und das Volk merkt nichts, weil es kein Latein kann. Du nimmst das alles viel zu wichtig. Es ist egal, wie man das Abendmahl nimmt, ob man beichtet, ob man fastet, ob man im Kloster bleibt oder nicht. Alles ohne jede Bedeutung dieser Gottes. Ich wollte sie nie verbreiten. Ich wollte an unserer Universität darüber diskutieren, mit Kollegen. Dann hätte ich sie weggeschmissen. Aber weiß der Teufel, plötzlich tauchen sie überall auf. Dabei habe ich sie absichtlich dunkel und rätselhaft formuliert. Und in einer Form, dass es mir unbegreiflich ist, dass sie von der Öffentlichkeit verstanden werden. Ich habe sie ja noch rasch meinem Bischof geschickt und geschrieben, er soll streichen, was er will. Meinetwegen soll er die Thesen ins Feuer schmeißen. Mir wäre nichts daran gelegen. Aber es war schon passiert. Ich wollte sogar ein Buch von der Kraft des Ablasses schreiben, um damit diese Thesen zu unterdrücken, die man gegen meinen Willen herumreicht. Es gibt viele, die sagen, der Fürst stecke dahinter. Hättet ihr nicht widersprochen, wäre alles schon längst vergessen. Kein Mensch würde das Lied noch singen. Ihr verlangt etwas viel vom Papst. Der Heilige Vater war ja nun wirklich Geduld. Aber jetzt muss Schluss sein. Wenn jetzt nicht Schluss ist und wir uns weiter streiten, wird die Sache erst recht in die Öffentlichkeit kommen. Und aus theologischen Thesen wird noch ernst. Gar kein Problem. Ich sag ja, der Papst hat den Ablass geändert. Sicher. Ich war zu hitzig. Aber ich habe schon damals an den Papst geschrieben, dass ich mich ihm zu Füßen werfe mit allem, was ich bin und habe. Er soll billigen oder missbilligen, Leben oder Tod aussprechen. Ich unterwerfe mich. Ich will alles tun und alles erleiden. Nur, dass die Sache ein Ende hat. Ich will die Kirche in aller Demut ehren. Ich will gerne widerrufen und schweigen für alle Zeit. Kaiser Maximilian ist gestorben. Außerordentliche Gesellschaft der Versammlung der Firma Jakob Fugger. Einziger Punkt der Tagesordnung. Intronisierung eines neuen deutschen Kaisers. Gelobt, Herr Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Meine Herren, ich sehe drei Kandidaten. Den König von Frankreich, Friedrich von Sachsen und Karl. Für unsere Absichten dürfte Karl wohl am zweckmäßigsten sein. Er ist jung. Wir können uns mit ihm auf lange Sicht verbinden. Er sichert uns unseren bisherigen Besitz. Bergwerke, Hüttenwerke und so weiter. Er bringt die Niederlande. Das wichtigste Handelszentrum der nächsten Jahrzehnte. Er bringt Spanien und damit die Quecksilbergruben. Er bringt Amerika, dessen Gold- und Silberlieferungen immer wichtiger werden. Er bietet uns die Möglichkeit, im großen Stil in das Gewürzgeschäft einzusteigen. Er wird Kriege führen müssen. Da wir einen großen Teil unserer Werker Früstungsproduktion umgestellt haben, brauchen wir einen neuen Großabnehmer. Hinzu kommt, dass sein Hauptfeind der Papst sein wird. Und da der Papst ebenfalls unser Kunde ist, werden wir doppelt verdienen. Kein anderer Kandidat bietet uns so viel Verdienstmöglichkeiten. Der König von Frankreich hat schon viel gezahlt. Die meisten Kurfürsten haben sein Geld angenommen, also stimmen Sie für ihn. Ich habe den in Frage kommenden Herrn ausrichten lassen, dass ich das Doppelte von dem zahle, was der König von Frankreich zahlt. Und das sagt sie? Er hat gute Aussichten. Er ist Ihnen politisch ohne Zweifel der Stärkere. Aber er bringt uns nicht das internationale Geschäft. Er ist der Einzige, der sich in der ganzen Reichspolitik noch auskennt. Ein hervorragender Politiker, ohne Zweifel. Wenn Sie mich fragen, der Einzige, den wir haben. Aber ich glaube, ich habe ihm seine Grenzen klar gemacht. Karl, kann teuer werden. Es ist die Stunde der Fürsten. Man wird sie fürstlich bezahlen müssen. Wie viel? Ich rechne mit 100 Millionen. Wir werden ein Konsortium bilden. Aber mein Entschluss steht fest, dieses Geschäft machen wir. Irgendwelche Einwände? Dann wird Karl deutscher Kaiser. Ich schließe die Sitzung. Gelobt zu Jesus Christus. Kaiser Maximilien ist gestorben. Der Papst in Rom berät sich mit seinem Kardinallegat Caetan. Wenn Karl durchkommt, können wir den Vatikan dicht machen. Der macht dich zu seinem Hofgang klar. Wenn uns noch einer retten kann, dann dieser Sachse. Du kennst ihn doch, Caetan. Wie kommt man dem bei? Dem kommt man überhaupt nicht bei. Der schiebt immer den Luther vor. Ihn selbst kriegt man nie. Schreiben wir dem Luther doch einen Brief. Er soll nach Rom kommen. Ich werde ihm ein milder Vater sein. Der Herr spricht, ich habe keinen Gefallen am Tode des Sünders, sondern, dass er sich bekehre und lebe. Wenn du meinst, du könntest dem Sachsen diesen Mann abkaufen, wirst du dich wundern. Warum kann dieser Friedrich nicht Kaiser werden? Wenn er will, wird er es. Hat er Aussichten? Besser als Karl. Er kommandiert die deutschen Fürsten, wie er will. Dann soll er Kaiser werden. Und schreibt dem Fürsten, ich wäre ganz auf seiner Seite. Ich würde alles für ihn tun. Ich würde ihn als Kaiser anerkennen, auch wenn er nur zwei Stimmen auf sich vereinigt. Schafft er das? Spielend. Also? Zwei Stimmen und ich mache ihn zum Kaiser. Und Luther? In Luther kann er zum Kardinal ernennen und ihm ein großes, nein, ein sehr großes Erzbistum schenken. Friedrich der Reise. Nicht übel, deutscher Kaiser. Zwei Stimmen. Das wäre zu machen. Was meinen Sie, Spalatin? Kurfürstliche Gnaden sollten sich das genau überlegen. Dann überlegen Sie mal. Den Papst haben wir Luther sei Dank ziemlich ausgenommen. Was er uns bieten konnte, haben wir inzwischen. Vielleicht hier nochmal ein Ablass, da nochmal ein Segen, das macht das Kraut nicht fett. Richtig. Fugger bietet sieben Millionen und für ihre Neffen die Schwester Karls. Ergo, was haben wir vom Papst zu erwarten? Nichts. Was haben wir vom Fugger zu erwarten? Viel. Was passiert, wenn wir uns gegen den Papst stellen? Nichts. Was passiert, wenn wir uns gegen Fugger stellen? Viel. Aber was macht man mit Karl? Wenn so ein junger Bursche auf den Thron kommt, der glaubt doch gleich, die ganze Welt gehört ihm. Wenn das kein Vorteil ist. Karl herrscht über so viele Länder. Überall Aufstände, Ärger mit dem Adel, Kriege mit Frankreich, mit dem Papst. Wann kann der sich um Deutschland kümmern? Er wird uns ein paar Besucher abstatten, das ist alles. Und wenn er abwesend ist, sind Kurfürstliche Gnaden der Reichsverlöser. Was ändert sich also? Nichts. Aber wenn mir das noch nicht genügt... Setzen Sie einen scharfen Wahlvertrag durch, der seine Rechte einschränkt. Aber ein Kaiser, der nicht regieren kann. Was ist das für eine Sache? Man wird eine Reichsregierung einsetzen. Aha, ich verstehe. Das freut mich. Ein kleines Gremium erlaucht der Herren, die Deutschland regieren. Und da Sie in diesem Gremium sowieso der erste Mann sind, regieren Sie in Deutschland. Es fehlt Ihnen nur der Titel. Aber... dafür bekommen Sie sieben Millionen und die Schwester des Kaisers in die Familie. Ich sehe mit Freuden, dass Sie bei mir denken gelernt haben. Hier ist der Wahlvertrag. Dann wird Sie Friedrich den Waisen nennen. Das hoffe ich sehr. Karl V. Von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser. König der Römer. Immer Augustus. König von Spanien. Germania. Sizilien. Jerusalem. Ungarn. Dalmatien. Kroatien. Der Balearen. Der Kanarischen und Indianischen Herzen. Sowie des Festlandes jenseits des Ozeans. Herzherzog von Österreich. Herzog von Burgund. Rabant. Steier. Kerl. Krain. Luxemburg. Limburg. Athen. und Neopatrien. Graf von Habsburg. Flandern. Tirol. Pfalzgraf von Burgund. Hennegau. Fürth. Roussillon. Landgraf im Elsass. Fürst in Schwab. Herr in Asien und Afrika. Gibt es einen, der einen längeren Titel hat? Ich wüsste nicht, Majestät. Nun, Gartinara? Majestät Fugger zahlt und Friedrich ist einverstanden. Damit seid ihr Herr über Europa und den Rest der Welt. Weiter. Friedrich der Weise. Kurfürst von Sachsen und Reichsverweser. Onkelchen. Mein lieber Junge. Ich bin ja so stolz. Sprichst du Französisch? Nein. Spanisch? Leider nein. Ich werde nur mit Onkelchen regieren. Ein guter Junge. Ein lieber Junge. Der Wahlvertrag. Alle Freiheiten und Privilegien der Fürsten werden erhalten. Die Fürsten errechten eine Reichsregierung. Ohne unsere Einwilligung keinen Krieg, kein Bündnis, keinen Vertrag, keinen Reichstag, keine Steuern. Alle Ämter werden mit Deutschen besetzt. Reichstage werden nur in Deutschland abgehalten. So war mir Gott helfe. So war mir Gott helfe. Wollen Sie ihm auch noch Handschellen anlegen? Der Vertrag genügt. Können Sie mir sagen, wie der Junge danach regieren soll? Bin ich der Kaiser? Die Neuordnung der Welt oder Eigentum verpflichtet zur Religion. Was gibt's? Der Brief vom Papst an Luther. Diese Friedensbotschaft? Inklusive Reisegeld. Lassen Sie ihn verschwinden. Wenn Luther von dem Brief erfährt. Hier ist kein Brief angekommen. Das fehlte gerade noch. Wenn der drei freundliche Worte vom Papst liest, dann kriecht er doch sofort zu Kreuz. Mir langt die Geschichte mit dem Miltitz und ausgerechnet jetzt. Haben Sie denn nicht gehört? Hutten, Sickingen, die Ritter. Die Herren machen eine eigene Partei auf. Die Herren machen auf national. Ein einiges deutsches Reich unter einem starken Kaiser Karl. Und die Fürsten an den Galgen. Es geht nur um das Vermögen der Kirchen. Worum sonst? Die Herren wollen sich sanieren. Denen stehen die Schulden bisher. Die rettet nur noch das Kirchengut. Herr Fugger hat recht gehabt. Wenn die Ablässe nicht mehr gehen, kassiert man am besten gleich die ganze Kirche. Wissen Sie, dass zwei Drittel des deutschen Grundbesitzes der Kirche gehört? Zwei Drittel? Haben Sie mal gezählt, wie viel Klöster, Stifte, Kirchen es in meinem Lande gibt? Und alle sind voll mit Schätzen und Kunstwerken in Jahrhunderten gesammelt. Kostbare Gewänder, Geräte aus Gold und Silber. Ich träume nachts davon. Aber ich brauche einen Grund, einen handfesten Grund. Klageschriften habe ich genug bergeweise, die Reichstagsakten, Gutachten für Maximilian, Bücher vom Hutten, alles Klageschriften. Ich brauche Begründungen. Ich kann nicht einfach das Vermögen der Kirche einstecken. Man muss es erklären können. Hutten sagt national, ich bin ein christlicher Fürst. Ich kann nur enteignen, wenn ich damit ein gottgefälliges Werk tue. An den christlichen Adel deutscher Nationen. Kurfürstliche Gnaden müssen die Luther auch immer lesen. Der Reichstag in Worms steht vor der Tür. Ich will wissen, ob ich die Kirche einstecken kann oder nicht. Eine einfache Frage. Eine einfache Antwort. Hiermit? Ja. Gut. Und wie? Wir haben da einen ganz einfachen Trick gefunden. Wir sind alle Priester. Dann machen Sie mir keinen Ärger, Spalatin. Das Zölibat wird natürlich aufgehoben. Und dann lässt sich darüber reden. Jeder, der getauft wurde, ist Priester. Geistlicher wird man so, wie man Bürgermeister ist. Kinder, Kinder. Stimmt das denn? In der Bibel steht nichts Gegenteiliges. Und wir haben sie von vorne bis hinten durchgelesen. Na ja. Wenn es nicht drin steht. Also Priester. Daraus folgt. Wenn wir alle Priester sind, brauchen wir keinen besonderen Priesterstand. Das heißt, die Priester sind überflüssig mit ihnen, die römische Kirche. Es gibt nur noch weltliche Gewalt und weltliches Recht. Das geistliche Recht können wir verbrennen. Kinder, Kinder. Die Bibel. Aber wie komme ich an das Geld? Wir haben da eine alte Notstandstheorie ausgegraben. Wenn die Kirche ihrer Pflicht nicht nachkommt, ist es Aufgabe der weltlichen Gewalt zu reformieren. Ja, werde ich also die Kirche reformieren? Aber wie komme ich an das Geld? Dafür haben wir eine kleine Spezialschrift gedruckt von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Und hier beweisen wir, dass es eigentlich nur zwei Sakramente gibt. Taufe und Abendmahl. Und die anderen? Sind überflüssig. In der Bibel steht nichts von ihnen. Und damit sind unsere lieben Priester und Mönche allesamt arbeitslos. Denn was sollen sie noch tun, wenn fast alle Sakramente wegfallen? Sie werden gehen müssen. Und damit sind alle kirchlichen Pfunden, Einkünfte und Stiftungen frei. Das Vermögen der Kirche kann für andere Zwecke verwendet werden. Und damit das schöne Geld nicht in Unrecht der Hände fällt, nehme ich es in meine Hände, denn ich bin ein christlicher Fürst und habe das Recht und die Pflicht, die Kirche zu reformieren. Kurfürstliche Gnaden verstehen es ausgezeichnet. Und dabei ist es Religion? Gottes Wort. Wir halten uns als gläubige Christen streng an Gottes Wort. Und gegen Gottes Wort ist bekanntlich schwer anzukommen. Und wenn nun aber einer auf dem römischen Klavier spielen will. Das macht gar nichts. Wir haben zwar alle Änderungen ermöglicht, aber es muss nicht geändert werden. Es kann in allem auch so gehen wie bisher. Es ist egal. Ganz wie kurfürstliche Gnadenbelieben. Also eine reine Glaubensfrage. Eine reine Glaubensfrage. Ja, wenn das so ist, dann werden wir beten, dass Gott uns den rechten Glauben schenkt. Was Worms betrifft, haben kurfürstliche Gnaden mit dem Lob da bestimmte Absichten? Oh ja. Ich kenne verschiedene Herren, die schon lange auf der Suche nach dem rechten Glauben sind. Des Volkes Ruhe, hat der Papst geschrieben. Nein. Nur die Bannandrohung ist gekommen. Wird er den Bann verhängen? Man muss damit rechnen. Ich habe doch an den Papst geschrieben, dass ich alles tun werde, was er will. Warum antwortet er nicht? Das weiß der liebe Himmel. Aber er kann mich doch wenigstens anhören. Er kann mich doch nicht so einfach in den Bann tun. Ihr habt viel geschrieben. Meine Bücher. Ihre Verbreitung ärgert mich nur. Am liebsten sehe ich sie alle auf einmal verschwinden. Das geht nun nicht mehr. Ihr seid inzwischen der Luther. Ich wünsche nichts mehr, als von meiner Professur loszukommen und mich in irgendeinen Winkel zu vergraben. Ich führe diesen Lehrstuhl gegen meinen Willen. Ich habe nur Ärger davon. Sprecht mit dem Fürsten. Er soll mich entlassen. Der Fürst wünscht eine starke Entgegnung auf die Bannandrohung. Man sollte die Angelegenheit mit Schweigen übergehen, sonst wird der Bann noch eines Tages durch uns Geltung erlangen. Das Beste ist, wenn man die Sache sich selbst überlässt. Sie wird dann einschlafen. Der Kurfürst wünscht die Entgegnung in zwei Fassungen, lateinisch und deutsch. Die lateinische bitte recht scharf für die Gelehrten, die deutsche Milder. Wir wollen das Volk nicht weiter beunruhigen. Wenn ihr mich nicht so drängtet, würde ich die ganze Sache jetzt Gott befehlen und keinen Schritt mehr weiter tun. Wir leiten jetzt die Wormser Geschichte ein. Ihr kommt wahrscheinlich vor den Reichstag und werdet nicht widerrufen. Genaue Anweisungen folgen noch. Kann ich verbrannt werden? Da werden eher die anderen brennen. Für mich selbst fürchte ich nichts. Es geschehe, was Gott will. Ich freue mich von ganzem Herzen für eine so gute Sache zu leiden. Umso besser. Daher werde ich an den Kaiser schreiben, dass ich nicht daran denke, zu erscheinen. Wie? Falls ich nur widerrufen soll. Ich verstehe nicht. Aber lieber Spalatin, das ist ja ebenso gut, als ob ich schon in Worms gewesen und wieder nach Wittenberg zurückgekehrt wäre. Die Reise kann ich mir doch sparen. Widerrufen kann ich hier auch. Wollt ihr widerrufen? Gottes Wille geschehe. Ja oder nein? Wenn der Kaiser mich töten will, komme ich natürlich. Obwohl es mir lieber wäre, wenn die Päpstlichen mein Blut an ihren Händen hätten. Lieber Doktor, ich muss euch furchtbar enttäuschen. Weder der Kaiser will euer Blut noch der Papst. Daher bitte ich den Fürst, dass er beim Kaiser dafür sorgt, dass ich freies Geleit bekomme und nicht verfolgt und verdammt werde. Ihr bekommt Geld, Räte, Bewachung, kaiserliches Geleit. Ich bitte nicht meinetwegen. An mir ist nichts gelegen. Es ist ja auch nicht meine Sache, lieber Spalatin. Es geht um das Heil der Christenheit und der deutschen Nation. Selbstverständlich. Reisepläne Reisepläne. Nun? Da ist mal wieder eine Entgegnung fällig, Melanchthon. Den Papisten werde ich die Bulle um die Ohren fetzen. Ich würde erst einmal abwarten. Ja, mir wäre auch lieber, die Sache nehme ihren Lauf. Denk daran, dass du dieses Werk im Namen Jesu Christi angefangen hast. Es könnte allzu leicht im Namen der Fürsten enden. Du siehst das falsch, Karlstadt. Wenn ich mich mit den Fürsten einlasse, dann nur darum, weil sie durch den Dienst, den sie mir leisten, sich um das Wort Gottes verdient machen und dadurch gerettet werden. So sehe ich das auch. Mit dir kann man nicht diskutieren. Übrigens gehe ich nach Worms. Bist du verrückt? Ich weiß, Melanchthon, mir steht ein großes Martyrium bevor. Aber um mich habe ich keine Angst. Wir triumphieren über Papst und Kaiser. Wir werden auch die Fürsten besiegen und verachten. Reichstag zu Worms oder hohe Politik als Verbindung aller denkbaren Möglichkeiten. Es darf nur keiner widerrufen. Dieser blöde Reichstag. Worms. Worms. Ich bin schon ganz melancholisch, seitdem ich in Deutschland bin. Gartinara, dein Vortrag. Um Spanien steht es schlecht. Bürgerkrieg. Wir haben Beweise, dass der Papst dahinter steckt. Der König von Frankreich nutzt die Lager aus und greift in Spanien und in Holland an. Wir müssen handeln. Ich schlage vor, wir greifen die Franzosen in Mailand an. Wenn wir Oberitalien besitzen, haben wir ganz Italien. Und Frankreich hat eine wichtige Position verloren. Gegen den Papst und gegen den König von Frankreich? Verbündete, heißt die staatsmännische Antwort. Die deutschen Fürsten müssen uns die Soldaten stellen und der Papst muss sich auf unsere Seite schlagen. Und wie schafft man das? Nun, ich werde zunächst mal Fugger einen kleinen Wink geben. Das hilft immer. Und dann würde ich mich sehr intensiv um diesen Luther kümmern. Dieser blöde Mönch? Er gehört zur Fürstenpartei. Die Ritterpartei steckt mit drin und die Städte noch. Und die Kurie zittert, wenn man nur seinen Namen ausspricht. Hier, ein Schreiben unseres römischen Botschafters. Er empfiehlt den Luther in unsere Gunst zu nehmen. Mit seinen Predigten könnten wir dem Papst die größten Schwierigkeiten bereiten. Luther ist ein wichtiger Mann. Und deshalb sollten wir ihn benutzen. Onkelchen will ihn mit auf den Reichstag bringen. Selbst wenn wir es wollten, könnten wir das nicht verhindern. Also laden wir ihn offiziell ein. Dem Papst könnte man damit andeuten, dass es vielleicht eine Religion gibt, die für uns viel nützlicher ist als seine. Wenn erst mal halb Europa dem Luther glaubt, da brauchen wir gar nicht mehr nach Rom zu marschieren, dann trägt man uns nach Rom. Was glaubst du, wie schnell der Papst auf unserer Seite ist? Gut. Lass dem Papst ausrichten, wenn er meine Angelegenheiten in Verwirrung bringt, dann werde ich ihm eine Verwirrung anrichten, aus der er nicht so leicht herausfinden wird. Er soll sofort seine Hände von Spanien lassen. Außerdem wünsche ich von ihm einen Angriffspakt gegen Frankreich. Über die Glaubensfrage lachen die doch alle. Luther ist der Narr, den man braucht, um das Spiel zu spielen. Spielen wir mit? Friedrich benutzt ihn, Karl benutzt ihn. Benützen wir ihn auch? Du bist der Papst. Ich habe Schulden beim Fugger, acht Millionen. Und kann nicht mal die Zinsen zahlen. Ich habe ihm schon mal einen wertvollsten Ring geben müssen. Wenn er mir jetzt plötzlich einen Kredit von 20 Millionen gibt, den nehme ich doch. Einen Kredit, um deutsche Söldner zu kaufen. Hauptsache, wir haben erst mal das Geld. Willst du dich wirklich mit Karl ver... Martin Luther und Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung. Ein Theaterstück von Dieter Forte in einer vom Autor für den Hörfunk neu bearbeiteten Fassung. Der Anfang Mit ihnen lasst, so flehen wir auch uns einstellen und von Ehrfurcht bekennen. Heilig, 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 Herr Gott, der Herrscher. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgeber Zeit überkommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Gesamtkapital der Firma Jakob Fugger 19.679.100. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Wenn ich mir als Ihr Buchhalter die Bemerkung erlauben darf, wie sind der reichste Mann Europas? Die Geschäfte. Albrecht von Brandenburg. Zwei Geschäftsleute und die Verwandlung von theologischen Fragen in Geld. Warum meins? Ich möchte Zeit haben und es ist gerade frei. Das größte und reichste Bistum Deutschlands. Das würde ich in Kauf nehmen. Die Kirche verbietet Ämterhäuferung. Die Kirche verbietet viel. Sie sind zu jung für das Amt eines Bischofs. Ich bin Erzbischof von Magdeburg und Administrator von Halberstadt. Und dazu noch Erzbischof von Mainz. Ich denke, es ist eine Geldfrage. Haben Sie Geld? Welch sonst hier? Schwarz. Das Erzbistum Mainz kostet an regulären Gebühren eine Million vierhunderttausend. Hinzu kommt ein Bestechungsgeld für den Heiligen Vater. Bestechungsgeld, ich bitte Sie. Eine Handsalbe. Der Heilige Vater denkt an eine Handsalbe von einer Million zweihunderttausend. Das ist keine Nächstenliebe. Der Heilige Vater dachte dabei an die zwölf Apostel. Pro Kopf hunderttausend. Wann ist wirklich zwölf? Irrt sich der Papst da nicht? In Geldangelegenheiten ist der Papst unfehlbar. Sagen wir siebenhunderttausend nach den sieben Todsünden. Sagen wir eine Million nach den zehn Geboten. Das wären zwei Millionen vierhunderttausend. Drei Millionen. Zehn und vierzehn sind vierundzwanzig. Kaiser Maximilian will auch etwas haben. Das ist so üblich. Und das Haus Fugger kann leider nicht umsonst arbeiten. Drei Millionen. Sachsen ist auch sehr interessiert. Achtundzwanzig. Achtundzwanzig. In Gottes Namen. Wie wollen Sie zurückzahlen? Es wird sich finden. Was schlagen Sie vor? Da der Heilige Vater in seiner Weisheit das vorausgesehen hat, erlaubt er in seiner übergroßen Güte, dass wir eine neue Anleihe auflegen, den Petersdomablass und Sie als Ablasskommissar einsetzen. Sag ich doch. Eine Geldfrage. Schmerz. Laufzeit acht Jahre. 50 Prozent der Einnahmen an den Heiligen Vater. 50 Prozent für den Ablasskommissar. Das lässt sich hören. Allerdings werden die 50 Prozent für den Heiligen Vater nicht mit den Mainzer Gebühren verrechnet. Nicht? Und die andere Hälfte erlaube ich mir einzuziehen, bis Ihre Schuld bei mir getilgt ist. Zu diesem Zweck werden meine Leute Ihre Vertreter begleiten. Sie werden einen Schlüssel zu jeder Geldkiste haben und das eingelegte Geld kassieren. Und was habe ich? Sie haben meins. Wenn ich Ihnen raten darf, nehmen Sie den Tetzel, ein erstklassiger Mann. Sehr viel Erfahrung. Und noch eins. Die Marktlage ist momentan schlecht. Mit dem üblichen Seelenheil ist nichts mehr zu verdienen. Verkaufen Sie den Ablass auch für Tote. Geht das? Das geht nicht. Aber man kann es machen. Und verkaufen Sie auch an die, die nicht bereuen. Ich verstehe von theologischen Dingen nichts. Wo darf ich verkaufen? Nicht in Sachsen. Ohne Sachsen lohnt es nicht. Nicht in Sachsen. Friedrich hat seine eigenen Ablässe. Und diese Mainzer Geschichte passt ihm sowieso nicht. Werkwerke müsste man haben. Sie sammeln ja Bistümer. Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen und sein Geheimsekretär Spallatin bei der Rückverwandlung von Geld in theologische Fragen. Ein Stück von der Stadt, in der die Jungfrau Maria geboren ist. Ein Stück von dem Faden, den sie gesponnen hat. Zwei Stücke von der Kammer, in der Maria von dem Engel gegrüßt war. Ein Stück von dem Baum, unter dem Maria den Herrn im Balsamgarten gezeugt hat. Spallatin, ich bin verärgert. Was sollen wir machen, kurfürstliche Gnaden? Herr Tetzel hat sich direkt hinter der Grenze aufgestellt und das Volk rennt wie toll zu. Wir können die Leute nicht festhalten. Ich habe dem Fugger gesagt, kein sächsisches Geld für Albrecht. Ich zahle doch diesem Lümmel nicht seine Bistümer. Formell ist alles in Ordnung, kurfürstliche Gnaden. Tetzel hat Sachsen nicht betrieben. Er hausiert bloß an der Grenze. 13 Stücke von der Krippe Jesu. Ein Stück von dem Tüchlein, in das er gewickelt war. Zwei Stücke vom Heu. Ein Stück von dem Stein, auf dem Jesu in Jerusalem gestanden und gesprochen hat, hier ist die Mitte der Welt. Ein Stück von dem Stein, auf dem Christus stand und über Jerusalem weinte. Ihr werdet auch noch weinen, aber nicht über Jerusalem, sondern über Wittenberg. Wie soll ich jetzt noch meinen Reliquienablass verkaufen? Wie sieht das aller Heiligen in meiner Schlosskirche aus? Wer wird er noch kaufen, wenn er schon bei Tetzel gekauft hat? Der Umsatz wird ohne Zweifel in der Stahl zurückkehren. Ohne Zweifel. Keine Räte habe ich. Was will dieser Albrecht? Was steckt dahinter? Kaiser Maximilian. Sachsen ist ihm zu mächtig. Sachsen ist die stärkste Macht in Deutschland. Aber Brandenburg kommt auf. Sie haben jetzt schon zwei Stimmen im Kurkolleg, und Sie kennen ja die Pläne des Kaisers. Ich bin der erste Fürst Deutschlands und gedenke es auch zu bleiben. Drei Stücke von dem Schweißtuch, mit welchem dem Herrn Jesus seine heiligen Augen verbunden worden sind. Ein Stück vom Wachs einer Kerze, die das Schweißtuch Christi berührt hat. Ein Stück von dem Keil, mit dem das Kreuz Christi in den Steinen festgepfloggt wurde. Das ist doch unseriös, was dieser Tetzel da macht. Der verkauft doch da einfach bedrucktes Papier, völlig wertlos, nur Versprechungen. Ich biete den Leuten Sicherheit. Jeder Ablasszettel ist durch meine Reliquien gedeckt, sicherer als Gold. Aber mein guter und gediegener Reliquienablass bleibt liegen, und um diese wertlosen Zettel reißt man sich. Man muss das Volk unbedingt aufklären. Die Tetzel-Vertreter gehen in die Häuser und überreden die Leute. Wir sitzen in der Schlosskirche und warten, dass die Leute zu uns kommen. Ich kann meine Reliquien nicht über Land schicken. Dann müssen wir attraktiver werden. Noch mehr Reliquien, noch mehr Ablässe. Ich kaufe pausenlos. Wie viele haben wir? 17.443 Reliquien. Vor allem brauchen wir mehr Ablässe. Wir haben jetzt 127.799 Jahre und 116 Tage. Das ist zu wenig. Das muss mehr werden. Ablässe vergibt immer noch der Papst und er vergibt sie anscheinend lieber an anderen. Handsalben. Das versuche ich seit Jahren. Er will nicht. Noch mehr Handsalben. Ich will Geld verdienen und nicht ausgeben. Man muss das Volk aufklären. In Dänemark hat ein Mönch gegen diese unseriösen Finanzleute gepredigt. Mit Erfolg. Es gibt auch in Deutschland Fachleute, die sich dazu geäußert haben. Johann von Wesel, Wesel, ganz fort. Wo stecken die? Leider tot. Und hier? Ist hier gar nichts los. Wozu habe ich eine Universität gegründet? Ich werde ausgeplündert und man hört nichts von ihr. Was machen diese Herren? Professoren, spielen Sie Karten. Johann von Wesel hat in Erfurt gelehrt und wir haben Professoren, die in Erfurt studiert haben. Na dann bitte schön. Wozu bezahle ich diese Herren? Dass sie über die unbefleckte Empfängnis diskutieren. Die sollen was zusammenstellen, aber schnell, die Sache heilt. Acht ganze Dornen von der Krone des Herrn Jesus. Ein großes Stück von einem Nagel, der dem Herrn Jesus durch die Hände oder Füße geschlagen wurde. Ein Schrein mit 178 Stücken von heiligen Gebeinen, welche, da die Schrift verblichen und nicht mehr gelesen werden kann, nicht im Einzelnen aufgeführt werden können. Ein Gespräch unter Theologen. Ein Gespräch unter Theologen. Man hört so gar nichts von ihm. Was soll man von mir hören? Ich halte Vorlesungen, bin Rektor der Studienanstalt, Ordensvikar, Prior von Elfklöstern, Verwalter unserer Fischteiche, Rechtsanwaltin Torgon und schreibe den ganzen Tag Briefe, Briefe, Briefe. Ich könnte zwei Sekretäre beschäftigen. Sogar keine Zeit für Thesen und Diskussionen? Wozu? Professoren müssen sich streiten. Wenn man nichts von ihnen hört, hält man sie am Ende gar für überflüssig. Ich habe eine Streitschrift gegen die scholastische Theologie veröffentlicht. Ich habe sie verschickt. Ich wollte diskutieren. Niemand hat geantwortet. Nichts hat sich gehalten. Und es waren schachte Thesen. Die Universität ist noch jung. Sie gilt nicht allzu viel. Aber das kann sich ändern. Ihr habt doch in Erfurt studiert. Ja. Da kennt ihr sicherlich die Schriften von Johann von Wesel. Natürlich. Auch die über den Ablass? Auch die. Schreibt er interessant? Er ist gegen den Papst. Gegen die Heiligen Verehrung. Die Beichte. Das Abendmahl. Die letzte Ölung. Das Fasten. Papst und Konzile können irren. So in der Richtung. Mhm. Und gegen den Ablass? Warum fragt ihr? Man interessiert sich. Werhof? Habt ihr schon etwas von diesem neuen Ablass gehört? Die Sache ist ganz ungeabscheulich. Der Tetzel predigt Dinge, die unerhört sind. Das Volk wird um seine Seligkeit betrogen. Ja, es ist schlimm. Und was sagt der Fachmann? Ich habe einige Thesen aufgesetzt. Thesen? Etwa gegen den Ablass? Gegen den Missbrauch, der mit ihm getrieben wird. Gegen den Ablass an sich ist nichts einzuwenden. Aber warum hört man nichts davon? Das ist doch hochinteressant. Wesel starb in den Händen der Inquisition. Aber das ist lange her. Die Zeiten sind vorbei. Die Inquisition liegt bei den Dominikanern. Und Tetzel ist Dominikaner. Der Kurfürst ist kein Dominikaner. Die Thesen sind unvollständig. Aus dem Augenblick geschrieben. Vervollständigt sie? Vielleicht noch ein paar Sätze über das gute deutsche Geld, das auf diese unrechte Weise nach Rom fließt, um dem Papst die Taschen zu füllen? Wozu braucht er es? Ach, wisst ihr, der Kurfürst will gelegentlich etwas von seinen Professoren sehen, wie das so ist. Wenn ihr zufällig einen Wunsch habt. Ich könnte eine neue Kutte gebrauchen. Eine neue Kutte. Das lässt sich machen. Und die Thesen an Albrecht senden. Und den Erzbischof? Hier ist ein Entwurf für den Brief. Aber bester Spannertin. Das sind Thesen. Streitsätze für eine wissenschaftliche Diskussion. Etwas für Professoren. Auch Fürsten diskutieren gelegentlich. Ich möchte nicht, dass unser gnädiger Kurfürst und Albrecht ihr versteht. Nein. Zwei Kurfürsten, die verschiedene Ansichten haben. Politik. Was sollen da meine Thesen? Man könnte sie missverstehen. Das glaube ich nicht. Der Erzbischof ist mein höchster Herr. Der Kurfürst ist euer Herr. Ein Geschenk. Ein Gespräch unter Aufklärern Wenn ich seine Heiligkeit darauf aufmerksam machen darf, seine Heiligkeit trage ich Stiefel. Stehen Sie mir nicht. Man kann seine Heiligkeit nicht mehr die Füße küssen. Abschaffen! Nun, Cayetan, studierst du immer noch deinen Kopernikus? Die Erde dreht sich um sich selbst und dreht sich um die Sonne. Er hat recht. Ich habe nichts dagegen, ich finde es hübsch. So lebendig. Alles bewegt sich. Wenn ich denke, ich sitze hier im Vatikan und sause durch den Weltraum. Hübsch. Das gefällt mir. Die Erde ist nicht mehr Mittelpunkt der Welt. Ich weiß. Und der Papst dann nicht mehr Mittelpunkt der Erde. Neb ich. Aber wenn oben und unten aufgehoben ist, was dann? Wo ist der Himmel? Wo ist Gott? Ja. Wo ist Gott? Was gibt's? Ein Bericht über die Heilige Inquisition in Spanien, die nicht sehr heilig zu sein scheint. Haben die noch nicht Schluss gemacht. Ich will das nicht, diese Borniertheit. Die Welt wird jeden Tag größer und weiter. Amerika, Afrika, Indien, China. Überall neue Länder, neue Völker. Und überall alte Kulturen. Alte Religionen. Diese Rechthaberei. Wir sind doch nicht die einzigen. Eine Religion unter vielen. Recht hat sowieso keiner. Diese Fabel mit Christus. Gott, ja, sie bringt Geld. Ich lese gerade Plato. Der Mann ist mir lieber. Ich kann seiner Heiligkeit den Koran empfehlen. Man kann nur lernen. Das ist alles. Mein Arzt ist Jude. Einer meiner besten Freunde, Maure. Der hat halb Afrika bereist. Er schreibt jetzt ein Buch darüber. Welche Kultur, welche Schönheiten. Die Abenteuerkulturen, die sind ja tausende älter als unsere. Von wegen blöde Buschneger. Das erzählen uns die Kaufleute, damit sie sie als Sklaven verkaufen können. Ich bin strikt dagegen. Auch, dass die Indianer da drüben versklavt werden. Das lasse ich nicht zu. Da müssen wir mal eine Bulle oder so etwas machen. Erinnere mich daran. Noch was? Der Talmud. Ach, herrlich. Ich habe den Talmud drucken lassen. Es gab noch keine Druckausgabe. Eine Schande. Übrigens, Cellini hat eine Vernissage. Da müssen wir hin. Leonardo da Vinci ist mir lieber. Leonardo ist ein Genie, ich weiß. Aber er führt nichts zu Ende. Alles nur Ideen. Die Mona Lisa ist großartig. Die Mona Lisa ist gut. Aber er malt ja kaum noch. Tizian war bei mir. Wollte einen Vorschuss haben. Findest du Tizian gut? Mein Mann ist Michelangelo. Malar. Michelangelo. Das größte Genie. Ich war in seiner Werkstatt. Ich gebe zu, diese Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle, das wirft einen um. Trotzdem, ich schwärme für Raphael. Die Pläne für die Peterskirche, das wird ein Bau. Aber er wird Millionen kosten. Da gibt es in Deutschland einigen Ärger. Ein Professor protestiert gegen den Petersdom Ablass. Schick ihm die Entwürfe von Raphael. Friedrich von Sachsen steckt wohl dahinter. Ach der. Der will ja auch nur Ablässe. Gebt sie ihm, dann ist die Sache erledigt. Schreib ihm, es sei gerade wieder ein ganzes Schiff mit Partikeln des Heiligen Kreuzes angekommen, ferner ein Haufen Knochen diverser Heiliger und die Schnupftücher des heiligen Jesulein. Er soll sich rasch eindecken. Von Rung nach Wittenberg. Ein Armknochen des heiligen Bennu. Ein Kamm der heiligen Ursula mit 17 Haaren. Eine Flasche Milch von der heiligen Jungfrau Maria. Köstlich, köstlich, ein Schatz. Wie viele Flaschen haben wir jetzt schon? Fünf. Mit Gutachten der berühmten Universitäten von Paris und Basel. Das Jahrhundert der Wissenschaft. Es ist eine Lust zu leben. Was sagen Sie zur Post? Spalatin? Der Papst sendet neue Ablässe. Wir werden viel, viel Geld verdienen. Die Sache lässt sich besser an, als ich dachte. Der Mann soll seine Kutte haben. Der Adel unterstützt an vielen Orten die Verbreitung der Thesen. Das glaube ich. Auch das Volk hat sehr positiv reagiert. Das sehen Sie mal wieder. Das Volk wird immer unterschätzt. Kurfürstliche Gnaden sind heute wieder zu gütig. Ich weiß, ich weiß. Und damit auch der Papst weiß, wie das Volk denkt, soll dieser Mensch seine Thesen auch nach Rom schicken. Ein hübsches Begleitschreiben dazu, ein bisschen diplomatisch. Das setzen Sie ihm auf. Überhaupt wäre es gut, wenn Sie ein Auge auf seine Arbeiten hätten, damit das in den richtigen Bahnen läuft. Er zeigt mir alles, was er schreibt. Das ist vernünftig. Meinen Sie, er schafft es? So ganz allein? Man muss es abwarten. Das ist mir zu unsicher. Wen haben wir denn noch? Karlstadt. Taugt der was? Ein radikaler Kopf. Vielleicht sollte man für Verstärkung sorgen. Wenn es ernst wird, brauchen wir einen Mann, der Luthers Arbeiten wissenschaftlich absichert, der auch griechisch und hebräisch kann. Haben Sie einen? Melanchthon. Noch sehr jung, aber ein sehr intelligenter Bursch. Lassen Sie ihn kommen. Wir brauchen jetzt diese jungen Leute ein bisschen. Revolutionär schadet gar nichts. Wir leben in einer unruhigen Zeit. Alles ist im Umbruch. Da soll man an Intelligenz nicht sparen. Außerdem ist sie billig. Die jungen Leute machen sich natürlich Sorgen. Sagen Sie ihnen, dass Sie unter unserem kurfürstlichen Schutz stehen. Es wird Ihnen nichts passieren. Sie sind unsere lieben jungen Leute, auf die wir ein gnädiges Auge haben werden. Und dem Luther richten Sie aus. Er soll ja standhaft sein. Wir setzen große Erwartungen in seine Standhaftigkeit. Haben Sie die Akten für den Augsburger Reichstag? Im Kabinett. Dass wir uns da gut vorbereiten. Reichstag im Hause Fuggers oder die Verwandlung von Theologie in Politik? Meine Herren, ich begrüße Sie auf dem Reichstag zu Augsburg. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in meinem Haus. Kardinal Albrecht von Brandenburg. Kardinal, mein lieber Fugger, Kardinal... Ich gratuliere. Wann werden Sie Papst? Eine Geldfrage. Nur eine Geldfrage. Was steht denn auf der Tagesordnung? Kaiser Maximilian möchte Karl zu seinem Nachfolger machen. Sieh ja nah an. Neuigkeiten. Dieser Kleine da aus Spanien. Ja? Da braucht er unsere Stimmen. Sind Sie für Karl? Wenn ich bezahlt werde, bin ich für alles. Ich zahle. Für Karl. Eminenz. Kurfürst Friedrich von Sachsen. Ach, dieser ungebildete Sachse. Wo steht der Wein? Dort drüben. Hatten Sie eine gute Reise? Ein bisschen weit. Aber neuerdings finden die Reichstage ja nur noch in Ihrem Haus statt. Es hat sich so ergeben. Haben Sie jetzt auch schon ein Monopol auf den Reichstag? Ein reines Verlustgeschäft. Ich muss mich noch bei Ihnen entschuldigen, diese dumme Ablassgeschichte. Aber lieber Fürst, keine Ursache. Sie hatten Verluste. Kleingeld. Außerdem war ich abgesichert. Ich habe den Markt schon lang misstraut. Wenn ich Ihnen raten darf, investieren Sie nur noch vorsichtig. Meine Reliquien gehen noch gut. Reliquien wird noch eine Weile laufen. Da hat man etwas vor Augen, man kann daran glauben. Aber dieser Zettelkran ist tot. Was machen Ihre Bergwerke? Könnte besser sein, die Arbeiter fehlen. Wir arbeiten nach einem neuen System. Drei Schichten, sieben Stunden. Wo nehmen Sie die Leute hin? Die Arbeiter dürfen nicht zu viel Lohn bekommen. Dann fahren sie zwei Schichten hintereinander. Sie werden mehr Lohn verlangen. Führen seinen Lohnstock ein, die Löhne niedrig halten und die Preise kräftig steigern. Die Arbeiter werden weglaufen. Verbieten Sie Ihren Arbeitsplatzwechsel. Vor allem darf kein Unternehmer einen Arbeiter einstellen, der woanders Unzufriedenheit geschert hat. Ich empfehle Ihnen das System. Was kostet Ihre Hilfe? Nicht, was Sie denken fast. Ich besitze die größten und ergiebigsten Bergwerke in ganz Europa. Die paar freien Bergwerke stören mich nicht. Sie sind sowieso auf mich angewiesen. Der große Gewinn liegt nicht in der Förderung, sondern in der Weiterverarbeitung. Die Hüttenwerke, Schmelzwerke, Hammerwerke, Gießereien, Kanonen, Fabriken. Der Konzern macht es. Da liegt der Gewinn. Ihre Bergwerke und Ihre Hüttenwerke entschuldigen Sie. Das ist ja noch Heimarbeit. Sie vergessen Sie nicht, Ihr größtes und modernstes Hüttenwerk liegt in meinem Land und ist auf meinen Schutz angewiesen. Der hoffentlich für alle zwei behalten bleibt. Hoffentlich, ja. Man weiß ja nie, was passiert. Und Sie beliefern mit diesem Werk Deutschland, Holland, Spanien und Portugal wichtige Märkte. Lieber Först, Ich habe das europäische Monopol auf Erz, Gold, Eisen, Blei. Vor allem Zinsen. Martin Luther und Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung. Ein Theaterstück von Dieter Forte in einer vom Autor für den Hörfunk neu bearbeiteten Fassung. Der Anfang Mit Ihnen lasst, so flehen wir auch uns einstellen und von Ehrfurcht bekennen. Heilig, 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 Herr Gott, der Herrscher. Himmel und Erde sind erfüllt von Deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelebt, Seiterer kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Gesamtkapital der Firma Jakob Fugger 19.679.100. Gelobt, Herr Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Wenn ich mir als Ihr Buchhalter die Bemerkung erlauben darf, Sie sind der reichste Mann Europas. Die Geschäfte. Albrecht von Brandenburg. Zwei Geschäftsleute und die Verwandlung von theologischen Fragen in Geld. Warum meins? Ich möchte Zeit haben. Und es ist gerade frei. Das größte und reichste Bistum Deutschlands. Das würde ich in Kauf nehmen. Die Kirche verbietet Ämterhäuferung. Die Kirche verbietet viel. Sie sind zu jung für das Amt eines Bischofs. Ich bin Erzbischof von Magdeburg und Administrator von Halberstadt. Und dazu noch Erzbischof von Mainz. Ich denke, es ist eine Geldfrage. Haben Sie Geld? Welches heißt hier? Schwarz. Das Erzbistum Mainz kostet an regulären Gebühren eine Million vierhunderttausend. Hinzu kommt ein Bestechungsgeld für den Heiligen Vater. Bestechungsgeld, ich bitte Sie. Eine Handsalbe. Der Heilige Vater denkt an eine Handsalbe von einer Million zweihunderttausend. Das ist keine Nächstenliebe. Der Heilige Vater dachte dabei an die zwölf Apostel. Pro Kopf hunderttausend. Wann ist wirklich zwölf? Irrt sich der Papst da nicht? In Geldangelegenheiten ist der Papst unfehlbar. Sagen wir siebenhunderttausend nach den sieben Todsünden? Sagen wir eine Million nach den zehn Geboten. Das wären zwei Millionen vierhunderttausend. Drei Millionen. Zehn und vierzehn sind vierundzwanzig. Kaiser Maximilian will auch etwas haben. Das ist so üblich. Und das Haus Fugger kann leider nicht umsonst arbeiten. Drei Millionen. Sachsen ist auch sehr interessiert. Achtundzwanzig. Achtundzwanzig. In Gottes Namen. Wie wollen Sie zurückzahlen? Es wird sich finden. Was schreiben Sie vor? Da der Heilige Vater in seiner Weisheit das vorausgesehen hat, erlaubt er in seiner übergroßen Güte, dass wir eine neue Anleihe auflegen, den Petersdom-Ablass und Sie als Ablasskommissar einsetzen. Sag ich doch. Eine Geldfrage. Schwarz. Laufzeit acht Jahre, 50 Prozent der Einnahmen an den Heiligen Vater, 50 Prozent für den Ablasskommissar. Das lässt sich hören. Allerdings werden die 50 Prozent für den Heiligen Vater nicht mit den Mainzer Gebühren verrechnet. Nicht? Und die andere Hälfte erlaube ich mir einzuziehen, bis Ihre Schuld bei mir getilgt ist. Zu diesem Zweck werden meine Leute Ihre Vertreter begleiten. Sie werden einen Schlüssel zu jeder Geldkiste haben und das eingelegte Geld kassieren. Und was hab ich? Sie haben meins. Wenn ich Ihnen raten darf, nehmen Sie den Tetzel, ein erstklassiger Mann. Sehr viel Erfahrung. Und noch eins. Die Marktlage ist momentan schlecht. Mit dem üblichen Seelenheil ist nichts mehr zu verdienen. Verkaufen Sie den Ablass auch für Tote. Geht das? Das geht nicht. Aber man kann's machen. Und verkaufen Sie auch an die, die nicht bereuen. Ich verstehe von theologischen Dingen nichts. Wo darf ich verkaufen? Nicht in Sachsen. Ohne Sachsen lohnt es nicht. Und nicht in Sachsen. Friedrich hat seine eigenen Ablässe und diese Mainzer Geschichte passt ihm sowieso nicht. Werkwerke müsste man haben. Sie sammeln ja Bistümer. Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen und seinen Geheimsekretär Spallatin bei der Rückverwandlung von Geld in theologische Fragen. Ein Stück von der Stadt, in der die Jungfrau Maria geboren ist. Ein Stück von dem Faden, den sie gesponnen hat. Zwei Stücke von der Kammer, in der Maria von dem Engel gegrüßt ward. Ein Stück von dem Baum, unter dem Maria den Herrn im Balsamgarten gezeugt hat. Spallatin, ich bin verärgert. Vier Stücke von dem Herrn, kurfürstliche Gnaden. Herr Tetzel hat sich direkt hinter der Grenze aufgestellt und das Volk rennt wie toll zu. Wir können die Leute nicht festhalten. Ich habe dem Fugger gesagt, kein sächsisches Geld für Albrecht. Ich zahle doch diesem Lümmel nicht seine Bistümer. Formell ist alles in Ordnung, kurfürstliche Gnaden. Tetzel hat Sachsen nicht betreten. Er hausiert bloß an der Grenze. 13 Stücke von der Krippe Jesu. Ein Stück von dem Tüchlein, in das er gewickelt war. Zwei Stücke vom Heu. Ein Stück von dem Stein, auf dem Jesu in Jerusalem gestanden und gesprochen hat, hier ist die Mitte der Welt. Ein Stück von dem Stein, auf dem Christus stand und über Jerusalem weinte. Ihr werdet auch noch weinen, aber nicht über Jerusalem, sondern über Wittenberg. Wie soll ich jetzt noch meinen Reliquienablass verkaufen? Wie sieht das Allerheiligen in meiner Schlosskirche aus? Wer wird er noch kaufen, wenn er schon bei Tetzel gekauft hat? Der Umsatz wird ohne Zweifel stark zurückgehen. Ohne Zweifel. Feine Räte habe ich. Was will dieser Albrecht? Was steckt dahinter? Kaiser Maximilian. Sachsen ist ihm zu mächtig. Sachsen ist die stärkste Macht in Deutschland. Aber Brandenburg kommt auf. Sie haben jetzt schon zwei Stimmen im Kurkolleg und Sie kennen ja die Pläne des Kaisers. Ich bin der erste Fürst Deutschlands und gedenke es auch zu bleiben. Drei Stücke von dem Schweißtuch, mit welchem dem Herrn Jesus seine heiligen Augen verbunden worden sind. Ein Stück vom Wachs einer Kerze, die das Schweißtuch Christi berührt hat. Ein Stück von dem Keil, mit dem das Kreuz Christi in den Steinen festgepfluckt wurde. Das ist doch unseriös, was dieser Tetzel da macht. Der verkauft doch da einfach bedrucktes Papier, völlig wertlos. Nur Versprechungen. Ich biete den Leuten Sicherheit. Jeder Ablasszettel ist durch meine Reliquien gedeckt, sicherer als Gold. Aber mein guter und gediegener Reliquienablass bleibt liegen und um diese wertlosen Zettel reißt man sich. Man muss das Volk unbedingt aufklären. Die Tetzel-Vertreter gehen in die Häuser und überreden die Leute. Wir sitzen in der Schlosskirche und warten, dass die Leute zu uns kommen. Ich kann meine Reliquien nicht über Land schicken. Dann müssen wir attraktiver werden. Noch mehr Reliquien, noch mehr Ablässe. Ich kaufe pausenlos. Wie viele haben wir? 17.443 Reliquien. Vor allem brauchen wir mehr Ablässe. Wir haben jetzt 127.799 Jahre und 116 Tage. Das ist zu wenig. Das muss mehr werden. Ablässe vergibt immer noch der Papst und er vergibt sie anscheinend lieber an anderen. Handzeigen. Das versuche ich seit Jahren. Er will nicht. Noch mehr Handzeigen. Ich will Geld verdienen und nicht ausgeben. Man muss das Volk aufklären. In Dänemark hat ein Mönch gegen diese unseriösen Finanzleute gepredigt. mit Erfolg. Es gibt auch in Deutschland Fachleute, die sich dazu geäußert haben. Johann von Wesel, Wesel, ganz fort. Wo stecken die? Leider tot. Und hier? Ist hier gar nichts los. Wozu habe ich eine Universität gegründet? Ich werde ausgeplündert und man hört nichts von ihr. Was machen diese Herren? Professoren, spülen sie Karten. Johann von Wesel hat in Erfurt gelehrt und wir haben Professoren, die in Erfurt studiert haben. Na dann bitte, schrillen. Wozu bezahle ich diese Herren? Dass sie über die unbefleckte Empfängnis diskutieren. Die sollen was zusammenstellen, aber schnell, die Sache heilt. Acht ganze Dornen von der Krone des Herrn Jesus. Ein großes Stück von einem Nagel, der dem Herrn Jesus durch die Hände oder Füße geschlagen wurde. Ein Schrein mit 178 Stücken von heiligen Gebeinen, welche, da die Schrift verblichen und nicht mehr gelesen werden kann, nicht im Einzelnen aufgeführt werden können. Ein Gespräch unter Theologen. Ein Gespräch unter Theologen. Man hört so gar nichts von ihm. Was soll man von mir hören? Ich halte Vorlesungen, bin Rektor der Studienanstalt, Ordensvikar, Prior von Elfklöstern, Verwalter unserer Fischteiche, Rechtsanwaltin Torgon und schreibe den ganzen Tag Briefe, Briefe, Briefe. Ich könnte zwei Sekretäre beschäftigen. Sogar keine Zeit für Thesen und Diskussionen? Wozu? Professoren müssen sich streiten. Wenn man nichts von ihnen hört, hält man sie am Ende gar für überflüssig. Ich habe eine Streitschrift gegen die scholastische Theologie veröffentlicht. Ich habe sie verschickt. Ich wollte diskutieren. Niemand hat geantwortet. Nichts hat sich gehalten. Und es waren Schwach für Thesen. Die Universität ist noch jung. Sie gilt nicht allzu viel. Aber das kann sich ändern. Ihr habt doch in Erfurt studiert. Ja. Da kennt ihr sicherlich die Schriften von Johann von Wesel. Natürlich. Auch die über den Ablass? Auch die. Schreibt er interessant. Er ist gegen den Papst. Gegen die heiligen Verehrung. Die Beichte. Das Abendmahl. Die letzte Ölung. Das Fasten. Papst und Konzile können irren. So in der Richtung. Und gegen den Ablass? Warum fragt ihr? Man interessiert sich. Der Hof? Habt ihr schon etwas von diesem neuen Ablass gehört? Die Sache ist ganz und gar abscheulich. Der Tetzel predigt Dinge, die unerhört sind. Das Volk wird um seine Seligkeit betrogen. Ja, es ist schlimm. Und was sagt der Fachmann? Ich habe einige Thesen aufgesetzt. Thesen? Etwa gegen den Ablass? Gegen den Missbrauch, der mit ihm getrieben wird. Gegen den Ablass an sich ist nichts einzuwenden. Aber warum hört man nichts davon? Das ist doch hochinteressant. Wesel starb in den Händen der Inquisition. Aber das ist lange her. Die Zeiten sind vorbei. Die Inquisition liegt bei den Dominikanern. Und Tetzel ist Dominikaner. Der Kurfürst ist kein Dominikaner. Die Thesen sind unvollständig. Aus dem Augenblick geschrieben. Vervollständigt sie? Vielleicht noch ein paar Sätze über das gute deutsche Geld, das auf diese unrechte Weise nach Rom fließt, um dem Papst die Taschen zu füllen? Wozu braucht ihr es? Ach, wisst ihr. Der Kurfürst will gelegentlich etwas von seinen Professoren sehen, wie das so ist. Wenn ihr zufällig einen Wunsch habt... Ich könnte eine neue Kutte gebrauchen. Eine neue Kutte. Das lässt sich machen. Und die Thesen an Albrecht senden. Und den Erzbischof? Hier ist ein Entwurf für den Brief. Aber bester Spannertin. Das sind Thesen. Streitsätze für eine wissenschaftliche Diskussion. Etwas für Professoren. Auch Fürsten diskutieren gelegentlich. Ich möchte nicht, dass unser gnädiger Kurfürst und Albrecht... Ihr versteht. Nein. Zwei Kurfürsten, die verschiedene Ansichten haben. Politik. Was sollen da meine Thesen? Man könnte sie missverstehen. Das glaube ich nicht. Der Erzbischof ist mein höchster Herr. Der Kurfürst ist euer Herr. Ein Gespräch unter Aufklärern. Wenn ich seine Heiligkeit darauf aufmerksam machen darf, seine Heiligkeit tragen Stiefel. Stellen Sie mir nicht. Man kann seine Heiligkeit nicht mehr die Füße küssen. Abschaffen! Nun, Cayetan, studierst du immer noch deinen Kopernikus? Die Erde dreht sich um sich selbst und dreht sich um die Sonne. Er hat recht. Ich habe nichts dagegen, ich finde es hübsch. So lebendig. Alles bewegt sich. Wenn ich denke, ich sitze hier im Vatikan und sause durch den Weltraum. Hübsch. Das gefällt mir. Die Erde ist nicht mehr Mittelpunkt der Welt. Ich weiß. Und der Papst dann nicht mehr Mittelpunkt der Erde. Neb ich. Aber wenn oben und unten aufgehoben ist, was dann? Wo ist der Himmel? Wo ist Gott? Ja. Wo ist Gott? Was gibt's? Ein Bericht über die Heilige Inquisition in Spanien, die nicht sehr heilig zu sein scheint. Haben die noch nicht Schluss gemacht. Ich will das nicht, diese Borniertheit. Die Welt wird jeden Tag größer und weiter. Amerika, Afrika, Indien, China, überall neue Länder, neue Völker und überall alte Kulturen, alte Religionen. Diese Rechthauerei. Wir sind doch nicht die Einzigen. Eine Religion unter vielen. Recht hat sowieso keiner. Diese Fabel mit Christus. Gott, ja, sie bringt Geld. Ich lese gerade Plato. Der Mann ist mir lieber. Ich kann seiner Heiligkeit den Koran empfehlen. Man kann nur lernen. Das ist alles. Mein Arzt ist Jude. Einer meiner besten Freunde Maure. Der hat halb Afrika bereist. Er schreibt jetzt ein Buch darüber. Welche Kultur, welche Schönheiten. Die haben da Kulturen, die sind ja tausende älter als unsere. Von wegen blöde Buschneger. Das erzählen uns die Kaufleute, damit sie sie als Sklaven verkaufen können. Ich bin strikt dagegen. Auch, dass die Indianer da drüben versklavt werden. Das lasse ich nicht zu. Da müssen wir mal eine Bulle oder so etwas machen. Erinnere mich daran. Noch was? Der Talmud. Ach, herrlich. Ich habe den Talmud drucken lassen. Es gab noch keine Druckausgabe. Eine Schande. Übrigens, Cellini hat eine Vernissage. Da müssen wir hin. Leonardo da Vinci ist mir lieber. Leonardo ist ein Genie, ich weiß. Aber er führt nichts zu Ende. Alles nur Ideen. Die Mona Lisa ist großartig. Die Mona Lisa ist gut. Aber er malt ja kaum noch. Tizian war bei mir. Wollte einen Vorschuss haben. Findest du Tizian gut? Mein Mann ist Michelangelo. Malar Michelangelo. Das größte Genie. Ich war in seiner Werkstatt. Ich gebe zu, diese Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle, das wirft einen um. Trotzdem, ich schwärme für Raphael. Die Pläne für die Peterskirche, das wird ein Bau. Aber er wird Millionen kosten. Da gibt es in Deutschland einigen Ärger. Ein Professor protestiert gegen den Petersdom Ablass. Schick ihm die Entwürfe von Raphael. Friedrich von Sachsen steckt wohl dahinter. Ach der. Der will ja auch nur Ablässe. Gebt sie ihm, dann ist die Sache erledigt. Schreib ihm, es sei gerade wieder ein ganzes Schiff mit Partikeln des Heiligen Kreuzes angekommen, ferner ein Haufen Knochen diverser Heiliger und die Schnupftücher des Heiligen Jesulein. Er soll sich rasch eindecken. Von Rung nach Wittenberg. Ein Armknochen des Heiligen Bennu. Ein Kamm der Heiligen Ursula mit 17 Haaren. Eine Flasche Milch von der Heiligen Jungfrau Maria. Köstlich, köstlich, ein Schatz. Wie viele Flaschen haben wir jetzt schon? Fünf. Mit Gutachten der berühmten Universitäten von Paris und Basel. Das Jahrhundert der Wissenschaft. Es ist eine Lust zu leben. Was sagen Sie zur Post? Spalatin? Der Papst sendet neue Ablässe. Wir werden viel, viel Geld verdienen. Die Sache lässt sich besser an, als ich dachte. Der Mann soll seine Kutte haben. Der Adel unterstützt an vielen Orten die Verbreitung der Thesen. Das glaube ich. Auch das Volk hat sehr positiv reagiert. Das sehen Sie mal wieder. Das Volk wird immer unterschätzt. Kurfürstliche Gnaden sind heute wieder zu gütig. Ich weiß, ich weiß. Und damit auch der Papst weiß, wie das Volk denkt, soll dieser Mensch seine Thesen auch nach Rom schicken. Ein hübsches Begleitschreiben dazu, ein bisschen diplomatisch. Das setzen Sie ihm auf. Überhaupt wäre es gut, wenn Sie ein Auge auf seine Arbeiten hätten, damit das in den richtigen Bahnen läuft. Er zeigt mir alles, was er schreibt. Das ist vernünftig. Meinen Sie, er schafft es? So ganz allein? Man muss es abwarten. Das ist mir zu unsicher. Wen haben wir denn noch? Karlstadt. Taugt der was? Ein radikaler Kopf. Vielleicht sollte man für Verstärkung sorgen. Wenn es ernst wird, brauchen wir einen Mann, der Luthers Arbeiten wissenschaftlich absichert, der auch griechisch und hebräisch kann. Haben Sie einen? Melanchthon. Noch sehr jung, aber ein sehr intelligenter Bursch. Lassen Sie ihn kommen. Wir brauchen jetzt diese jungen Leute ein bisschen. Revolutionär schadet gar nichts. Wir leben in einer unruhigen Zeit. Alles ist im Umbruch. Da soll man an Intelligenz nicht sparen. Außerdem ist sie billig. Und die jungen Leute machen sich natürlich Sorgen. Sagen Sie ihnen, dass Sie unter unserem kurfürstlichen Schutz stehen. Es wird Ihnen nichts passieren. Sie sind unsere lieben jungen Leute, auf die wir ein gnädiges Auge haben werden. Und dem Luther richten Sie aus, er soll ja standhaft sein. Wir setzen große Erwartungen in seine Standhaftigkeit. Haben Sie die Akten für den Augsburger Reichstag? Im Kabinett. Dass wir uns da gut vorbereiten. Reichstag im Hause Fuggers oder die Verwandlung von Theologie in Politik? Meine Herren, ich begrüße Sie auf dem Reichstag zu Augsburg. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in meinem Haus. Kardinal Albrecht von Brempenburg. Kardinal Albrecht von Brempenburg. Mein lieber Fugger. Kardinal. Ich gratuliere. Wann werden Sie Papst? Eine Geldfrage. Nur eine Geldfrage. Was steht denn auf der Tagesordnung? Kaiser Maximilian möchte Karl zu seinem Nachfolger machen. Sieh ja nah an. Neuigkeiten. Dieser Kleine da aus Spanien. Ja. Und da braucht er unsere Stimmen. Sind Sie für Karl? Wenn ich bezahlt werde, bin ich für alles. Ich zahle. Für Karl. MNs. Kurfürst Friedrich von Sachsen. Ach, dieser ungebildete Sachse. Wo steht der Wein? Dort drüben. Hatten Sie eine gute Reise? Ein bisschen weit. Aber neuerdings finden die Reichstage ja nur noch in Ihrem Haus statt. Es hat sich so ergeben. Haben Sie jetzt auch schon ein Monopol auf den Reichstag? Ein reines Verlustgeschäft. Ich muss mich noch bei Ihnen entschuldigen. Diese dumme Ablassgeschichte. Aber lieber Fürst, keine Ursache. Sie hatten Verluste. Ach, Kleingeld. Außerdem war ich abgesichert. Ich habe den Markt schon lang misstraut. Wenn ich Ihnen raten darf, investieren Sie nur noch vorsichtig. Meine Reliquien gehen noch gut. Reliquien wird noch eine Weile laufen. Da hat man etwas vor Augen, man kann daran glauben. Aber dieser Zettelkran ist tot. Was machen Ihre Bergwerke? Könnte besser sein, die Arbeiter fehlen. Wir arbeiten nach einem neuen System. Drei Schichten, a sieben Stunden. Wo nehmen Sie die Leute hin? Die Arbeiter dürfen nicht zu viel Lohn bekommen. Dann fahren Sie zwei Schichten hintereinander. Sie werden mehr Lohn verlangen. Führen seinen Lohnstopp ein, die Löhne niedrig halten, die Preise kräftig steigern. Die Arbeiter werden weglaufen. Verbieten Sie Ihren Arbeitsplatzwechsel. Vor allem darf kein Unternehmer einen Arbeiter einstellen, der woanders Unzufriedenheit geschürt hat. Ich empfehle Ihnen das System. Was kostet die Ihrer Hilfe? Nicht, was Sie denken fast. Ich besitze die größten und ergiebigsten Bergwerke in ganz Europa. Die paar freien Bergwerke stören mich nicht. Sie sind sowieso auf mich angewiesen. Der große Gewinn liegt nicht in der Förderung, sondern in der Weiterverarbeitung. Die Hüttenwerke, Schmelzwerke, Hammerwerke, Gießereien, Kanonen, Fabriken. Der Konzern macht es. Da liegt der Gewinn. Ihre Bergwerke und Ihre Hüttenwerke entschuldigen Sie. Das ist ja noch Heimarbeit. Sie vergessen Sie nicht, Ihr größtes und modernstes Hüttenwerk liegt in meinem Land und ist auf meinen Schutz angewiesen. Der hoffentlich für alle Zeit erhalten bleibt. Hoffentlich, ja. Man weiß ja nie, was passiert. Und Sie beliefern mit diesem Werk Deutschland, Holland, Spanien und Portugal wichtige Märkte. Lieber Först, ich habe das europäische Monopol auf Erz, Gold, Eisen, Blei. Vor allem Zinn, Silber und Kupfer. Für Kupfer sogar das Weltmonopol. Mein Haus ist die mächtigste Bank Europas. Ich kann mein Metall zwei Jahre einlagern. Ich kann aber auch den Markt überschwemmen, wie ich will. Ich kann die Preise hochhalten und Sie werden mitverdienen. Ich kann die Preise aber auch senken. Und zwar so tief und so lange, dass Sie froh sein werden, wenn ich Ihre Bergwerke geschenkt nehme. Ich habe schon ganz andere Leute bankrott gemacht. Aber was reden wir da? Wir beide wissen doch, dass es nicht mehr so weitergeht. Wir brauchen eine neue Arbeitsmoral. Wissen Sie, dass wir über 100 kirchliche Feiertage im Jahr haben? Über 100 Feiertage, lieber Först. Kirchenmessen, Wallfahrten, was weiß ich alles. Das Volk frisst und seufzt sich voll und denkt überhaupt nicht an die Arbeit. Wenn diese unnützen Feiertage wegfielen, würde sich die Jahresproduktion um ein Drittel erhöhen. Der Gewinn mindestens um die Hälfte. Und die Arbeitsmarktfrage wäre gelöst. Und dann diese Fastentage. Andauernd muss ich Ausnahmen von einem Arbeiter beantragen. Ein Arbeiter muss arbeiten und nicht fasten. Das muss man endlich einmal regeln. Die tägliche Arbeit muss geheiligt werden. Kaiser Maximilian. Ja, grüß euch. Grüß euch. Bin pumperl gesund. Pumperl gesund. Grüß dich, Fugger. Grüß dich, Friedrich. Bin pumperl gesund. Hat das Wasser angeschlagen? Wunderbar. Ich trinke Wasser und schon bin ich der Alte. Wasser? Einfaches Wasser. Da geht nichts drüber. Du, Fugger. Ich brauch ein Geld. Ich stehe im Ästhet in meinem Büro zur Verfügung. Ich komm gleich noch. Na? Friedrich Burschi. Gut schaust aus. Du darfst doch auch nicht mehr mehr so viel Händeln fressen. Wassersucht ist schlimmer. Er müsste mir pflanzen. Du, sag einmal. Du bist doch auch für den Quartel. Der, was mein Enkel ist. Das muss man sehen. Okay, das kannst du mir doch nicht antun. Ist doch so ein fäscher Bursch. Und er möchte so gern mein Nachfolger werden. Schau. Die Niederlande, Burgund, Spanien hat er schon. Dazu halb Italien und dieses Neue da. Oder, sag mal, wie heißt der Amerika? Von mir kriegt er Österreich und England. Die Schweiz habe ich eingebüßt. Aber das braucht nichts. Dafür kriegt er noch Böhmen, Meeren und Schlesien. Na, du fällst immer in Norddeutschland. Schau, der Bub, der sich so gefallen. Und Frank war ich und der Papst? Die murkst einfach ab. Und dann murkst er uns ab. Was du gleich wieder denkst. Da hat er Verwandten. Ja? So bist du fair. Was hab ich davon? Ja, ich weiß, du bist verärgert, dass ich dem Albrecht meins lassen hab. Aber was hätt ich denn machen sollen? Ist doch eh alles ein Gruschtl. Aber wir werden uns schon arrangieren. Wennst du ein Korn bist, mein Wort als Kaiser. Wir werden uns arrangieren. Ich muss mich erst mit dem Papst arrangieren. Also, das mit dem Luther. Es ist hervorragend. Ja, ganz hervorragend. Eine Meisterleistung. Du, den Bursch musst du fein behüten. Ja, diesen Luther können wir noch recht gut gebrauchen. Wenn ich so einen Mann hätt. Aber was Guts, fällt mir nie ein. Ich hab schon vor ein paar Jahren versucht, die deutsche Kirche zu kassieren. Aber es hat nicht geklappt. Die Einkünfte des Papstes aus Deutschland sind hundertmal höher als meine. Weißt du das? Hundertmal. Was für ein Wort. Du hast ihn beim Papst angezeigt. Politik, Politik. Was soll ich denn machen sollen? Der Kajateiner hat mir den Brief vorgelegt, hab ihn halt unterschrieben. Aber das macht doch nichts. Wird er umso wichtiger. Das ist doch der Witz an der Geschichte. Was jetzt offiziell ist. Jetzt ist er doch erst teuer. Jetzt kannst du was für ihn verlangern. Du hast nicht zufällig. Ein Tausender bei dir. Alles bei Fugger deponieren. Das ist ein Ärger, den man dem Fugger gibt. Ein Hunderter. Ich bin so klar missaufischer Wasser. Für die Gesundheit. Okay, das ist doch ein Schmäh. Dafür bekommen Sie sieben Millionen und die Schwester des Kaisers in die Familie. Ich sehe mit Freuden, dass Sie bei mir denken gelernt haben. Hier ist der Wahlvertrag. Und wird Sie Friedrich, den Weisen, nennen. Das hoffe ich sehr. Karl V. Von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser. König der Römer. Immer Augustus. König von Spanien. Germania. Sizilien. Jerusalem. Ungarn. Dalmatien. Kroatien. Der Balearen. Der Kanarischen und Indianischen Herzen. So wie des Festlandes jenseits des Ozeans. Herzherzog von Österreich. Herzog von Burgund. Rabant. Steier. Kerl. Rhein. Luxemburg. Limburg. Athen. Und Neopatrien. Graf von Habsburg. Flandern. Tirol. Pfalzgraf von Burgund. Hennegau. Fürth. Roussillon. Landgraf im Elsass. Fürst in Schwab. Herr in Asien. Und Afrika. Gibt es einen, der einen längeren Titel hat? Ich wüsste nicht, Majestät. Nun, Gartinara? Majestät Fugger zahlt und Friedrich ist einverstanden. Damit seid ihr Herr über Europa und den Rest der Welt. Weiter. Friedrich der Weise. Kurfürst von Sachsen und Reichsverweser. Onkelchen. Mein lieber Junge. Ich bin ja so stolz. Sprichst du Französisch? Nein. Spanisch? Leider nein. Ich werde nur mit Onkelchen regieren. Ein guter Junge. Ein lieber Junge. Der Wahlvertrag. Alle Freiheiten und Privilegien der Fürsten werden erhalten. Die Fürsten errechnen eine Reichsregierung. Ohne unsere Einwilligung keinen Krieg, kein Bündnis, keinen Vertrag, keinen Reichstag, keine Steuern. Alle Ämter werden mit Deutschen besetzt. Reichstage werden nur in Deutschland abgehalten. So war mir Gott helfe. So war mir Gott helfe. Wollen Sie ihm auch noch Handschellen anlegen? Der Vertrag genügt. Können Sie mir sagen, wie der Junge danach regieren soll? Bin ich der Kaiser? Die Neuordnung der Welt oder Eigentum verpflichtet zur Religion. Was gibt's? Der Brief von Papst an Luther. Diese Friedensbotschaft? Inklusive Reisegeld. Lassen Sie ihn verschwinden. Wenn du davon den Brief erfährst. Hier ist kein Brief angekommen. Das fehlte gerade noch. Wenn der drei freundliche Worte vom Papst liest, dann kriecht er doch sofort zu Kreuz. Mir erlangt die Geschichte mit dem Miltitz und ausgerechnet jetzt. Haben Sie denn nicht gehört? Hutten, Sickingen, die Ritter. Die Herren machen eine eigene Partei auf. Die Herren machen auf national. Ein einiges deutsches Reich unter einem starken Kaiser Karl. Und die Fürsten an den Galgen. Es geht nur um das Vermögen der Kirchen. Warum sonst? Die Herren wollen sich sanieren. Denen stehen die Schulden bisher. Die rettet nur noch das Kirchengut. Herr Fugger hat recht gehabt. Wenn die Ablässe nicht mehr gehen, kassiert man am besten gleich die ganze Kirche. Wissen Sie, dass zwei Drittel des deutschen Grundbesitzes der Kirche gehört? Zwei Drittel? Haben Sie mal gezählt, wie viel Klöster, Stifte, Kirchen es in meinem Lande gibt? Und alle sind voll mit Schätzen und Kunstwerken in Jahrhunderten gesammelt. Kostbare Gewänder, Geräte aus Gold und Silber. Ich träume nachts davon. Aber ich brauch einen Grund, einen handfesten Grund. Klageschöften hab ich genug bergeweise, die Reichstagsakten, Gutachten für Maximilian, Bücher vom Hutten, alles Klageschöften. Ich brauche Begründungen. Ich kann nicht einfach das Vermögen der Kirche einstecken. Man muss es erklären können. Gutten sagt national. Ich bin ein christlicher Fürst. Ich kann nur enteignen, wenn ich damit ein gottgefälliges Werk tue. An den christlichen Adel deutscher Nation. Kurfürstliche Gnaden müssen die Luther auch immer lesen. Der Reichstag in Worms steht vor der Tür. Ich will wissen, ob ich die Kirche einstecken kann oder nicht. Eine einfache Frage. Eine einfache Antwort. Hiermit? Ja. Gut. Und wie? Wir haben da einen ganz einfachen Trick gefunden. Wir sind alle Priester. Dann machen Sie mir keinen Ärger, Spalatin. Das Zölibat wird natürlich aufgehoben. Und dann lässt sich darüber reden. Jeder, der getauft wurde, ist Priester. Geistlicher wird man so, wie man Bürgermeister ist. Kinder, Kinder. Stimmt das denn? In der Bibel steht nichts Gegenteiliges. Und wir haben sie von vorne bis hinten durchgelesen. Naja. Wenn es nicht drin steht, also Priester. Daraus folgt. Wenn wir alle Priester sind, brauchen wir keinen besonderen Priesterstand. Das heißt, die Priester sind überflüssig mit Ihnen, die römische Kirche. Es gibt nur noch weltliche Gewalt und weltliches Recht. Das geistliche Recht können wir verbrennen. Kinder, Kinder. Die Bibel. Aber wie komme ich an das Geld? Wir haben da eine alte Notstandstheorie ausgegraben. Wenn die Kirche ihrer Pflicht nicht nachkommt, ist es Aufgabe der weltlichen Gewalt zu reformieren. Dann werde ich also die Kirche reformieren, aber wie komme ich an das Geld? Dafür haben wir eine kleine Spezialschrift gedruckt. Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Und hier beweisen wir, dass es eigentlich nur zwei Sakramente gibt. Taufe und Abendmahl. Und die anderen? Sind überflüssig. In der Bibel steht nichts von Ihnen. Und damit sind unsere lieben Priester und Mönche allesamt arbeitslos. Denn was sollen sie noch tun, wenn fast alle Sakramente wegfallen? Sie werden gehen müssen. Und damit sind alle kirchlichen Pfunden, Einkünfte und Stiftungen frei. Das Vermögen der Kirche kann für andere Zwecke verwendet werden. Und damit das schöne Geld nicht in Unrecht der Hände fällt, nehme ich es in meine Hände, denn ich bin ein christlicher Fürst und habe das Recht und die Pflicht, die Kirche zu reformieren. Kurfürstliche Gnaden verstehen es ausgezeichnet. Und dabei ist es Religion? Gottes Wort. Wir halten uns als gläubige Christen streng an Gottes Wort. Und gegen Gottes Wort ist bekanntlich schwer anzukommen. Und wenn nun aber einer auf dem römischen Klavier spielen will? Das macht gar nichts. Wir haben zwar alle Änderungen ermöglicht, aber es muss nicht geändert werden. Es kann in allem auch so gehen wie bisher. Es ist egal. Ganz wie kurfürstliche Gnaden belieben. Also eine reine Glaubensfrage. Eine reine Glaubensfrage. Ja, wenn das so ist, dann werden wir beten, dass Gott uns den rechten Glauben schenkt. Was Korms betrifft, haben kurfürstliche Gnaden mit dem Lob da bestimmte Absichten? Oh ja. Ich kenne verschiedene Herren, die schon lange auf der Suche nach dem rechten Glauben sind. Des Volkes Ruhe hat der Papst geschrieben. Nein. Nur die Bannandrohung ist gekommen. Wird er den Bann verhängen? Man muss damit rechnen. Ich habe doch an den Papst geschrieben, dass ich alles tun werde, was er will. Warum antwortet er nicht? Das weiß der liebe Himmel. Aber er kann mich doch wenigstens anhören. Er kann mich doch nicht so einfach in den Bann tun. Ihr habt viel geschrieben. Meine Bücher. Ihre Verbreitung ärgert mich. Nur am liebsten sehe ich sie alle auf einmal verschwinden. Das geht nun nicht mehr. Ihr seid inzwischen der Luther. Ich wünsche nichts mehr, als von meiner Professur loszukommen und mich in irgendeinen Winkel zu vergraben. Ich führe diesen Lehrstuhl gegen meinen Willen. Ich habe nur Ärger davon. Sprecht mit dem Fürsten. Er soll mich entlassen. Der Fürst wünscht eine starke Entgegnung auf die Bannandrohung. Man sollte die Angelegenheit mit Schweigen übergehen, sonst wird der Bann noch eines Tages durch uns Geltung erlangen. Das Beste ist, wenn man die Sache sich selbst überlässt. Sie wird dann einschlafen. Der Kurfürst wünscht die Entgegnung in zwei Fassungen, lateinisch und deutsch. Die lateinische bitte recht scharf für die Gelehrten, die deutsche Milder. Wir wollen das Volk nicht weiter beunruhigen. Wenn ihr mich nicht so drängtet, würde ich die ganze Sache jetzt Gott befehlen und keinen Schritt mehr weiter tun. Wir leiten jetzt die Wormser-Geschichte ein. Ihr kommt wahrscheinlich vor den Reichstag und werdet nicht widerrufen. Genaue Anweisungen folgen noch. Kann ich verbrannt werden? Da werden eher die anderen brennen. Für mich selbst fürchte ich nichts. Es geschehe, was Gott will. Ich freue mich von ganzem Herzen, für eine so gute Sache zu leiden. Umso besser. Daher werde ich an den Kaiser schreiben, dass ich nicht daran denke, zu erscheinen. Wie? Falls ich nur widerrufen soll. Ich verstehe nicht. Aber lieber Spalatin, das ist ja ebenso gut, als ob ich schon in Worms gewesen und wieder nach Wittenberg zurückgekehrt wäre. Die Reise kann ich mir doch sparen. Widerrufen kann ich hier auch. Wollt ihr widerrufen? Gottes Wille geschehe. Ja oder nein? Wenn der Kaiser mich töten will, komme ich natürlich. Obwohl es mir lieber wäre, wenn die Päpstlichen mein Blut an ihren Händen hätten. Lieber Doktor, ich muss euch furchtbar enttäuschen. Weder der Kaiser will euer Blut noch der Papst. Daher bitte ich den Fürst, dass er beim Kaiser dafür sorgt, dass ich freies Geleit bekomme und nicht verfolgt und verdammt werde. Ihr bekommt Geld, Räte, Bewachung, kaiserliches Geleit. Ich bitte nicht meinetwegen. An mir ist nichts gelegen. Es ist ja auch nicht meine Sache, lieber Spalatin. Es geht um das Heil der Christenheit und der deutschen Nation. Selbstverständlich. Reisepräder 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 Nun? Da ist mal wieder eine Entgegnung fällig, Melanchthon. Den Papisten werde ich die Bulle um die Ohren fetzen. Ich würde erst einmal abwarten. Ja, mir wäre auch lieber, die Sache nehme ihren Lauf. Denk daran, dass du dieses Werk im Namen Jesu Christi angefangen hast. Es könnte allzu leicht im Namen der Fürsten enden. Du siehst das falsch, Karlstadt. Wenn ich mich mit den Fürsten einlasse, dann nur darum, weil sie durch den Dienst, den sie mir leisten, sich um das Wort Gottes verdient machen und dadurch gerettet werden. So sehe ich das auch. Mit dir kann man nicht diskutieren. Übrigens gehe ich nach Worms. Bist du verrückt? Ich weiß, Melanchthon, mir steht ein großes Martyrium bevor. Aber um mich habe ich keine Angst. Wir triumphieren über Papst und Kaiser. Wir werden auch die Fürsten besiegen und verachten. Reichstag zu Worms oder hohe Politik als Verbindung aller denkbaren Möglichkeiten. Es darf nur keiner widerrufen. Dieser blöde Reichstag. Worms. Worms. Ich bin schon ganz melancholisch, seitdem ich in Deutschland bin. Gartinara, dein Vortrag. Um Spanien steht es schlecht. Bürgerkrieg. Wir haben Beweise, dass der Papst dahinter steckt. Der König von Frankreich nutzt die Lager aus und greift in Spanien und in Holland an. Wir müssen handeln. Ich schlage vor, wir greifen die Franzosen in Mailand an. Wenn wir Oberitalien besitzen, haben wir ganz Italien. Und Frankreich hat eine wichtige Position verloren. gegen den Papst und gegen den König von Frankreich? Verbündete, heißt die staatsmännische Antwort. Die deutschen Fürsten müssen uns die Soldaten stellen und der Papst muss sich auf unsere Seite schlagen. Und wie schafft man das? Nun, ich werde zunächst mal Fugger einen kleinen Wink geben. Das hilft immer. Und dann würde ich mich sehr intensiv um diesen Luther kümmern. Dieser blöde Mönch? Er gehört zur Fürstenpartei. Die Ritterpartei steckt mit drin und die steht dann auch. Und die Kurie zittert, wenn man nur seinen Namen ausspricht. Hier, ein Schreiben unseres römischen Botschafters. Er empfiehlt den Luther in unsere Gunst zu nehmen. Mit seinen Predigten könnten wir dem Papst die größten Schwierigkeiten bereiten. Luther ist ein wichtiger Mann. Und deshalb sollten wir ihn benutzen. Onkelchen will ihn mit auf den Reichstag bringen. Selbst wenn wir es wollten, könnten wir das nicht verhindern. Also laden wir ihn offiziell ein. Dem Papst könnte man damit andeuten, dass es vielleicht eine Religion gibt, die für uns viel nützlicher ist als seine. Wenn erst mal halb Europa dem Luther glaubt, da brauchen wir gar nicht mehr nach Rom zu marschieren, dann trägt man uns nach Rom. Was glaubst du, wie schnell der Papst auf unserer Seite ist? Gut. Lass dem Papst ausrichten, wenn er meine Angelegenheiten in Verwirrung bringt, dann werde ich ihm eine Verwirrung anrichten, aus der er nicht so leicht herausfinden wird. Er soll sofort seine Hände von Spanien lassen. Außerdem wünsche ich von ihm einen Angriffspakt gegen Frankreich. Über die Glaubensfrage lachen die doch alle. Luther ist der Narr, den man braucht, um das Spiel zu spielen. Spielen wir mit? Friedrich benutzt ihn, Karl benutzt ihn. Benützen wir ihn auch? Du bist der Papst. Ich habe Schulden beim Fugger. Acht Millionen. Und kann nicht mal die Zinsen zahlen. Ich habe ihm schon mal einen wertvollsten Ring geben müssen. Wenn er mir jetzt plötzlich einen Kredit von 20 Millionen gibt, den nehme ich doch. Einen Kredit, um deutsche Söldner zu kaufen? Hauptsache, wir haben erst mal das Geld. Willst du dich wirklich mit Karl verbinden? Habe ich die Wahl? Wenn der sich mit den Deutschen verbündet, sind die in zwei Wochen hier. Karl allein ist schon schlimm genug. Aber Karl und Deutschland, das wäre unser Todesurteil. Die dürfen sich nicht einigen. Auf keinen Fall. Karl muss über diesen Luther die Reichsacht verhängen. Unbedingt. Dann haben wir sie in zwei verschiedenen Lagern. Und Deutschland ist geteilt. Und wenn Karl dann vor unserer Haustür steht, stehen in seinem Rücken die deutschen Fürsten mit Luther. Und damit haben wir alle Möglichkeiten, ihn die Hölle heiß zu machen. Ich kassiere notfalls die Bulle. Eine deutsche Nationalkirche wie in Frankreich. Warum nicht? Man müsste diesem Luther geradezu dankbar sein. Luther, der Retter der römischen Kirche und des Papstes. Also, schreibt an Karl, wenn er über Luther die Reichsacht verhängt, bekommt er seinen Vertrag gegen Frankreich. Sonst nicht. Der Papst als Schirmherr der deutschen Reformation. Wir werden den Luther noch einmal heilig sprechen. Er darf nur nicht... Er darf nur nicht widerrufen. Wir brauchen 6.000 leichte Reiter, 2.000 schwere Reiter, 30.000 Soldaten, 50 Geschütze, nebst Kanonieren, Pulver und je 200 Kugeln sowie die Pioniere. Ich habe Frieden versprochen. Das sind eben die Spannungen zwischen den Idealen und dem für die Herrschenden nun einmal sehr berechtigten Eigennutz. Der König von Frankreich verbündet sich ja sogar mit den Türken, um Krieg zu führen. Und das sind Ungläubige. Und wir? Wir verbünden uns mit den Persern. Warum? Das sind die Feinde der Türken. Und Ungläubige. Ja. Aber dahinter sind da noch mehr Feinde und Ungläubige? Die Welt ist noch nicht ganz erforscht. Aber das System wird sich ohne Zweifel entwickeln lassen. Was sagt der Papst? Er will 16.000 Soldaten stellen. Und er bietet dir die Krone Neapels. Wenn du Luther verdammst, ist alles klar. Wenn ich Luther verdamme, kriege ich von den Fürsten nicht einen Pfennig und keine Soldaten. Ein sogenanntes diplomatisches Pakt. Da ist eine Gipfelkonferenz fällig. Deine erste große Aufgabe, Karl. Ab heute Majestät. Onkelchen. Karlchen. Onkelchen, ich habe ein staatsmännisches Problem. Ei, ich höre. Ich habe Geld. Luther kommt von den Reichstag. Ich habe Soldaten. Forderungen der Ritterpartei und des Volkes werden unterdrückt. Der Papst ist mein Verbündeter. Alle Gewalt liegt bei den Fürsten. Wird Luther widerrufen? Nein. Gut. Aber ich belege Luther mit der Reichsacht. Was machen wir da? Der Kaiser kann das Edikt nur mit Genehmigung der Reichsstände erlassen, wenn das weiterhift. Das hilft weiter. Karlchen. Sagen wir so, ich werde kurz nach Luthers Auftritt einen Gichtanfall bekommen und abreißen, meine Freunde, ebenfalls. Ohne Gicht. Damit ist das Kurfürstenkollegium und der Reichstag beschlussunfähig und du kannst erlassen, was du willst. Es ist alles ungültig. Aber der Papst weiß, wann der Reichstag geschlossen ist. Da empfiehlt sich eine kleine Korrektur. wir werden das Edikt zurückdatieren auf einen Tag, an dem der Reichstag mal vollständig war. Aber bitte, es ist so und so ungültig. Da es dem Reichstag nichts vorgelegen hat, kann es auch nicht in den Reichstagsabschied aufgenommen werden und ist damit gesetzlos. Außerdem schlage ich vor, dass du mir das Ding gar nicht erst zuschickst, denn was soll ich mit ungültigen Papieren, das belastet nur die Verwaltung. Lies es wenigstens. Was mir nicht vorliegt, existiert für mich nicht. Ich weiß von keinem Edikt. Sonst käme ich am Ende noch in die peinliche Lage der Öffentlichkeit zu beweisen, dass du ein ungesetzliches Edikt unterschrieben hast. Gut. Papierkorb. Aber Luther muss auch untertauchen. Wird geregelt. Onkelchen? Karlchen? Luther darf nicht widerrufen. Klar? Alles klar. Dieser Luther ist ein scharfes Messer. Wenn man es in die Hand bekäme. An den Mann kommt man nicht daran, Majestät. Friedrich, passt auf. Ich habe da so eine Idee. Wäre nicht mal wieder ein Konzil fällig? Überfällig, Majestät. Ein Konzil mag der Papst nicht, was? Es ist für ihn schlimmer als die Pest. Das Konzil kann ihn nämlich absitzen und einen neuen Papst werden. Ein Papst, der das tut, was ich will, der mir keine Verträge mehr diktiert. Ein Konzil wäre etwas sehr Schönes. Der Luther muss auf unserer Seite. Du kannst dir einen Orden verdienen. Ich habe bereits eine. Dann sieh zu, dass du sie behältst. ist der Luther endlich da? Eben angekommen. Mannhaft? Nicht sehr. Er hat plötzlich alle möglichen Krankheiten. Dass er mir keinen Augenblick ohne Bewachung bleibt. Ich habe 100 Mann dafür abgestellt. Das Haus in dem erholt ist von uns besetzt. Zwei unserer besten Leute liegen mit Ihnen in einem Zimmer. Dass die mir nicht schlafen. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sie müssen ihm jetzt entgegen kommen. Er hat Angst. Seine Zeit ist sowieso abgelaufen. Er hat seine Aufgaben erfüllt. Wir werden ihn gefangen nehmen. Sagen Sie ihm, dass ich ihn verstecken werde, wenn er nicht widerruft. Nehmen Sie ein paar gute Leute, täuschen Sie auf der Heimhase einen Überfall vor und bringen Sie ihn an einen sicheren Ort. Er schwärmt schon lange für eine Burg. Wir könnten ihn auf die ... Keine Namen! nichts! Ich weiß von nichts! Ich habe keine Ahnung! Aber wir könnten es doch unabhängig von Luther über die Vorzüge ihrer Burgen unterhalten. Das können wir. Ich würde zum Beispiel sagen, die Wartburg ist eine sehr schöne, ruhige Burg, rund um nur Wälder wenig Menschen. Schöne Zellen. Kurz, für Leute, die sich einmal zurückziehen wollen, das Ideale. Ich stimme Ihnen zu, aber von Luther weiß ich nichts. Ich schwöre, Gott dem Allmächtigen, mit dieser Sache habe ich nichts zu tun. Er widerruft, er widerruft nicht. Er widerruft, er widerruft nicht. Er widerruft, er widerruft nicht. Bedenkzeit. Er hat um Bedenkzeit gebeten. Bedenkzeit. Spallati! Spallati! Ist der denn wahnsinnig? Ist der übergeschnappt? Was bildet er sich ein? Mein Renommee? Bedenkzeit! Wofür ist der Kerl denn hier? Will er mich blamieren? Erstens hat er nur christliche Bücher geschrieben, die er nicht zu widerrufen braucht. Zweitens Streitbücher gegen den Papst, die will er gerne ändern. Drittens Diskussionen über den Glauben. Diskussionen braucht man nicht zu widerrufen. Viertens er will belehrt werden. Wenn er geirrt hat, will er widerrufen. Stellen Sie ihn neben mich? Karlchen, ich reiß ab. Schauen? Etwas Schlimmes? Ja, die Gicht, diese Schmerzen unanträglich. Tut mir leid. Gute Reise. Schlagen Sie vor, schlagen Sie vor, schlagen Sie vor, schlagen Sie vor, 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 schlagen Sie schlagen Sie vor, schlagen Sie tot, rufen Sie auf, schlagen Sie hinter, in die Unruhe, auf, so die Gotteskinder. Auf, auf, schlagen Sie schlagen Sie vor, schlagen Sie zur mesen Tsch und schlagen Sie vor. Sch CDC schlagen Sie vor, Die Welt ist verändert. Die Menschen sind verändert. Der Mönch Martin Luther trägt statt einer Kutte weltliche Kleidung, heißt jetzt Junker Jörg und lebt nicht mehr in einem Kloster, sondern auf einer Festung. Auch Thomas Münzer und Andreas Karlstadt nehmen mit vereinten Kräften an der großen Veränderung teil. Während Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen sich diese Veränderungen ganz anders vorgestellt hat. Wart nur zur 1, Leitwache Junker Jörg über den Tagesschapel. Guten Morgen Junker Jörg. Guten Morgen. Darf ich fragen, ob der Herr Junker eine gute Nacht hatten? Oder musste der Herr Junker wieder mit dem Teufel kämpfen? Mit dem Teufel. Dreimal war er heute Nacht da. Erst knackte es und krachte es überall. Die Balken. Nein. Nein. Der Teufel. Dann auf einmal ein... Hui. Hui. Der Wind. Nein. Der Teufel. Da höre ich ihn plötzlich auf dem Gang. Der einen schweren Sack in die Hölle schleift. Spielt mir nicht den Luther. Die Leute möchten mir sonst noch draufkommen, was dahinter steckt. Sie sind dumm und merken nichts. Ich habe die Verantwortung, wenn mit euch was passiert. Der Fürst hängt mich auf. Mit dem Fürst kann man reden. Ihr. Als Theologe. Ich bin Hauptmann. Ihr habt Gottes Wort in der Tasche. Und immer eine Ausrede. Ich habe nur die Dienstvorschrift. Und die hängt mich. Fleißig? Ich übersetze die Bibel ins Deutsche. Ins Deutsche? Gibt es doch schon. Mein Väter ist Bibliothekar in Nürnberg. Der hat ganze Regale voll mit deutschen Bibeln. Die taugen alle nichts. Ich habe hier eine. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Hier steht... Ich verstehe nichts davon. Geht ihr mit mir auf die Jagd? Ein paar Hasen? Warum Hasen töten, wenn so viele Christenfeinde leben? Auch ein Standpunkt. Von Wittenberg nach Altstadt. Wir müssen es selber tun, Karlstadt. Sie werden es nicht für uns tun. Man muss die Gottlosen aus dem Weg räumen, damit die Gerechten Zeit und Raum haben. Es ist nicht möglich, dass ein Mensch bei dieser Tyrannei zum Nachdenken kommt. Ganz Deutschland schuftet, damit einige Herren prassen können. Die Leute wachen auf. Sie wollen keine Ochsen sein, die einen Prunkkarren ziehen. Man hat ihnen erzählt, dass sie Tiere sind und sie merken... Betrachtet doch, was wir Christen für Menschen geworden sind. Zanken uns täglich um Geld und Güter und werden von Tag zu Tag gewinnsüchtiger. Wahrlich, es sind feine Leute. Sie haben einen gar festen und starken Glauben. Aber man würde schön ausschauen, wenn man sich auf ihre Larve und ihr Geschwätz verließe. Denn es ist kein Volk unter der Sonne, das sein eigenes Gesetz so erbärmlich verketzert und verflucht wie die jetzigen Christen. Ich wollte mich weit umsehen auf dem ganzen Erdkreis, ansehen alle Völker. Und viele von ihnen werden uns hoch überlegen sein. Sie helfen unseren Brüdern. Wir nehmen es unseren Brüdern. Uns ist niemand so lieb wie wir uns selber. Und sollten wir es nicht in kurzer Zeit bessern, verlieren wir noch die natürliche Vernunft vor lauter Eigennutz. Wir müssen uns einträchtig zusammenfinden mit den Menschen aller Nationen und Religionen. Dann kommt die verborgene Wahrheit an den Tag, welcher so lange geschlafen hat. Die Zeit der Ernte ist da, liebe Brüder. Das Unkraut schreibt jetzt an allen Orten, die Ernte sei noch nicht. Doch die jetzige Menschheit wird den rechten Schwung schon gewinnen. Das glaube ich. Niemand tut sich mehr schämen, er sei jung oder alt. All Bosheit und zu nehmen, in mancherlei Gestalt, in mancherlei Gestalt. Tut durcheinander laufen, man wenig der Wahrheit acht. Auf Fahrt, Geiz und Fürkaufen ist in der Welt der Prat. Ist in der Welt der Prat. Bedenke, was für ein Kleinod es ist, still und friedlich im Herrn zu leben, auch wenn die Welt voll Unglück ist. Woher das Unglück kommt, darum sorge nicht, denn Gott ist auch darüber Herr. In gleicher Weise ist auch zu reden vom Gehorsam gegen die Obrigkeit. Wir sind verpflichtet, sie zu ehren und hoch zu achten als den teuersten Schatz und das köstlichste Kleinod auf Erden. Warum, meinst du, ist die Welt so voll Untreue, Schande, Jammer und Mord, weil jeder sein eigener Herr und frei sein will? Jede Seele sei der Amtsgewalt und Obrigkeit untertan, denn es gibt keine Gewalt, die nicht von Gott wäre. Die Gewalt aber ist überall, wo es eine gibt, von Gott angeordnet. Wer nun der Gewalt widersteht, der widersteht Gottes Ordnung. Wer aber Gottes Ordnung widersteht, der wird sich selbst die Verurteilung zuziehen. Seid untertan der menschlichen Ordnung aller Art. Das weltliche Regiment hat das Schwert und es haut die Köpfe der Empörer getrost hinweg. Denn das ist der Wille Gottes. Zu trinken und gottschweren hat genommen überhand. Man kann schier niemand wehren, es ist fürwahr ein Schand. Es ist fürwahr ein Schand. Niemand ums Ander geben. Man sagt gleich, was man will. In aller Unzucht leben. Macht jetzt das Ungefäll. Macht jetzt das Ungefäll. Liebe Brüder, lasst uns das Loch weitermachen, auf das alle Welt sehen und greifen kann, wer unsere großen Herren sind. Sie verstecken sich hinter ihrem gewinnsüchtigen Handel, durch welchen sie wie Kröten ineinander hängen. Es kann von lauter Ausbeuterei, Gewinn und Zinsen niemand zu Verstand kommen. Der Schade der Welt wird je länger, je breiter und weiter. Noch wollen wir und können wir nicht sehen. Das macht der göttliche Glaube. Und wenn man ihnen da widerspricht, kehren sie die scharfen Zähne hervor und sagen, ich wolle Aufruhr machen. Ach, liebe Herren, seid mit eurem tollen Glauben nicht so kühn, dass ihr alle anderen, euch natürlich ausgenommen, dem Teufel gebt, wie ihr es stets gewohnt seid. Das Verteufeln hebt nun wieder aufs Schönste an. Sie verketzern mit ihrem geschwinden Urteil jeden, der nur ein Wort gegen sie spricht. Ich habe gesagt, dass das Volk die Macht hat, dass die Fürsten keine Herren, sondern Diener der Macht sind. Sie sollen es nicht machen, wie es ihnen gefällt. Sie sollen Recht tun. Wenn das aufrührerisch ist, nun denn. Es ist das allergrößte Gräuel auf Erden, dass niemand sich der erbärmlichsten Not annehmen will. Die Großen machen, was sie wollen. Sie selber sind die Ursache des Wuchers, der Dieberei und Räuberei. Sie nehmen alle Kreatur zum Eigentum. Die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf der Erde, alles muss ihnen gehören. Darüber lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen unter die Armen und sprechen, Gott hat geboten, du sollst nicht stehlen. So sie nun alle Menschen so nötigen, Bauern, Handwerker, Arbeiter und alles, was da lebt, schinden. Und so sich dann einer vergreift am allergeringsten, muss er hängen. Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Der Bund, der hat geraten, jetzt sehr ein lange Zeit. Es will nicht wohl geraten, das Loch ist worden weit. Das Loch ist worden weit. Wer mag das jetzt zu flicken, das kann ich nicht verstoßen. Die Sach will sich nicht schicken. Es wird noch übel gorn. Es wird noch übel gorn. Ein freier Wille ist einer, der nichts Eigenes will. Dadurch bleibt er dann auch frei. Unser Wille ist das Größte in uns und gegen ihn müssen wir bitten. O Vater, lass mich nicht dahin geraten, dass es nach meinem Willen gehe. Bisch meinen Willen, wehre meinen Willen. Es gehe mir, wie es wolle. Nur, dass es mir nicht nach meinem, sondern allein nach deinem Willen gehe. Das muss so lange gehen, bis der Mensch ganz gelassen, frei und willenlos wird und so friedsam und still wird, dass er nicht davon bewegt wird, ob es ihm wohl oder übel gehe, ob er sterbe oder lebe, ob er geehrt werde oder geschändet. Herrschaft, die tun sie schwecken, dass sie kam weiß wann aus. Die Bauern tun's aufwecken und nehmens nach der Baus, und nehmens nach der Baus. Es seid mir seltsam kunden, sie wagen dir ihr Haut, sie hant ein Sinn erfunden, wer hätt ihnen das zu traut, wer hätt ihnen das zu traut. Ach du arme Menschheit, wie bist du ganz und gar zum Hackblock geworden. Denn die Herren sind nicht Herren wegen ihrer guten Worte, sondern wegen der Furcht vor dem Galgen. Sie sind nix anderes als Henker und Hüttel, das ist ihr ganzes Handwerk. Ihre Regierung äußert sich in Toben und Wüten nach allem Mutwillen. Und etliche fangen jetzt erst recht an, ihr Volk auszunehmen und zu bedrängen. Ja, sie bedrohen dazu noch die ganze Menschheit und peinigen und töten nicht nur ihre Leute, sondern auch die anderen Völker. Sie möchten die ganze Menschheit verurteilen, damit sie allein die Obersten sind und man sie vor allen anderen fürchtet, anbetet und in Ehren hält. Es ist eine Anbeterei der Menschen, weil sich die Menschen vor ihren Herren fürchten und sich um ihrer schändlichen Nahrung willen verleugnen müssen. Denn der Arbeiter-Schweiß schmeckt ihnen süß. Süß. Er wird ihnen zur bitteren Galle gedeihen. Es wird da kein Bedenken oder Spiegelfechten helfen. Die Wahrheit muss heraus. Es wird nicht mehr so gehen wie bisher. Des Spiels ist zu viel. Die Völker sind dessen überdrüssig. Alles ändert sich. Die Menschen in der ganzen Welt sind unterrichtet und die Mächtigen werden sich mit ihrer unsinnigen Gewalt noch entsetzen. Denn es ist eine mächtige, große Frechheit, dass man die alten Mittel der Macht will anwenden, nachdem sich die ganze Welt so sehr verändert hat. Darum lasst euch nicht mit guten Worten zu einer beschissenen Barmherzigkeit bringen. Dann wird eure Sache wohl bestehen. Wir müssen uns an den Geist erinnern. Wir müssen wissen und nicht allein in den Wind glauben. Denn es soll ein Mensch Verstand haben. Lasst sie lästern über alle Dinge, die sie nicht wollen, zur Kenntnis nehmen. Sie wollen nichts hören und nichts sehen. Ja, es scheint der Welt das allerunmöglichste Ding zu sein. Dass die Völker sollen frei werden. Sie seint ins Feld gezogen, ihr keiner wollt lassen ab. Ist wahr und mit erlogen, viel mannischer Bauern knapp. Viel mannischer Bauern knapp. Sie hat zusammen geschworen, dem Adel leid zu tun. Sie hat ihn fast geschoren, was mag in Wirbens Lohn, was mag in Wirbens Lohn. Niemand soll gegen seinen Herrn kämpfen und streiten. Ist man doch der Obrigkeit gehorsam, Ehre und Furcht schuldig. Denn wer über sich haut, dem fallen die Späne in die Augen. Und wer Steine in die Höhe wirft, dem fallen sie auf den Kopf. Es ist besser, dass die Tyrannen euch hundertmal Unrecht tun, als dass ihr den Tyrannen einmal Unrecht tut. Muss man sich denn alles von den Tyrannen gefallen lassen? Du räumst ihnen zu viel ein. Durch eine solche Lehre wird ihre Bösartigkeit nur noch stärker und größer. Soll man denn das dulden, dass auf diese Weise jedermanns Weib und Kind, Leib und Gut, der Gefahr und Schande preisgegeben ist? Wer würde etwas Ordentliches anfangen, wenn man so leben soll? Wenn ihr seht, dass die Obrigkeit wütet und Unrecht tut, was kann das dir ausmachen, wenn sie dir dein Gut, Leib, Weib und Kind verdirbt? Kann sie doch deiner Seele nicht schaden? Und tut sie doch sich selber mehr Schaden an als dir, weil sie ihre eigene Seele in die Verdammnis bringt. Meinst du, es sei damit nicht schon genug gerecht? Was wolltest du machen, wenn deine Obrigkeit einen Krieg zu führen hätte, wo nicht bloß dein Gut, Weib und Kind, sondern auch du selbst um deines Herrn Willen untergehen und dich fangen, verbrennen, erwürgen lassen müsstest? Was ist nun ein Tyrann anderes als ein gefährlicher Krieg, wo es manchen feinen, redlichen, unschuldigen Mann kostet? Ja, ein schlimmer Tyrann ist doch eher zu ertragen als ein schlimmer Krieg. Das musst du zugeben. Nun wähle und urteile du, ob du lieber Krieg oder Tyrannen haben willst, denn du hast es beides verdient. Wir, wir wollen weder Krieg noch Tyrannen. Solche Gesellen sind wir. Die Strafe für die Sünden wollen wir umgehen. Dazu auch noch Widerstand leisten. So verblendet, verkehrt und unverständlich ist die Welt. Deshalb brauchst du nicht darüber zu klagen, dass durch unsere Lehre die Tyrannen und die Obrigkeit sicher gemacht werden, sodass sie Böses tun. Sollte die große Menge auf eine bessere Weise zu regieren sein, so würde Gott auch eine andere Ordnung über sie gesetzt haben als das Schwert und die Tyrannen. Das Schwert zeigt deutlich an, was für Kinder es unter sich hat, nämlich lauter heillose Bösewichte. Wenn sie sich empören und auflehnen, so ist es recht und billig, gegen sie Krieg zu führen. Damit nun die Schwachen, furchtsamen und zweifelnden Gewissen beraten werden. Wenn die Ausübung der Gewalt und das Schwert, wie nachgewiesen wurde, ein Gottesdienst ist, so muss auch das alles Gottesdienst sein, was die Gewalt nötig hat, um das Schwert zu führen. Und hierbei sind die Untertanen verpflichtet, Folge zu leisten und Leib und Gut daran zu setzen. Und in einem solchen Krieg ist es christlich und ein Werk der Liebe, unter den Feinden unverzagt zu wirken, zu rauben, zu brennen und alles zu tun, was Schaden bringt, wie es eben im Krieg zugeht. Denn auch die Hand, die dieses Schwert führt und wirkt, ist als dann nicht mehr Menschenhand, sondern Gotteshand. Und nicht mehr der Mensch hängt, erädert, enthauptet und führt Krieg, sondern Gott. Es sind alles seine Werke. und damit Gnade und Friede in Christus. Auren seid einig worden und Kriegen mit Gewalt. Sie handt ein großen Orden und seid auf man nicht falt und seid auf man nicht falt und tun die Schlösser zreißen und brennen Klöster aus. So kann man uns mit zeißen, was soll ein Bösraub Haus? Was soll ein Bösraub Haus? Ihr Herren, die ihr das Gute Böse heißt und das Böse Gut, die Zeit ist gefährlich und die Tage sind schlimm. Eine Reform ist von großen Nöten. Es wehre sich jeder wie er will. Nun ist zu hören, dass der armen, elenden, zerfallenen Menschheit weder zu raten noch zu helfen ist. Was soll man aber tun, wenn die Welt so jämmerlich verwüstet wird? Wie wollen wir armen Würmer zu einer Reform kommen, wenn wir die Würde der Großen in solcher Achtbarkeit halten, dass selbst Christus vor den großen Titeln und Namen dieser Welt erscheint wie ein gemaltes Männlein. Was wir vor Augen haben, ist eitel Heuchelei, die sich krümmt und windet auf der ganzen Erde und die Menschen verführt mit großem Geplauder. Sie haben dem Volk die Stimme geraubt und haben an seiner Stadt das Geld zum Herrgott gesetzt, dass Wer da einen von diesen Kleinen ärgert, ist ihm besser, dass man ihm einen Mühlstein an den Hals hänge und werfe ihn in das tiefe Meer. Es sage, wer da will, es sind die Worte Christi. Darf nun Christus sagen, wer da einen von den Kleinen ärgert, was soll man dann sagen, so man ein ganzes Volk ärgert? Wir lassen uns nicht verführen und mit getäuschter Geduld und Güte aufhalten, denn der Stein, der ins Rollen gekommen ist, ist groß geworden. Er ist groß und mächtig geworden und die armen Leute sehen ihn viel schärfer als ihr. Darum ihr aller teuersten, allerliebsten Regenten, lernt euer Urteil. Man wird euch die Macht nehmen, denn man muss das Unkraut ausraufen in der Zeit der Ernte. Dann wird der schöne rote Weizen beständige Wurzeln gewinnen und recht aufgehen. Standpunkte bis in den Tod und über den Tod hinaus. Alles aufrühren, alles Schwarmgeister, ich sehe euch alle brennen, alle, wie ihr da seid, Pöbel. Denkt ja nicht, dass ich viel Zeit für euch habe. Wir haben in Wittenberg Wichtigeres zu tun. Wo steckt denn euer Pfarrer? Der kluge Herr Karlstadt? Geht es um mich? Wie siehst du denn aus? Fastnacht? Es ist der Rock der armen Leute und die haben bekanntlich das ganze Jahr über Fastnacht, weil es ihnen so gut geht. Deine Sache! Wir sind hier alle Brüder. Wir machen da keinen Unterschied. Und du? Was bist du? Tja, was bin ich? Ich würde sagen ein neuer Laie. Du? Professor und zweifacher Doktor? Wir sagen hier nicht mehr Herr Professor, Herr Doktor. Was sagt ihr denn? Bruder, Nachbar, das ist ja nicht so wichtig. Und was macht der Herr Nachbar? Er arbeitet. Ich ernähre mich mit meiner Hände Arbeit, wie es so schön heißt. Als Bauer? Als Bauer? Ich möchte nicht auf Kosten der Gemeinde leben. Leute wie wir haben viel zu lange auf Kosten anderer gelebt. Ich wollte, ich könnte den armen Leuten alles wiedergeben. Und da arbeitest du? Ja. So richtig? Flug? Hacke? Ja. Doch fast Nacht. ein Bauernkittel der Hebräisch spricht. Was meinst du, Luther? Ob diese Blasen nicht ehrlicher in den Händen stehen als goldene Ringe? Du weißt, weshalb ich hier bin. Ich kann es mir denken. Deine Predigten erregeln missfallen. Beim Fürst oder bei dir? Beim Fürsten und bei mir. Du bist deines Postens enthoben. Die Gemeinde ist anscheinend an gelandet. Ihr haltet das Maul. Ich habe drei Jahre für den rechten Glauben gebraucht. Dann werdet ihr wohl noch etwas länger brauchen. Es steht nirgends geschrieben, dass Gott nur Dr. Luther berufen hat, sein Wort zu verkünden. Und auch die Leute fragen sich, warum nur Dr. Luther die Bibel in ihrem rechten Sinn erklären kann. Du unterstellst dich der Zensur der Universität oder deine Schriften du würdest sogar die Apostel auf den Scheiterhaufen bringen. Ja, vor dir könnte nicht einmal Christus bestehen. Als Adam grub und Eva spannen, wo war denn da der reiche Mann? Ein neues Lied wir heben an, das Wald Gott unser Herr hast du schon gehört Melanchthon ich habe jetzt zwei Märtyrer in Brüssel haben sie zwei junge Burschen verbrannt ich habe ein Lied lein darauf gemacht lustig der höchste Irrtum dieser war man muss allein Gott glauben da fehlt mir noch etwas der mensch lügt und trügt immer da dem soll man nicht vertrauen trügt immer da dem soll man nicht vertrauen drum mussten sie verbrennen das ist gut verbrennen 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 wir wollen alle nur kassieren um die religion kümmert sich kein mensch ja die fürsten wollen nur die herrschaft unter dem deckmantel des evangeliums und währenddessen verschwindet ein kloster nach dem anderen unsere aufgabe ist es die herzen davon abzureißen ist das geschehen sollen die fürsten damit machen was sie wollen mir ist es egal sollen sie es einstecken es gehört doch alles dem teufel den fürsten lass gehen wie es geht es will gehen wie es geht warum sollen wir uns aufreiben es denke niemand dass er die welt ändern könne willst du ein bier nein zwei große feuer sie zündeten an die knaben sie herbrachten mir wäre lieber wenn alle meine bücher untergegangen wären aber ich habe alles gott überlassen was wahr ist wird sich durchsetzen was der fürst durchsetzt wird sich durchsetzen solange sie können nützen sie uns aus danach schlägt man uns ins gras es ist alles schlimmer geworden unter dem papst waren die leute milder jetzt schindet einer den anderen und die fürsten kümmern sich nur um küche keller und schlafzimmer wenn ich könnte würde ich in drei wochen wieder alles in die alte kirche zurückführen lass das nur nicht den fürsten hören wenn ich gewusst hätte was ich jetzt weiß ich hätte mich da nie hineintragen lassen nie keine zehn pferde hätten mich da reingezogen ich hätte für wahre geschwiegen aber gott hat mich geblendet wenn ich nochmal anfangen könnte ich werde es anders machen ich bin ein einfältiges schaf warum predigst du dann weiter damit sie sagen können sie haben den luther gehört ich mache mir sorgen große sorgen unsere sache ist es einfältig zu glauben und zu bekennen der frieden mag nach unserem kleinen verstand seinen wert haben so viel er will der geber des friedens und der herrscher des krieges bedeutet mehr als aller friede darum sehe ich den vorgängen mit aller ruhe zu unsere sache ist gerecht und wahr und die sache christi wenn wir stürzen stürzt auch christus ich bin wissenschaftler und kein theologe wenn die wissenschaft nicht dienen sondern christus mit füßen treten will dann soll lieber sie zugrunde gehen als die religion für die vernunft folgt dass es überhaupt keinen gott gibt dann sollte man gott abschaffen die vernunft ist der größte feind des glaubens sie ist des teufels größte hurra man muss sie mit füßen treten und mit all ihrer weisheit zerstören entweder das wort gottes oder die stimme der vernunft man kann nicht auf beides hören man muss sich entscheiden dann werde ich die vernunft was will denn das christendom anderes als die seelen beruhigen und ihnen einen fingerzeit für ihr handeln geben das übrige harschpeitereien der schulen zänkereien der sekten wozu braucht man einen gott nur für dieses leben das leben haben die am besten die keinen gott besitzen jetzt kann ich dem man christus nicht glauben und habe zuvor glauben können allen scheißdreck aber man darf solche gedanken nicht haben gott hat sie verboten man muss die augen schließen und glauben man muss glauben 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 ich werde kündigen ich möchte wieder wissenschaftlich arbeiten du bist von gott geschickt du bleibst ich bin vom fürsten angestellt gott hat dich hierher gestellt um mir zu helfen willst du meine anstellungsurkunde sehen menschenwerk du bist werkzeug gottes ich bin ein vom fürsten bezahlter professor ich stecke mich hinter den fürsten und der verbietet dir die ausreise entweder verbannen oder festsetzen das ist deine ganze weisheit ich bin der prophet germaniens solange ich lebe soll deutschland keine not haben aber wenn ich tot bin dann betet noch lassen sie ihr lügen nicht den großen mord zu schmücken sie geben vor ein falsch gewicht ihr quissen tut sie drücken der das hat angefangen der wird es wohl vollenden als adam kub und eva spannt wo war denn da der reiche mann es ist zeit luther der herbst steht vor der tür schmeichel nicht deinen fürsten wir können es nicht anders machen der teufel und sein prediger ich habe nichts anderes getan als den leuten zu sagen was ein mensch den anderen nicht also jämmerlich auf der fleischbank opfern soll und wenn unsere großen herren das nicht lassen wollen soll man ihnen die macht nehmen man muss die verhältnisse aufdecken die leute sind hungrig sie wollen essen wohl an dann will ich mich mit gottes hilfe zum tode bereiten und auf meinem neuen herren die mörder und räuber warten die mir sagen sie wollen niemand etwas tun die herren sollen ihr leben behalten und an gütern was sie brauchen das glaube wer will ich nicht wer so viel unrecht wagt die oberigkeit zu machten der wird ihr alles nehmen plötzlich dass sie menschen sind ich war in zwickau bei den tuchmachern ich war in joachimsthal bei den bergarbeitern ich war jetzt in prag und ausgewiesen wie üblich du warst überall münzer und sie haben dich überall ausgewiesen es stört mich nicht ich bin es gewohnt im gegenteil wenn ich nach drei tagen nicht ausgewiesen werde bin ich misstrau dann stimmt etwas nicht an meiner predigt nein nein gesetzliche reformen schritt für schritt dagegen kann keiner etwas haben hier der entwurf unserer neuen gemeindeordnung wir richten eine gemeinsame kasse ein alle kirchlichen einnahmen kommen jetzt in diese kasse von den wertsachen der klöster und kirchen wird ein inventar angelegt damit ihr sie später in der fürstlichen schatzkammer wiederfinden könnt abwarten verwaltet wird die kasse von zwei ratsherren zwei vertreter der gemeinde und einem schreiber keiner soll mehr betteln arme kranke und waisen werden unterstützt begabte kinder erhalten ein stipendium damit sie studieren können die anderen sollen ein handwerk erlernen unbemittelte handwerker und arme leute erhalten kurzfristig kredite zinslos überschüsse kann man für die anschaffung von städtischen vorräten verwenden getreide oder so sollte das geld nicht reichen muss jeder bürger je nach vermögen etwas beisteuern dann müssen wir uns um neue lehrer kümmern die priester erhalten drei viertel ihrer bisherigen einnahmen als gehalt und im übrigen wird hier die evangelische messe gehalten wirst du es durchbringen der rat ist dafür und sämtliche einwohner und der fürst es ist alles gesetzmäßig ruhe und ordnung abstimmung im rat der fürst muss das einsehen aber das gefängnis ist schon voll er kann doch nicht die ganze stadt einsperren ich glaube da ist bald eine ausweisung fällig das reich und die herrlichkeit und die ordnung der untertanen sowas beschließt man hier sowas beschließt man in meinem schönen wittenberg da ist das dankbarkeit spalatin ist das dankbarkeit gemeindeordnung der stadt wittenberg das ist aufruhr revolution mir verschlechts die sprache die kirchengüter werden unter die armen verteilt und solche gotteslästerlichen dinge will ich gar nicht erst lesen das dreht ja die welt herum gemeindeordnung ausgerechnet jetzt wo ich den vorsitz der reichsregierung übernehme was soll ich denn meinen kollegen sagen soll ich sagen die kirchengüter sind für die armen meine hauptstadt zieht alles ein und ich darf zusehen ich blammiere mich ja bis auf die knochen ganz deutschland wird über mich lachen ich werde nicht mehr friedrich der weise heißen sondern friedrich der beschissene da hätte man die sache mit dem luther ja gar nicht das anfangen brauchen ich mach mich für diesen mann stark und wenn es ans kassieren geht haben meine untertanen schon ausgeräumt das ist ja gegen jede natur kurfürstliche gnaden können es verbieten ja ich verbiete es ich verbiete es ganz entschieden was mit den kirchengütern geschieht bestimme ich ich ganz allein das steht hier von der messe deutsch-evangelisch was ist das karlstadt hat die messe reformiert habe ich das nicht verboten strengstens hat es trotzdem gemacht trotzdem karka kurfürstliche gnaden die leute werden uns das schloss anzünden da haben sie es aufruhr revolution und damit soll ich die reichsregierung übernehmen mit der revolution im eigenen land nach die anderen herren werden sich bedanken da spalatin ich gebe ihnen zwei wochen wenn ich die regierung übernehme herrscht hier absolute ruhe gemeindeordnung weg messe weg kirchengüter zu meiner verfügung ich will ein musterland haben man kann über alles lesen diskutieren und predigen aber es bleibt alles beim alten es wird nichts geändert kurfürstliche gnaden da brauchen wir den luther der spuckt doch auch nur große töne er hat jetzt zehn monate gesessen und es hat ihn weich gemacht und was werden die anderen herren sagen wenn ich ihn wieder herauslasse wenn er für ruhe und frieden sorgt nichts sie sehen ja was passiert wenn man ihn entfernt es kommen neue leute und die predigen nicht nur gegen die kirche die predigen auch gegen uns wenn die erst mal fuß ich will nichts damit zu tun haben nichts gar nichts ich will einen brief von ihm haben für die reichsregierung einen brief in dem er mir schreibt warum er wieder nach wittenberg kommt dass er gegen unseren willen und ohne unser wissen kommt dass er in allem maß halten will dass er niemand zur last fallen will und den brief bitte so abfassen dass ich ihn bei der regierung vorlegen kann theologen geraten in die politik und gottes wort führt zu verschiedenen wegen habt ihr den brief für den fürst sehr hübsch formuliert und sehr mutig aber das müsst ihr nochmal umschreiben das kann man der reichsregierung nicht vorlegen ich werde euch ein neues konzept schicken danke ich kann selber schreiben abschreiben ist sicherer lieber doktor der fürst wünscht ruhe in seinem land ruhe und nochmals ruhe was da in letzter zeit passiert ist ist nicht in unserem sinne das volk lief den ganzen tag durch die straßen versammlungen abstimmungen diskussionen von morgens bis abends sprechchöre das volk hat alle ursache zum dreschfliegel zu greifen so wie es hierzulande drangsaliert und geschunden wird ein karst statt genügt uns immer nur predigen und nicht ändern da hätte man gar nicht erst mit dem predigen anfangen brauchen ihr seid unter umständen schneller wieder auf der wartburg als euch lieb ist und wo sind meine briefe meine manuskripte die von der wartburg geschickt habe nichts ist angekommen keiner hat sie gesehen wir haben sie zurückgehalten was ich verlange dass meine manuskripte gedruckt werden sofort über zwei kann man reden wenn alles ruhig bleibt aber die schrift gegen kardinal albrecht wird nicht gedruckt der fürst hat sich mit ihm angefreundet sie wird gedruckt sie wird nicht gedruckt und wenn ich euch den fürsten und alle welt ins verderben stürzt ich will dass sie gedruckt wird also gut wird sie nicht gedruckt was liegt daran der fürst zahlt euch ein anfangsgehalt von 20.000 jährlich und wo wohne ich im augustiner kloster es steht jetzt leer und wartet auf einen neuen herrn und es ist eine schöne reiche pfründer die alte welt verschwindet luther mein lieber melancton du siehst notgedrungen habe ich mich lebend mitten in das wüten von papst und kaiser gestürzt um den wolf aus meiner hürde zu vertreiben schutzlos umgeben von feinden nur den himmel über mir ich habe eine stille kammer gefunden wie du es wolltest du kannst dort ganz im verborgenen leben christi gedanken kenne ich nicht aber ich weiß dass ich nie so mutig war wie jetzt nun geht es erst richtig los ja und damit du nicht auf das falsche pferd setzt es ist gottes willen das alles wieder rückgängig gemacht wird rückgängig ja ich habe anscheinend immer eine besondere gefahr zu bestehen erst augsburg dann worms jetzt wittenberg aber du hast doch gesagt dass du mit allem einverstanden bist hab ich das wie willst du das den leuten klar machen lieber melancton wir haben wir haben so oft vom glauben geredet von der hoffnung auf das was man nicht sieht warum wollen wir es nicht mal mit dieser leere wagen es geschieht ja auf gottes befehl und nicht auf unseren willen ich verstehe nicht wir fahren am besten wenn wir auf der mittleren straße bleiben soll man mir falschheit vorwerfen weil ich auf den fürsten höre oder mein doppelspiel verfluchen ich beruhige mein gewissen indem ich mir sage dass es der gebräuchliche stil ist die neue welt beginnt sich zu drehen schau an unser märtyrer über ein kleines so seht ihr mich nicht und über ein kleines so seht ihr mich was macht eine 15 jährige sie bleibt mir das bett über unser schönes wittenberg hört man ja auch so allerlei was es ging wohl ein bisschen drunter und drüber nach dem hof ging es drunter und drüber uns hat es spaß gemacht und wir fanden alles sehr ordentlich aufruhr gewalt empörung was hast du nur aus wittenberg gemacht wir hatten die freiheit uns die freiheit zu nehmen schwarmgeisterei wenn wir die freiheit in anspruch nehmen dann ist die freiheit plötzlich nicht mehr für uns da dann hast du es auf einmal ordnung ordnung liebe kinder bedenkt um gottes willen ordnung muss sein fragt sich nur wessen ordnung hier das ist unsere ordnung gemeinde ordnung der stadt wittenberg beschlossen vom rat und von den bürgern dieser stadt wird rückgängig gemacht wenn du schon so für ordnung bist hättest du es ja wenigstens einmal lesen können es steht nämlich auch darin dass in dieser stadt eine deutsche evangelische messe gehalten wird wird rückgängig gemacht alles wie in der guten alten zeit beichte und kommunion wie bisher messgewänder gesang alle zeremonien und lateinisch warst du nicht mal veränderungen man kann auch so abhilfe schaffen und wie ich denke mir die priester lassen stillschweigend ein paar worte aus so kann man evangelische messer halten ohne dass das volk etwas davon merkt das sind natürlich einschneidende änderungen die obrigkeit merkt nichts weil sie nicht in die kirche geht und das volk merkt nichts weil es kein latein kann du nimmst das alles viel zu wichtig es ist egal wie man das abendmal nimmt ob man beichtet ob man fastet ob man im kloster bleibt oder nicht alles ohne jede bedeutung dieser gottesdienst eine öffentliche theaterpredigt für das volk und die einnahmen deines volkstheaters das vermögen der klöster die ländereien auch alles ohne bedeutung natürlich ach wie erfreulich für den fürsten in unserer gemeindeverfassung steht dass es uns allen gehört hör mir mit einer gemeindeverfassung auf was ich brauche steht in der bibel auch nur ein buch gotteswort das ist ein buch von menschen geschrieben gedruckt und verkauft das ist für alle ewigkeit gotteswort pass auf luther mit diesem buch kann man menschen töten dann merk es dir ich werde morgen predigen du wirst hier nicht mehr predigen gut dann werde ich schreiben du wirst hier auch nicht mehr schreiben ach muss ich wittenberg verlassen Gottes Wille geschehen soll ich dir sagen was du in wirklichkeit denkst nur zu du gibst deine ganze bibel her wenn du auf unserer seite stehen könntest Gott gebe uns allem dass wir auch leben wie wir lehren und die worte auch in die tat bringen der himmel ist eisern die erde ehern es hilft kein bitten mehr die alte welt verschwindet im dunkel die neue welt beginnt sich zu drehen und zeigt sich der aufgehenden sonne außerordentliche gesellschafterversammlung der firma Jakob Fugger gelobt sei jesus christus in ewigkeit amen das ist ein globus meine herren von unserem guten wehrheim gotter schuf die welt und gab ihr in seiner übergroßen güte die form einer kugel rund und handel damit man sie umschiffen kann und handel treiben kann neue länder neue geschäfte italien das ganze mittelmeer wird uninteressant die großen geschäfte kommen über die großen ozeane länder punkt 1 indien meine herren europa braucht gewürze gewürze holt man in indien über den landweg aber das ist uninteressant seitdem ein herr wasco da gama für portugal einen direkten weg nach indien entdeckt hat über se sie erinnern sich sicher an den großen börsen krach lissabon liefere plötzlich für den halben preis und die portugiesen haben seitdem das gewürzmonopol aber wir sind doch beteiligt ich will keine beteiligung ich will das monopol dazu brauche ich einen eigenen weg nach indien und da die erde wie unsere wissenschaftler behaupten rund ist müsste man also nicht nur von dieser seite sondern auch von der anderen seite nach indien kommen unser guter kunde karl unter anderem herrscher über spanien hatte daraufhin ein einsehen und schickt einen gewissen magalaisch auf die reise meine herren was soll ich ihnen sagen die erde ist rund ist die flotte zurück seit zwei wochen die wissenschaftler haben recht und wir haben unseren privatweg nach indien man muss nur schnell genug die hand darauf legen aber lieber herr fugger welches risiko was kann da alles passieren fremde länder fremde meere die schiffe können absaufen das ist doch eine riesen spekulation die portugiesen arbeiten mit profiten bis zu 1000 prozent da dürfen schon mal ein paar schiffe aus bleiben bedenken sie bitte auch dass wir in indien wie überhaupt im ganzen orient einen riesen markt für unser kupfer haben einen markt den wir jetzt direkt beliefern können wir verdienen also zweimal punkt 2 amerika die statistik der gold und silber zuvor aus amerika sie steigt ständig das könnte auf die dauer unseren europäischen markt gefährden deshalb müssen wir uns da einschalten wir brauchen in amerika eigene bergwerke am besten gleich eigene kolonien wir haben sowieso die besten ingenieure und facharbeiter man ist dazu auf uns angewiesen leider halten die indios unsere fortschrittlichen produktionsmethoden nicht lange aus Gott sei dank haben sich die neger als haltbarer erwiesen und neger werden bekanntlich freie küste in afrika geliefert da trifft es sich nun dass unsere messing artikel in afrika einen guten markt haben und überaus beliebt sind so werden wir also unsere messing waren in afrika verkaufen die neger werden wir in amerika verkaufen das amerikanische gold und silber werden wir nach europa holen dafür werden wir unser kupfer in indien verkaufen und die indischen gewürze werden wir in europa verkaufen meine herren dieser globus ist kostbar der wird uns nicht davon kommen wir werden kaufen und verkaufen und ihn damit in bewegung halten sie sehen die europäische zivilisation setzt sich unaufhaltsam durch gelobt sich in christus ein bittsteller majestät ich brauche geld sofort heute noch darf ich sie an ihre wahrhaft majestätischen schulden erinnern erzählen sie mir nichts von alten schulden das ist gegessenes brot wie der großvater selig reden sie nicht von meinem großvater wir leben in einer neuen zeit mit den alten schulden wollen sie mir nichts mehr geben wie steht es mit der rückzahlung es gibt auch noch andere banken majestät wenn ich an die börse gebe dass sie zahlungsunfähig sind ist der anleihenmarkt für sie tot keine bank wird ihnen auch nur einen pfennig geben sie sprechen mit dem kaiser ich spreche mit meinem schuldner sie sind majestät weil ich gezahlt habe also was wollen sie fänden da ist ein schiff von einem gewissen magalaisch zurückgekommen gewürz aus indien bringen gewinn dazu braucht man eine flotte wie soll ich an eine flotte kommen wenn sie mir die leitung des gewürzgeschäftes übertragen haben sie in ein paar monaten eine funkelnagelneue flotte und die spanischen kaufleute majestät ich will das gewürzgeschäft gattinara genehmigt holdvoll sie dürfen sich admiral nennen geld wäre mir lieber geben sie mir ihre quecksilbergruben die quecksilbergruben das einzige was wirklich gewinn abwirft ich würde ihnen der pacht zu mir entgegen kommen aber dann haben sie ja auch noch das quecksilbermonopol gattinara genehmigt noch ein monopol gefällig wo wir gerade dabei sind vielleicht sollte man es grundsätzlich klären ein monopol auf die monopole ich brauche gelder auf gelder meine soldaten laufen auseinander ich will frankreich besiegen wenn ich frankreich habe bin ich saniert gut 20 millionen für einen krieg gegen frankreich geliebt das 20 millionen schon gewonnen wenn majestät die siegesnachricht erhalten wollen sie bitte das hier unterschreiben was ist das einige gedanken über monopole sag mal wer ist eigentlich der herr europas ich oder der wollen majestät die wahrheit wissen wie w w w w w Verschiedene Wege führen zu Gott und Theologen in die Politik. Das ist nämlich die Ordnung. Herrscher, Untertanen, Arbeiter, Handwerksleute. Diese Ordnungen müssen in der Welt sein. Es müssen Übergeordnete da sein. Es muss verschiedene Stände geben. Man sagt, die unteren Stände sollen sich selber regieren. Daraus wird nichts. Gott weiß das. Deshalb hat er die Obrigkeit eingesetzt. Deshalb hat er den Kindern ihre Eltern gegeben, weil die Kinder von Natur böse sind. Denn wenn die Eltern in rechter Art fromm sind, so wird dem Kinder ohne Unterlass sein Eigenwille gebrochen. Und es muss tun, lassen und leiden, was es seiner Natur nach so gerne anders täte. Denn es muss jeder Mensch regiert werden und anderen Menschen untertan sein. Darum ist auch Ungehorsam eine größere Sünde als Totschlag, Unkeuschheit, Stehlen und Betrügen. Ein Geier ist ausgeflogen in Rüdau am Schwarzwald. Er hat die Jungen aufzogen, die Bauern allen halb. Die Bauern allen halb. Sie sind aufrührig worden, in deutscher Nation und an ein zunder Orden. Vielleicht wird's in Vulgon, vielleicht wird's in Vulgon. Ich, Thomas Münzer, wünsche euch den Frieden, dem die Weltfeind ist. Denn die Unschuldigen werden gepeinigt. Und unsere Herren behelfen sich gegen uns, indem sie sagen, ich muss dich martern. Christus hat auch gelitten. Du sollst mir nicht widerstreben. Daher müssen wir genau untersuchen, warum ausgerechnet unsere Verfolger die besten Christen sein wollen. Der Schade der unverständigen Welt muss erkannt werden in seinem ganzen Ursprung. Denn die Wahrheit wird alle Menschen freimachen. Da muss das Große dem Kleinen weichen und vor ihm zu Schanden werden. Ach, wüssten das die Arbeiter! Es wäre ihnen ganz nütz. Aber die Bauern und Arbeiter wissen nichts davon, weil sie sich auf die verlogensten Leute verlassen haben. Die sagen, ach Gott, es sind arbeitsselige Leute. Sie haben ihr ganzes Leben damit verbracht, ihre Nahrung zu verdienen. Ja! Auf dass sie den Herren den Hals gefüllt haben! Was sollte denn das einfache Volk wissen? Es steht draußen und hofft, dass es einmal gut wird. Das Volk hat nie etwas anderes gehofft und glaubt bis auf den heutigen Tag, die Herren wissen das Rechte. Sie haben dem Volk die Bibel vorgeworfen, wie man den Hunden das Brot vorwirft und wissen über sie doch nichts, als dass sie von Altem herkommen ist. Sie predigen, was sie wollen und suchst du Rat bei diesen Gelehrten. So sagen sie, glaube, lieber Mann, glaube! Willst du nicht glauben, so fahr er zum Teufel! Was mag sein, hier begehren, der drummen wieder läuft? Es scheint ein Wahrhaft stehlen, es ist erst worden Zeit, es ist erst worden Zeit. Es ist die größte Klage in der Welt über die Arbeitsleute. Wie ungehorsam, untreu, ungezogen und nur auf ihren Vorteil bedacht sie seien. Wenn sie sich nichts gefallen lassen und frech werden wollten, so lass sie fahren im Teufels Namen. Es wird noch die Zeit kommen, dass sie gern um einen Bissen Brot dienen würden. Solche Leute lassen nur getrost Geld fordern, solange sie können. Aber Gott wird sein Gebot nicht vergessen und ihnen auch entsprechend ihren Diensten lohnen. Er wird sie an den Galgen hängen. Im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Wie der Vogel zum Fliegen, so ist der Mensch zur Arbeit geboren. Das ist ein feiner, goldener Spruch, den jeder sich merken soll. Sei gewiss, dass Gott für dich sorgt. Besinnt euch nicht, woher soll ich Geld und Haus nehmen, wo soll ich bleiben. Die Bauern gebärden sich, als ob sie verhungern müssten. Sie haben keine dankbare Freude an Gottes Gaben. Aber es ist nicht möglich, dass Gott lasse jemand leiblichen Hungers sterben. Es müssten eher alle Engel kommen und ihn speisen. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie gesehen, dass ein gläubiger Mensch, der Gott vertraut, verlassen gewesen wäre. Oder sein Kind nach Brot hätte gehen müssen. Die Reichen sind dürftig und hungrig geblieben. Aber die, die Gott suchen, haben kein Gebrechen an irgendeinem Gut. Es redet dich von den Bauern und ihrem Regiment. Manch einer heißt sie Lauben und weiß noch nicht das End. Und weiß noch nicht das End. Es tut uns Schinder und Schader, die treiben über Mut. Merkt auf ihr Buch, Herr Sklarren, es tut in die Lenk ein Gut. Es tut in die Lenk ein Gut. Du, liebes Volk, die dich heilig und gut heißen, die betrügen dich und die dir ohne allen Unterlass sagen, glaube, glaube, dass dir der Rotz vor der Nasen pflastere, die sind den Schweinen und nicht den Menschen zuständig. Denn es sieht ein jeder, dass sie nach Ehren und Gütern streben. Deshalb musst du, einfacher Mann, selber gelehrt werden, auf das du nicht länger verführt wirst. Noch will es niemand zu Herzen nehmen. Man meint, es sei zu verschweigen. Oh, der großen, elenden Blindheit, dass doch ein jeder lernte, mit einem halben Auge zu... Kardinal Legat Cayetan. Kommens daher, Herr Cayetan. Da ist lustig. Kommens. Kennen Sie euch schon? Nein. Das ist der Friedrich von Sachsen. Wie gefällt es Ihnen in Deutschland? Ich friere entsetzlich. Aber wo haben Sie Ihre Sonne? Wie kann man ohne Sonne leben? Na, da, sagen Sie was. Was macht denn der Papst? Seine Heiligkeit gibt es ausgezeichnet. Papst. Wirst man halt sein. Das wäre fisch. Ich wäre schon letztens fast worden. Hat nicht viel dran gefällt. Aber der Fugger hat mir es nicht sagen wollen. Schott drum. Wäre eine schöne Rente gewesen. Und dann wäre ich ein Heiliger geworden. Und dann hättest du mich nach meinem Tode anbeten müssen. Auf den Knien. Das wäre wohl das für mich gewesen. Er wäre halt zum Fugger gehen. Macht es gut. Kofürst. Kardinal. Der Heilige Vater hat in der letzten Zeit einigen Ärger mit einem ihrer Landeskinder. Ärger, der sich schon empfindlich auf die Einnahmen des Heiligen Vaters auswirkt. Theologische Dinge, dann mische ich mich nicht ein. Ich bin ein unwissender Laie. Und ein christlicher Fürst. Ein treuer Sohn der römischen Kirche, zu allen Opfern bereit. Besagter Luther vertritt ketzerische Ansichten. Ja. Das müssen Sie schon mit ihm selber ausmachen. Und wenn ich nun einen sächsischen Untertanen namens Luther verhören möchte? Am besten fragen Sie ihn selber, ob er kommen will. Kofürst. Kardinal. Es ist warm hier. Eben haben Sie noch gefroren. Da sehen Sie, wie schnell man sich an das Klima hier gewöhnt. Und das Klima ist zur Zeit so, dass wir bald Karl als deutschen Kaiser haben. Und damit wäre Karl Herr über Europa, wenn wir von ein paar Decken in Frankreich und dem Vatikan absehen. Ein entsetzlicher Gedanke. Eine Katastrophe. Er soll ein netter Junge sein. Der Heilige Vater ist unbedingt dagegen. Karl wäre für den Geschmack des Papstes viel zu mächtig. Alle anderen sind inzwischen für. Karl, der Papst, hat nur noch mich. Was zahlt er? Wenn Sie die Wahl Karls verhindern, könnte man über vieles reden. Wie viel? In diesem Fall würde der Papst Ihnen die goldene Tugendrose zukommen lassen. Die höchste Auszeichnung der Kastenheit und ein Schmuckstück für Ihre Sammlung alle Welt würde zahlen, um sie zu sehen. Ablässe? Würden Ihnen selbstverständlich in der großzügigsten Weise zugeteilt. Luther? Über Luther könnte man hinwegsehen. Falls er nicht zu neuen Attacken schreitet. Es müsste eine gewisse Grenze geben, um sie zu verstehen. Der Papst ist immer noch der Papst. Gut. Sie stimmen gegen Karl? Und der Papst hält seine Versprechungen. Aber ein Gespräch mit Ihrem Luther muss ich führen. Wozu bin ich hier? Die Öffentlichkeit. Es würde auffallen. Sie werden ihn hier in Augsburg anhören. Väter, wenn ich anhöre, bitte ich mir aus. Und dann schicken Sie ihn wohlbehalten wieder zurück. Zu lebenswürdig. Kardinal? Kurfürst. Spalatin? Ich bekomme die goldene Tugendrose, auf die ich vier Jahre gewartet habe. Ein Geschäft, Spalatin. Und Luther? Lassen Sie ihn kommen, geben Sie ihm meine besten Räte. Sie sollen ihn nicht aus den Augen lassen, dass er mir keinen Schritt alleine macht. Alles muss abgestimmt werden. Und sagen Sie ihm, er soll ja standhaft sein. Wenn er wieder ruft, wird ihn der Teufel holen. Aktiva und Passiva. Buchhaltung und Glaube. Einführung der wissenschaftlichen Buchhaltung. Grüß euch, grüß euch. Ah, was ist denn euren Mann? Mein Hauptbuchhalt. Ah, Bibliothekar. Grüß dich, Burschi. Was hast du denn da fertiges Buch? Die doppelte Buchführung, Majestät. Ah, das möchte ich auch haben. Sind da Bilder drin? Zahlen, Majestät. Ach, Zahlen. Geld, das ist doch langweilig. Es ist eine Kunst. Seit wann sind denn Zahlen eine Kunst? Seit neuesten, Majestät. Was sind denn das für kunstvolle Zahlen? Meine Geschrifte. Na, aufgeschrieben hat man es immer. Jetzt wird nur noch Geld notiert. Nicht mehr Wagenladungen oder Schiffsladungen. Kanonen, Tuche, Mehl, Wolle, Kupfer. Nur noch Geld. Waren, Tiere, Menschen. Alles wird zu Kapital, das sich vermehren muss. Und die Buchhaltung ist die Seele des Kapitales. Aber gäh, ein Schmoren. Die größte Erfindung der Menschheit. Man wird nicht mehr von Kleinigkeiten abgelenkt. Sentimentalitäten, Rücksichten auf irgendwelche Dinge und Personen. Man sieht nur noch Geld. Und Geld muss sich vermehren. Geld muss man ausgeben. Majestät Irrung, es muss sich vermehren. Mit Zins und Zinseszins. Was? Was? Zweimal Zins auf ein Geld? Na, Sir, aber ihr seid mir gar nicht. Wo die Kirche überhaupt keinen Zins erlaubt. Majestät Irrung erneut Zinsen auf Zinsen. Wenn ich Ihnen... Na, jetzt auf, ich verstehe nichts davon. Da führe ich schon lieber einen Krieg. Ob Majestät Krieg führen können, entscheide dieses Buch. Verstehe ich? Da hält er auch drin. Majestät füllen etliche Seiten. Ein Teufelszeug. Durchaus christlich. Von einem Franziskaner erfunden. Trau einer den Mönchen. Du Fugger. Ich brauche ein Geld. Schwarz. Majestät haben 23.585.400 im Debett. Ihm was? Majestät schulden uns diesen Betrag. Erzähl mir nichts von euren Schulden. Das ist gegessenes Brot. Majestät hat mir Konto weit überzogen. Und in Anbetracht ihres Alters... Was heißt denn das? Das heißt, dass sie ohnehin bald sterben werden. Ja, ist das vielleicht der Ort, mit einem Menschen zu reden? Kehrt das auch zu eurer Buchführung? Es ergibt sich daraus. Aber du hast doch Millionen an mir verdient. Das ist ein anderes Konto. Dann schreib's rüber. Geht nicht. Du hast doch das gehört. Wie gesagt, ein anderes Konto. Dann gib mir's heut so. Es geht nur über das Buch. Und das Buch verlangt Sicherheiten. Ja, Herrgott, na. Was soll dir da denn noch geben? Dir gehört doch schon das ganze Land. Bergwerke, Hüttenwerke, die ganze Industrie, alles. Du zäust dir schon meine Bernden und meine Minister. Ich muss ja Gott froh sein, wenn die Leute nicht über mich lachen. Jetzt sitz ich da auf meinem Reichstag. Auf Ihrem Reichstag? Majestät vergessen, dass ich diesen Reichstag bezahle. Ich muss doch die blöden Aufen einladen. Und ich hab nicht einen Vierer. Hunderttausend. Verrechnung erfragt mit Ärztelieferungen. Wo muss ich unterschreiben? Ich glaube, es ist wirklich schon besser, wenn er bald stirbt. Verteidigung des wahren Glaubens. Wer ist der Luther? Hochwürdigster Vater. Und die anderen Herren? Meine Räte. Wenn die Herrn Räte sich einstweilen in den Saal begeben wollen, ich bin kein Kannibale. Entschuldigt, hochwürdigster Vater. Ich musste mich nach den Befehlen der kurfürstlichen Räte richten. Sie wollten kaiserliches Geleit. Ich durfte nicht mal auf die Straße. Dein Kurfürst ist sehr besorgt um dich. Ich verstehe nicht, hochwürdigster Vater. Also, nun hör mal zu, mein Sohn. Wir sind beide in keiner angenehmen Lage. Und wie wir uns offiziell unterhalten, können wir uns vielleicht vernünftig unterhalten. Du hast einige Unregelmäßigkeiten im Ablassgeschäft entdeckt. Entschuldigt, hochwürdigster Vater. Bekannte kamen zu mir und empörten sich über die Art, wie der Ablass verkauft wurde. Ich wollte durchaus nicht den Ablasshändlern entgegentreten. Es waren andere, die Gründe gegen den Ablass hatten. Sie redeten so beharrlich auf mich ein, dass sie mich schließlich festlegten. Aber du hast es geschrieben. Das schon. Aber ich wollte nur eine Diskussion. Ich hielt das für den besten Ausweg, denn ich wollte keinem zustimmen und keinem widersprechen. Es lag mir fern, dem Papst irgendwelchen Ärger zu bereiten. Dir vielleicht? Ich verstehe nicht, hochwürdigster Vater. Nun hör mal zu, mein Sohn. Du nimmst das alles viel zu wichtig. Gut, es ist falsch gepredigt worden. Manches war nicht richtig. Aber was heißt das? Wichtig ist doch nur, dass Geld in die Kasse kommt. Und die Seelen der Gläubigen? Der Ablass ist eine Steuer, eine Abgabe und weiter nichts. Die Kirche lebt davon. Die Fürsten, wir alle. Und auch du wirst davon bezahlt. Und irgendwo muss es ja herkommen. Aber die Seelen der Gläubigen... Jetzt reden wir vom Geld. Selbst ein christlicher Kurfürst hat seinerzeit den Ablass für den Türkenkrieg einfach einbehalten und deine Universität da mitgebaut. Weil ihr keinen Krieg gegen die Türken führt. Wollte er dem Papst vorwerfen, dass er nicht Krieg führt? Warum sammelt der Papst dann Geld dafür? Meinst du, die Leute geben Geld, wenn der Papst sagt, ich muss meine Künstler bezahlen? Wenn der Papst mal ehrlich ist und sagt, ich will die Peterskirche aufbauen, kommt garantiert einer wie du und reißt sein Maul auf. Was heißt hier Peterskirche? Dabei wird das eine ganz tolle Sache. Der Michelangelo sollte erst die Bauleitung... Wer ist Michelangelo? Also jedenfalls hat jetzt Raphael die Bauleitung. Wer ist Raphael? Ja. Also nochmal von vorne. Wie ich eingangs sagte, wollte ich vernünftig mit dir reden. Hochwürdigster Vater. Ich halte nicht viel von Vernunft. Wovon denn? Von der Wahrheit und vom Glauben. Welche Wahrheit? Welcher Glauben? Den Glauben und die ewige Wahrheit, die uns Gottes Wort in dieser Schrift gibt. Die Bibel? Die Heilige Schrift. Gottes Wort. Es ist ewig und gibt uns ewige Gewissheit. Das Klima. Das muss am Klima liegen. Zurück in Wittenberg. Gespräche sehr verschiedenen Inhalts mit dem kurfürstlichen Geheimsekretär Spallatin, mit den Freunden Karlstadt, Melanchthon, Münzer und mit dem päpstlichen Sonderbotschafter Miltitz. Aber das Wort war in der Welt. Willkommen in Wittenberg. Schönes Willkommen. Ich kann kaum stehen. Zehn Tage auf dieser Schindmeere von einem Gaul. Ich danke. Pferde und Mönchs Hintern sind eben nicht füreinander geschaffen. Ich habe mich nach den Ritten gerichtet. Durchaus richtig. Und vielleicht auch ganz nützlich. Ein armer Mönch, der bei Nacht und Nebel auf einem alten Klepper vor dem bösen und mächtigen Kardinal fliehen muss. Man sollte euch die Bibel auf den Kopf schlagen. Neuigkeiten aus Augsburg. Ich habe nicht widerrufen. Der Kurfürst lässt sich bedanken. Ich habe mit den Räten einen Appell an den Papst aufgesetzt. Das heißt, ich wollte eigentlich nicht, aber die Räte meinten, das wäre dem Fürsten ganz lieb. Ja, doch. Und dann habe ich gedacht, könnte man eine Akte über die Augsburger Verhandlungen herausgeben. In dem man Kajetan hübsch lächerlich macht. Für die Akte werde ich auch etwas beistören. Ein Schreiben vom Papst an Kajetan. Da steht ja, dass er mich verhaften kann. Und die Hand gesagt, es sei keine Gefahr. Der Brief ist überholt. Und in Augsburg? Da war er auch schon überholt. Die Dinge drehen sich zuweilen. Veröffentlicht das Schreiben in der Akte. Das gibt einen guten Hintergrund für eure Flucht. Das macht die Sache dramatischer und wird aufsehen erregen. Aber wenn der Brief doch überholt war? Das wissen ja nur wir. Nicht wahr? Wie kommt er überhaupt an einen Geheimbrief des Papstes an seinen Kardinalen? Ich habe seinen Sekretär bestochen. Trotzdem veröffentlicht? Trotzdem. Freunde gaben mir den Rat, der Fürst solle mich an einem sicheren Ort verstecken. Ach, das ist bereits alles besprochen. Ihr braucht euch keinerlei Sorgen zu tun. Irgendwann ist dann im Prozess kommen sollte. Nicht in Rom. Nur vor deutschen Richtern, die mit dem Fürsten befreundet sind. Wie besprochen. Obwohl ihr an Kalletan geschrieben habt, dass ihr euch dem Richtspruch der Kirche unterwerfen wollt. Ja. Was man manchmal so schreibt. Ja. Wenn es dem Fürsten zu viel wird, bin ich auch gerne bereit, nach Frankreich zu gehen. Nach Frankreich? An die Pariser Universität. Und das lasst hübsch bleiben. Ich gehe gerne. Manche sollten nicht allzu klug sein. Meine untertänigste Empfehlung an den gnädigsten Kurfürsten. Aber das Wort war in der Welt. Aber das Wort war in der Welt. Und den hohen Herren habe ich es gegeben. Der Kalletan, mein Gott, der taugt zur Theologie wie ein Esel zum Hafen schlagen. Da wollte ich mich nun für euch, für die Jugend und für die Wahrheit opfern. Ein Mann muss ja gestorben sein. Aber Gott hat mich verschmiert. Ich fürchte, ich bin nicht wert, für eine solche Sache zu leiden und getötet zu werden. Ein solches Glück wird anderen beschrieben sein, mir nicht. Wer ist das? Thomas Münzer. Er will mit uns zusammenarbeiten. Ja. Dann bist du mein Mann. Ich bewundere euch, Herr Doktor. Das glaube ich. Ich habe den Himmel gestürmt und die Welt in Flammen gesetzt. Kein Bischof und kein Theologe hat jemals gewagt, an so wichtige Sachen zu rühren. Da könnte ich dir ein paar nennen, einschließlich meiner eigenen Thesen über den Ablass. 151 Thesen von Dr. Dr. Andreas Karlstadt, Professor der Theologie an der Universität zu Wittenberg. Sei es, wie es sei. In Rom sind sie jetzt ganz durcheinander und wissen nicht, was sie machen sollen. Ich habe gehört, sie wollen mich durch Gift und Meuchelmord beseitigen. Meine Thesen, meine Schriften. Jeder hat doch gedacht, es wird mir den Tod bringen. Ich selbst habe auf der Fahrt nach Augsburg immer nur den Scheiterhaufen vor Augen gehabt. Das Volk ist auf eurer Seite. In ganz Deutschland. Man muss jetzt weitergehen. Man darf auf keinen Fall stehen bleiben. Nur keine Angst. Diese Sache wird nicht gedämpft. Sie kommt von Gott. Es sei denn, dass mich meine Freunde verlassen, so wie Christus von seinen Jüngern verlassen wurde. Ich habe jetzt in Leipzig die Diskussion mit dem Eck. Da haben wir ein öffentliches Forum. Gut, das werde ich übernehmen. Du? Wieso du? Ich verstehe, mit hohen Herren umzugehen. Ich mache das schon. Aber Eck hat meine Thesen angegriffen. Das kann man auch alles auf mich beziehen. Lasst mich nur machen. Karlstadt, ich will nicht, dass du dich auf eine solche neppische Diskussion einlässt. Dein Kopf ist viel zu schade für solches Gewäsch. Diese Fragen sind doch unwichtig. Sollte man sich nicht direkt an die Bauern, an die Arbeiter und an die Bürger wenden? Sie machen mit. Sie sind auf unserer Seite und um sie geht es doch. Es geht um Theologie. Das sehe ich anders. Dir fehlt der Einblick. Das mag sein. Aber wozu Theologie, wenn draußen Menschen verhungern? Das erzähl mal dem Fürst. Gern. Ich werde ein paar tausend halbverhungerter, halbzerlumpter Bauern mitnehmen. Mal sehen, was er dann noch sagt. Ich werde ein paar tausend halbverhungerter, halbzerlumpter Bauern mitnehmen. Ich werde ein paar tausend halbverhungerter, halbzerlumpter Bauern mitnehmen. Ein päpstlicher Sonderbotschafter. Ich bin froh, dass ihr hier seid, Miltitz. Ihr habt der Kurie aber auch zu schaffen gemacht, lieber Doktor. Ich bin mit Gewalt in diesen Streit hineingezogen worden. Ich habe es nur unter Zwang getan. Ihr könnt mir glauben, ich bin nicht aus freien Stücken da hineingeraten. Der Papst hat die Ablassregel geändert, lieber Doktor. Es ist jetzt alles in eurem Sinn? Diese verfluchten Thesen. Ich wollte sie nie verbreiten. Ich wollte an unserer Universität darüber diskutieren, mit Kollegen. Dann hätte ich sie weggeschmissen. Aber weiß der Teufel, plötzlich tauchen sie überall auf. Dabei habe ich sie absichtlich dunkel und rätselhaft formuliert und in einer Form, dass es mir unbegreiflich ist, dass sie von der Öffentlichkeit verstanden werden. Ich habe sie ja noch rasch meinem Bischof geschickt und geschrieben. Er soll streichen, was er will. Meinetwegen soll er die Thesen ins Feuer schmeißen. Mir wäre nichts daran gelegen. Aber es war schon passiert. Ich wollte sogar ein Buch von der Kraft des Ablasses schreiben, um damit diese Thesen zu unterdrücken, die man gegen meinen Willen herumreicht. Es gibt viele, die sagen, der Fürst stecke dahinter. Hättet ihr nicht widersprochen, wäre alles schon längst vergessen. Kein Mensch würde das Lied noch singen. Ihr verlangt etwas viel vom Papst. Der Heilige Vater war ja nun wirklich geduld. Aber jetzt muss Schluss sein. Wenn jetzt nicht Schluss ist und wir uns weiter streiten, wird die Sache erst recht in die Öffentlichkeit kommen. Und aus theologischen Thesen wird noch ernst. Gar kein Problem. Ich sage ja, der Papst hat den Ablass geändert. Sicher. Ich war zu hitzig. Aber ich habe schon damals an den Papst geschrieben, dass ich mich ihm zu Füßen werfe mit allem, was ich bin und habe. Er soll billigen oder missbilligen, Leben oder Tod aussprechen. Ich unterwerfe mich. Ich will alles tun und alles erleiden. Nur, dass die Sache ein Ende hat. Ich will die Kirche in aller Demut ehren. Ich will gerne widerrufen und schweigen für alle Zeit. Kaiser Maximilian ist gestorben. Außerordentliche Gesellschaft der Versammlung der Firma Jakob Fugger. Einziger Punkt der Tagesordnung. Intronisierung eines neuen deutschen Kaisers. Gelobt, Herr Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Meine Herren, ich sehe drei Kandidaten. Den König von Frankreich, Friedrich von Sachsen und Karl. Für unsere Absichten dürfte Karl wohl am zweckmäßigsten sein. Er ist jung. Wir können uns mit ihm auf lange Sicht verbinden. Er sichert uns unseren bisherigen Besitz. Bergwerke, Hüttenwerke und so weiter. Er bringt die Niederlande, das wichtigste Handelszentrum der nächsten Jahrzehnte. Er bringt Spanien und damit die Quecksilbergruben. Er bringt Amerika, dessen Gold- und Silberlieferungen immer wichtiger werden. Er bietet uns die Möglichkeit, im großen Stil in das Gewürzgeschäft einzusteigen. Er wird Kriege führen müssen. Da wir einen großen Teil unserer Werker Früstungsproduktion umgestellt haben, brauchen wir einen neuen Großabnehmer. Hinzu kommt, dass sein Hauptfeind der Papst sein wird. Und da der Papst ebenfalls unser Kunde ist, werden wir doppelt verdienen. Kein anderer Kandidat bietet uns so viel Verdienstmöglichkeiten. Der König von Frankreich hat schon viel gezahlt. Die meisten Kurfürsten haben sein Geld angenommen, also stimmen Sie für ihn. Ich habe den in Frage kommenden Herrn ausrichten lassen, dass ich das Doppelte von dem zahle, was der König von Frankreich zahlt. Und das sagst du? Er hat gute Aussichten. Er ist innenpolitisch ohne Zweifel der Stärkere, aber er bringt uns nicht das internationale Geschäft. Er ist der Einzige, der sich in der ganzen Reichspolitik noch auskennt. Ein hervorragender Politiker, ohne Zweifel. Wenn Sie mich fragen, der Einzige, den wir haben. Aber ich glaube, ich habe ihm seine Grenzen klar gemacht. Karl kann teuer werden. Es ist die Stunde der Fürsten, man wird sie fürstlich bezahlen müssen. Wie viel? Ich rechne mit 100 Millionen. Mir wird ein Konsortium bilden. Aber mein Entschluss steht fest, dieses Geschäft machen wir. Irgendwelche Einwände? Dann wird Karl deutscher Kaiser. Ich schließe die Sitzung. Gelobt zu Jesus Christus. Kaiser Maximilian ist gestorben. Der Papst in Rom berät sich mit seinem Kardinallegat Caetan. Wenn Karl durchkommt, können wir den Vatikan dicht machen. Der macht dich zu seinem Hofgang klar. Wenn uns noch einer retten kann, dann dieser Sachse. Du kennst ihn doch, Caetan. Wie kommt man dem bei? Dem kommt man überhaupt nicht bei. Der schiebt immer den Luther vor. Ihn selbst kriegt man nie. Schreiben wir dem Luther doch einen Brief. Er soll nach Rom kommen. Ich werde ihm ein milder Vater sein. Der Herr spricht. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Sünders. Sondern, dass er sich bekehre und lebe. Wenn du meinst, du könntest dem Sachsen diesen Mann abkaufen, wirst du dich wundern. Warum kann dieser Friedrich nicht Kaiser werden? Wenn er will, wird er es. Hat er Aussichten? Besser als Karl. Er kommandiert die deutschen Fürsten, wie er will. Dann soll er Kaiser werden. Und schreibt dem Fürsten, ich wäre ganz auf seiner Seite. Ich würde alles für ihn tun. Ich würde ihn als Kaiser anerkennen, auch wenn er nur zwei Stimmen auf sich vereinigt. Schafft er das? Spielend. Also? Zwei Stimmen und ich mache ihn zum Kaiser. Und Luther? Den Luther kann er zum Kardinal ernennen. Und ihm ein großes, nein, ein sehr großes Erzbistum schenken. Friedrich der Reise. Friedrich der Reise. Nicht übel. Deutscher Kaiser. Zwei Stimmen. Das wäre zu machen. Was meinen Sie, Spalatin? Kurfürstliche Gnaden sollten sich das genau überlegen. Dann überlegen Sie mal. Den Papst haben wir, Luther sei Dank, ziemlich ausgenommen. Was er uns bieten konnte, haben wir inzwischen. Vielleicht hier nochmal ein Ablass, da nochmal ein Segen, das macht das Kraut nicht fett. Richtig. Fugger bietet sieben Millionen und für ihre Neffen die Schwester Karls. Ergo, was haben wir vom Papst zu erwarten? Nichts. Was haben wir vom Fugger zu erwarten? Viel. Was passiert, wenn wir uns gegen den Papst stellen? Nichts. Was passiert, wenn wir uns gegen Fugger stellen? Viel. Aber was macht man mit Karl? Wenn so ein junger Bursche auf den Thron kommt, der glaubt doch gleich, die ganze Welt gehört ihm. Wenn das kein Vorteil ist. Karl herrscht über so viele Länder. Überall Aufstände, Ärger mit dem Adel, Kriege mit Frankreich, mit dem Papst. Wann kann der sich um Deutschland kümmern? Er wird uns ein paar Besucher abstatten, das ist alles. Und wenn er abwesend ist, sind kurfürstliche Gnaden der Reichsverlöser. Was ändert sich also? Nichts. Aber wenn mir das noch nicht genügt... Setzen Sie einen scharfen Wahlvertrag durch, der seine Rechte einschränkt. Aber ein Kaiser, der nicht regieren kann. Was ist das für eine Sache? Man wird eine Reichsregierung einsetzen. Aha, ich verstehe. Das freut mich. Ein kleines Gremium erlaucht der Herren, die Deutschland regieren. Und da Sie in diesem Gremium sowieso der erste Mann sind, Regieren Sie in Deutschland. Es fehlt Ihnen nur der Titel. Aber... Das ist ja für eine Sache. Aber... Das ist ja für eine Sache. Aber das ist ja für eine Sache. Das ist ja für eine Sache.